Il Karemis Operation Ocean Emerald Gelesen von Wolfgang Rüther Erster Teil Während Aro das Angebot an Computerspielen sichtete, schob Nico unbemerkt eine DVD in Aros Umhängetasche. Ladendiebstahl war eine kriminelle Handlung. Warum also selbst unnötige Risiken eingehen? »Blut und Gedärmereste«, las Nico schmunzelnd von einer DVD-Hülle ab. Dann nahm er einen anderen Film aus dem Regal und hielt ihn Aro mit unschuldiger Miene unter die Nase. »Den lässt dich dein Vater garantiert nicht anschauen.« »Ich muss ihn ja nicht um Erlaubnis bitten«, entgegnete Aro, griff ihn die Tüte mit den Fruchtgummis und schob sich eines davon in den Mund. »Die Frage ist, ob mich der Film interessiert«, sagte er mit Blick auf die Ketchup-Rote-Hülle. »Der Schlechte aus der Bronx.« »Der ist ja nicht mal in Dolby Digital.« »Du weißt eben nicht, was gut ist«, schnaubte Nico verächtlich. Er war blond, ein bisschen dicklich und mit seinen 18 Jahren vier Jahre älter als der für sein Alter recht kleine, schmächtige Aro. »Das hier ist die ungeschnittene Fassung. Du bist noch zu jung, um zu wissen, dass sie früher die besten Stellen aus den Kultfilmen herausgeschnitten haben. Das war übelste Zensur. »Einschränkung der künstlerischen Freiheit«, korrigierte Aro und schob die DVD zwischen Nikos Wurstfinger zurück. Nico war von dem Unterton des Kommentars verunsichert. »Willst du mich verarschen? Wie kommst du darauf? Aber wieso stöberst du überhaupt hier herum? Du hast doch eh kein Geld, um Filme zu kaufen.« »Man muss nicht immer alles kaufen«, grinste Nico und senkte die Stimme. »Man kann auch auf andere Art für Spannung sorgen.« »Ach, komm, wir gehen«, Aro wandte sich der Tür zu. Er wollte mit Nico am selben Tag noch nach Hamina fahren, und wenn sie weiter in diesem Laden herumtrödelten, wäre es zu spät dafür. Als die beiden den Ladenausgang erreichten, heulte plötzlich der Ladendiebstahl-Alarm los und alle Kunden, die an der Kasse standen, drehten sich nach dem Gespann um. Aro spürte, wie ihm die Röte ins Gesicht schoss. Nico hingegen war auf einen Schlag kreidebleich. Wie aus dem Nichts tauchte hinter ihnen ein Mann im weißen Hemd auf und ließ seine große Hand schwer auf Nicos Schulter fallen. »Aha, Nico ist mal wieder unterwegs.« »Kennen Sie dich hier schon mit Namen?«, raunte Aro seinem Freund zu und schluckte. Nico antwortete nicht. Seine Selbstsicherheit schien wie weggeblasen. Der Geschäftsführer stellte den Alarm ab. Die Kunden im Laden retten die Hälse, um besser sehen zu können. »Geh noch einmal durch«, befahl der Mann im weißen Hemd, und Nico machte zwei Schritte durch die Schleusen des wahren Sicherungssystems. Sie gab keinen Ton von sich. Der Geschäftsführer war überrascht und wandte sich Aro zu. Auch die Blicke der anderen Leute richteten sich auf ihn. Er spürte, wie sich sein Puls beschleunigte. »Jetzt du!« »Ich?«, fragte Aro und gab sich Mühe, genauso unschuldig auszusehen, wie er sich fühlte. »Geh da durch!« Ein grelles Heulen ertönte. Der Mann im weißen Hemd schaltete den Alarm ab und streckte die Hand aus. »Die Tasche!« Aro gab ihm die Umhängetasche, wobei seine Hand ein wenig zitterte. »Sie sollten Ihre Anlage mal reparieren lassen, damit unschuldige Kunden nicht ihre Zeit mit solchen Spielchen verplempern müssen!« Der Geschäftsführer zog eine DVD aus der Tasche, einen Horrorfilm. Nico blickte zu Boden, er war rot angelaufen. Aro begriff, dass sein Freund ihm die DVD in die Tasche geschmuggelt hatte. Ihm wurde fast schwarz vor Augen. So schockiert und wütend war er. »Komm mit ins Büro!«, befahl ihm der Mann. »Ich...«, stammelte Nico mit einem verstohlenen Blick auf Aro. »Ich kann ja mitkommen!« »Wir brauchen kein Publikum!«, entgegnete der Mann und führte Aro am Ellbogen durch das Geschäft. Nico lief ihm nach. »Er ist vielleicht gar nicht schuld!« »Vielleicht!«, fragte Aro ruhig, obwohl er innerlich kochte vor Wut und Scham. »Aro ist unschuldig!«, sagte Nico. Sein Gesicht war mittlerweile feuerrot. Aber der Mann hörte nicht zu, sondern schob Aro ins Hinterzimmer des Geschäfts. Aro blickte über die Schulter nach hinten und warf Nico einen tödlichen Blick zu, bevor sich die Tür hinter ihm schloss. Ronny griff nach dem aufgeschnittenen Bauch des Schwertfischs und drückte die hellgrauen Hälften so weit auseinander, dass er die Plastiktüte mit der Semtex-Sprengladung in den Fisch hineinschieben konnte. Dann wischte er sich die schleimigen Finger mit raum Papier ab und verteilte Eissplitter rund um den Fisch in der Styroporkiste. Anschließend nahm er ein Stück Tintenfisch von der Arbeitsplatte aus rostfreiem Stahl und legte es ebenfalls in die Kiste. Im Innern des Tintenfischs versteckte er eine in Plastik eingewickelte MP5-Maschinenpistole von Heckler und Koch mit kurzem Lauf. Er schüttete Eissplitter darüber und schloss die Kiste mit einem Styropordeckel. Im Packraum war es kalt. Trotzdem brachte die Anspannung Ronny abwechselnd zum Schwitzen und zum Frieren. Er blies sich in die Hände und fassah die Kiste mit dem Sprengstoff und der Waffe mit einer Kerbe. Unter den insgesamt zwanzig Kisten hatten sechs eine solche Kerbe. Schließlich machte Ronny die Kühlraumtür auf und ging in das kahle Büro hinüber. Das Packen hatte er alleine erledigt. Die beiden anderen Angestellten waren schon vor einer Stunde nach Hause gegangen. Mit klammen Fingern druckte er den Lieferschein aus, riss ihn an sich und fing an, die Kisten in den Lieferwagen des Fischgroßhandels zu laden. Auf den Seiten des Wagens stand groß die niederländische Aufschrift Van den Borre, Grothandel in Fis. Es war bewölkt an diesem Nachmittag und als Ronny aus der engen Hofeinfahrt fuhr und in den Söderseeweg im Osten von Amsterdam einbog, dämmerte es bereits. Nervös schaltete Ronny hoch und fuhr zügig in Richtung Hafen. Es begann zu nieseln. Seit fünf Monaten arbeitete Ronny in dem Fischgroßhandel, seit der Boss ihn zu dieser Arbeit abkommandiert hatte. Er hatte sich vorgenommen, seinen Part gewissenhaft und ohne Fehler zu erledigen, in der Hoffnung, der Boss würde ihm dann vielleicht eine wichtigere Aufgabe zuteilen. Je näher der Hafen kam, desto wachsamer beobachtete Ronny die Umgebung. Das war jetzt keine Generalprobe mehr. Diesmal enthielten die Fische keine Eisenstangen, sondern Waffen und Sprengstoff mit großer Zerstörungskraft. Jetzt wurde es ernst. Ronny trat aufs Gas und fuhr auf das Hafengelände. Hinter Lagerhallen und verrosteten Containern eröffnete sich ihm ein sagenhafter Anblick. Ein Luxusliner in abendlicher Festbeleuchtung trat aus dem Regenschleier hervor. Der weiße Rumpf, die Reihen der Balkone und die stromlinienförmigen dunklen Glasflächen schienen sich ins Unendliche fortzusetzen. Voller Respekt nahm Ronny den Anblick wahr. Die Ocean Emerald Die Königin der Weltmeere Ein Traum von 45.000 Bruttoregistertonnen 240 Meter Luxus Neun Decks für nobelsten Lebensstil Fremde Städte Exotische Länder Neue Kontinente Reisen für Leute, die schon alles gesehen und erlebt hatten. Diesmal auf dem Weg von Amsterdam über Kopenhagen Helsinki und Sankt Petersburg direkt in die Hölle. Es schauderte Ronny, aber entschlossen schob er den Gedanken beiseite. Der Boss zahlte gut, alles andere spielte keine Rolle, es durfte keine Rolle spielen. Wut und Scham hatten sich in Aros Innerem in Rachsucht verwandelt. Nico dieser Schuft. Alleine saß er im Hinterzimmer des Plattenladens. Nervös blickte Aro auf die Uhr. Der Geschäftsführer hatte seine persönlichen Daten aufgenommen und versprochen, gleich wiederzukommen. Folterte er Ladendiebe, indem er sie auf ihn warten ließ? Denn ein Dieb war Aro natürlich in den Augen des Geschäftsführers. Was immer er auch behauptete, es würde die DVD in seiner Tasche nicht in Luft auflösen. Als Ersttäter käme er vielleicht mit einer Ermahnung davon. Nico hingegen müsste mit einer Anzeige rechnen. Und dann wäre die Kacke am Dampfen. Würde Aro aber seinen Ärger jetzt für sich behalten, hätte er ein wirksames Mittel in der Hand, mit dem er Nico bei Bedarf erpressen könnte. Zumindest würde das seinen Freund erst einmal bei gesunder Dankbarkeitslaune halten. Draußen war es inzwischen dunkel geworden. Durch die Gitter vor dem Fenster fühlte sich Aro erst recht in der Klemme. Die Fahrt nach Hamina, einschließlich der dabei möglicherweise abfallenden 5000 Euro, konnten sie für heute vergessen. Je mehr Aro über die Situation nachdachte, desto entschlossener wurde er, über Nicos Rolle in dem Diebstahl versucht zu schweigen. Immerhin war Nico sein Freund und Aro nahm Freundschaft nicht auf die leichte Schulter. Vielleicht hatte das auch damit zu tun, dass bei ihm die Freunde nicht gerade Schlange standen. Wegen des Jobs seiner Mutter hatte er die ersten drei Schuljahre in Genf gewohnt, dann wieder drei Jahre im finnischen Espo und vor zwei Jahren war er dann wegen des Jobs seines Vaters nach Brüssel gezogen. Sein einziger unveränderter Fixpunkt war das Haus seiner Oma in Porvo und Nico, der in der Nachbarschaft wohnte, kannte er schon, solange er denken konnte. Plötzlich ging die Tür auf und der Mann im weißen Hemd setzte sich zurück an den Schreibtisch. Er wählte die Telefonnummer, um die er Aro zuvor gebeten hatte. Die Nummer von Aros Vater. Der Mann erklärte Timo Nortamo, wer er war und von wo er anrief. Dann fuhr er mit kühler Stimme fort. Ihr Sohn ist gerade beim Ladendiebstahl erwischt worden. Am liebsten hätte Aro die Wahrheit laut herausgeschrien, aber er beherrschte sich. Der Mann drückte die Lautsprechertaste und Aro hörte die verblüffte Stimme seines Vaters. Aro? fragte er, gerade so, als hätte er mehr als einen Sohn. Können Sie herkommen? Ich glaube nicht, dass Aro, wenn Sie keine Zeit haben, rufe ich die Polizei. Für einen Moment war es still in der Leitung. Ich bin Polizist. Genauer gesagt, ehemaliger Polizist. Dann wundert es mich überhaupt nicht, wenn Ihr Sohn seine Moral von Ihnen geerbt hat. Kommen Sie nun oder nicht? Natürlich komme ich. Vor der Ocean Emerald herrschte reges Treiben. Ronny hielt am Ende der Wagenschlange hinter dem Fahrzeug eines Weingroßhandels an. Sein Herz pochte aufgeregt in seiner Brust. Aus Luxusbussen strömten Touristen auf die Gangway. Sie waren hauptsächlich von den USA aus nach Amsterdam geflogen, aber auch aus Japan, England, Südafrika und Asien. Überall waren in den Häfen die Sicherheitsvorkehrungen verschärft worden und bei Kreuzfahrtschiffen mit amerikanischen Passagieren nahm man es besonders genau. Neben den Bussen, mit denen die Passagiere zur Ocean Emerald gebracht wurden, hielt ein gemieteter schwarzer S-Klasse Mercedes. Der Chauffeur des örtlichen Limousinen-Service öffnete seinem Fahrgast die Tür, während dessen Begleiter das Gepäck aus dem Kofferraum lud und einem Träger übergab. David C. Rubinstein, ein leicht gebeugt gehender, grauhaariger Mann, begab sich mit seinem Begleiter zur Gangway. Der Begleiter fungierte als Leibwächter und sorgte außerdem dafür, dass dem Multimillionär die gebührende Aufmerksamkeit durch das Reedereipersonal zuteil wurde. Mit an Bord würde er jedoch nicht gehen, da die Ocean Emerald ihre eigenen Sicherheitsleute hatte. Schon in der Maschine nach Amsterdam hatte Rubinstein reichlich Alkohol genossen, weshalb er sogleich mit den beiden Damen, die vor ihm in der Schlange standen, Bekanntschaft schloss. In dichter Folge strömten fröhliche Menschen von dem verregneten Hafengelände auf das luxuriöse Schiff. Alle sahen ihrer Reise mit Vorfreude entgegen. Hinter den Scheinwerferbatterien des Hafens schrien die Möwen. Inmitten des Regentreibens lud Ronny eine markierte Styroporkiste auf die Palette eines Gabelstaplers. Der Regen hatte sein Gesicht gnädigerweise nass gemacht, weshalb die Menschen ringsum nichts von seinem nervösen Schwitzen merkten. Aus dem Augenwinkel heraus sah Ronny einen bewaffneten Sicherheitsmann auf ihn zukommen. Ruhig griff er nach einer Kiste ohne Markierung, die also keine Waffen enthielt. Der Wachmann, der in einem Overall steckte, blieb neben ihm stehen. Ronny wollte die Kiste gerade auf die Palette stellen. »Warten Sie«, sagte der Mann und trat näher. »Meine Ladezeit ist in vier Minuten zu Ende«, wandte Ronny ein. Der Sicherheitsmann griff nach dem Deckel der Kiste und hob ihn an. Im Schein der Halogenlampen auf den Lichtmasten glänzte die Flanke eines Lachses. Der Sicherheitsbeamte schloss den Deckel. Ronny stellte die Kiste auf die Palette und griff nach der nächsten. Der Sicherheitsmann stand weiter an seinem Platz. Ronnys Puls beschleunigte sich. Als nächstes kam eine markierte Kiste an die Reihe. Sie enthielt den Schwertfisch, in dessen Bauch zwei Kilo Semtex steckten. Einer der stärksten Sprengstoffe der Welt. Mit den üblichen Durchleuchtungsvorrichtungen für die Fracht war er nicht nachweisbar, auch nicht mit elektronischen Detektoren. Nur speziell ausgebildete Hunde konnten ihn aufspüren. Allerdings nicht, wenn er von starkem Fischgeruch umgeben war. Ronny griff mit beiden Händen nach der Kiste. Moment, sagte der Sicherheitsmann. Langsam ließ Ronny die Kiste los. Die Angst lähmte ihn so sehr, dass er beinahe vollkommen ruhig war. Der Mann trat näher und hob den Deckel der Kiste an. Zwischen zerstoßenem Eis wurde die Flanke eines Schwertfischs sichtbar. Ich bin spät dran, sagte Ronny angespannt. Könnt ihr nicht auf dem Schiff in den Kisten herumschnüffeln? Der Sicherheitsbeamte fuhr mit der Hand in die Eissplitter. Ronny spannte die Muskeln an, bereit notfalls zu handeln. Wir machen auch nur unsere Arbeit, sagte der Sicherheitsmann und schloss den Deckel wieder. Ronny verspürte eine Welle der Erleichterung, als er die Kiste auf die anderen stapelte und dem Gabelstaplerfahrer ein Zeichen gab. Sein Blick fiel auf die hell erleuchtete Gangway, auf der die Passagiere an Bord gingen. Sie taten ihm beinahe leid. Der alte rostige VW-Variant schepperte über das Kopfsteinpflaster in den engen Altstadtgassen von Torvo, die von niedrigen, 200 Jahre alten Holzhäusern gesäumt wurden. Es war warm an diesem Herbstabend, aber feucht. Der Wagen war von der Großmutter geliehen. Aro saß auf dem Beifahrersitz und sein Vater fuhr in seinen ewigen schwarzen Jeans und seinem halblangen, grauen Mantel. Zwischen ihnen lag drückende Stille. Der Vater hatte dem Geschäftsführer die DVD bezahlt. Peinlich berührt, aber auch erstaunt über seinen Sohn. Aro hatte kein Wort über Niko verraten, doch er spürte, dass es irgendwie nicht schlecht wäre, seinem Vater die Wahrheit zu sagen. Warst du alleine in dem Geschäft? fragte der Vater, den Blick fest auf die Straße gerichtet. Aro überlegte kurz. Er wollte ehrlich antworten, ohne aber ins Detail zu gehen. Niko war dabei. Hast du das dem Geschäftsführer gesagt? Er hat es gesehen, sagte Aro unsicher. Hatte Niko bei seinem Vater einen so schlechten Ruf, dass er sofort Schlussfolgern konnte, was tatsächlich passiert war? Ruf Niko an und bitte ihn, zu uns zu kommen, befahl der Vater sofort. In seinem tiefsten Inneren war Aro erleichtert. Zum Glück konnte man sich auf den Krips seines Vaters verlassen. Aro rief Niko mit seinem brandneuen Handy an. Mein Vater will mit dir sprechen. Er konnte den Triumph, der in seiner Stimme mitschwang, nicht verbergen. Ich bin schon bei euch, antwortete Niko kleinlaut. Um diese Zeit darfst du wahrscheinlich nicht mehr nach Hamina. Dreimal darfst du raten. Aro legte auf. Ihm war warm ums Herz. Zum Glück stahl sich Niko nicht aus der Verantwortung. Das würde seinem Vater gefallen. Und Niko wusste so gut wie Aro, dass der Vater die Angelegenheit ruhig und im Gespräch klären würde. Im Gegensatz zu Nikos Vater. Niko wartet schon auf uns. Gut, rummte der Vater zufrieden. Sie fuhren durch das enge Tor in den Hof, wo nur ein schwaches Licht über der Haustür brannte. Niko kam in seinen weiten Jeans und seiner ebenso weiten Jacke hinter einem Ahornbaum hervor. Er blickte auf seine Schuhspitzen. Geh ins Haus, sagte Timo zu Aro. Ich rede kurz mit Niko von Mann zu Mann. Aro stieg aus und suchte unter einer Eiscremedose, die seine Großmutter als Aschenbecher benutzte, nach dem Hausschlüssel. Einerseits wäre er gern bei der Hinrichtung dabei gewesen, andererseits wollte er lieber nicht hören, was sein Vater zu sagen hatte. Er ging schnurstracks in das kleine Zimmer, das ihm gehörte. Was ist denn los? rief ihm seine Mutter hinterher. Aro drehte den uralten Schlüssel im Schloss. Nichts, rief er mit belegter Stimme durch die geschlossene Tür hindurch. Am Morgen hatte er auf dem Tisch einige Dinge bereitgelegt, die auf der Tour nach Hamina eventuell nützlich sein konnten. Darunter die Walkie-Talkies mit einer Reichweite von knapp einem Kilometer. Sie hatten ursprünglich zu dem Detektiv-Set gehört, das er einmal von seiner Großmutter bekommen hatte und das auch echtes Fingerabdruckpulver, eine Lupe und einen Morser-Apparat enthielt. Einige Bücher im Regal hatten mit dem gleichen Themenbereich zu tun. Zum Beispiel das Intelligence Hearbook oder Covered Surveillance. Er hatte sie bei Amazon bestellt. Von seinem Vater bekam er nie Material, das mit Spionage oder Kriminalität zu tun hatte. Es war lächerlich, dass ein Mann, der im Auftrag der EU in der Verbrechensaufklärung arbeitete, sich außerhalb der Dienstzeit aufführte, als hätte er noch nie etwas von Kriminalität gehört. Unter den Büchern befanden sich auch vier alte Jahrgänge des Guinness Buch der Rekorde. Die anderen Bände standen zu Hause in Brüssel. Aro sah aus dem Fenster. Im Hof stieg Nico gerade mit rotem Gesicht aus dem Wagen. Aro schloss seine Zimmertür auf und marschierte hinaus, begleitet vom fragenden Blick seiner Mutter. Auf der Treppe kam ihm sein Vater entgegen. Heute gehst du nirgendwo mehr hin. Aro tat so, als hätte er den Befehl seines Vaters nicht gehört und rannte Nico hinterher. Vor dem Tor holte er ihn ein. Sie standen im gelblichen Schein der altmodischen Straßenlaterne. Tschuldige, sagte Nico. Aha. Sein Vater hatte ihm also befohlen, sich bei Aro zu entschuldigen. Das mit Hamina wird heute nichts mehr, fuhr Nico fort. Wie lange seid ihr noch hier? Vier Tage. Montagfrüh fliegen wir nach Brüssel. Dann lass uns am Sonntag hinfahren. Nico senkte die Stimme zu einem Flüstern. Dein Vater würde ausrasten, wenn er wüsste, was wir vorhaben. Er ist schon ausgerastet. Und ich auch. Das hast du hoffentlich kapiert, du Pfeife. Sorry, ich mach's wieder gut. Einen schlechten Ruf kann man nicht so leicht wiedergutmachen. Wenn wir bei dem Ding in Hamina 5000 rausholen, gebe ich dir 3000 davon ab, flüsterte Nico. 500 mehr als vereinbart, als Wiedergutmachung. Reicht das? Aro begnügte sich mit einem Schnauben. Trotzdem spürte er ein angenehmes Kribbeln im Bauch. Vier Tage später. Riesig, weiß und majestätisch lag die Ocean Emerald am Katajanoka-Kai von Helsinki. Ein kräftiger Wind trieb Wolken über den Himmel, hinter denen immer wieder die Sonne hervorkam. Auf dem Schiffsdeck, auf dem die Rettungsboote angebracht waren, stützte sich ein fünfzigjähriger, braungebrannter Mann auf die Reling. Er hatte lockiges Haar, trug eine Hornbrille und ein Seidentuch, das er sich lässig um den Hals gebunden hatte. Der Mann führte eine Hand zu dem Tuch und prüfte, ob es noch richtig saß. Es verbarg eine schlimme Narbe, die er 1988 bei einem bewaffneten Raubüberfall in Marseille davon getragen hatte. Drei Geiseln waren ums Leben gekommen, aber dem Mann war es gelungen, trotz intensiver Fahndung zu entkommen. Es war seine erste große Operation gewesen, brutal und mit viel Blutvergießen, aber effektiv und intelligent geplant. Als nächstes prüfte der Mann, sein Name war Philippe Delacroix, ob seine Brille auch gerade auf der Nase saß. Was den äußeren Eindruck betraf, so verschmolz Delacroix perfekt mit dem Ambiente der Ocean Emerald. Er sah aus, als wäre er hier, um mit den anderen Passagieren die neuen Erlebnisse zu teilen, die auf der Kreuzfahrt geboten wurden. Aufmerksam blickte Delacroix auf den Pier hinunter, wo die Touristen aus den Bussen strömten. Ein Teil von ihnen hatte eine Stadtrundfahrt in Helsinki gemacht, mit Besuchen in der Felsenkirche, am Sibelius-Denkmal und im Chiasma, dem Museum für moderne Kunst. Andere hatten Ausflüge nach Vitersk oder nach Porvo unternommen. Die meisten Kreuzfahrtpassagiere waren in Amsterdam an Bord gekommen, aber auch hier in Helsinki kamen einige neue Reisende hinzu, die sich auf die Fahrt von der Ostsee ins Mittelmeer begaben. Einen von ihnen, versuchte Delacroix zu erspähen. Über ihm war eine Überwachungskamera in der Deckkonstruktion versteckt. Er hatte sie bemerkt, ließ sich aber nicht davon stören. Es war nicht verboten, sich auf die Reling zu stützen und die Aussicht zu genießen. Außerdem konnte eine Überwachungskamera keine Gedanken lesen. Die Aufnahmen der Kamera waren im Kontrollraum des Schiffes zu sehen, der sich in der Nähe der Haupthalle hinter dem Pörserbüro befand. Vor der Wand mit den Monitoren stand ein Computer auf dem Tisch, dessen Flachbildschirm der Sicherheitschef nicht aus den Augen ließ. Craig Thompson wusste, dass der entscheidende Moment näher rückte. Die New York Yankees führten gegen Minnesota 3 zu 2. Das Bild der Internetübertragung war unscharf und zuckte ab und zu, aber das verringerte die Spannung kein bisschen. Trotzdem warf Thompson zwischendurch einen pflichtbewussten Blick auf die Bilder der Sicherheitskameras, die von verschiedenen Bereichen des Schiffes gesendet wurden. Was die Sicherheit betraf, waren Landgänge immer mit Risiken behaftet, denn wenn das Schiff im Hafen lag, konnte zum Beispiel jemand versuchen, illegal an Bord zu kommen. Allerdings war Helsinki nicht Casablanca oder Katagena. Thompson hatte seinen diensthabenden Mitarbeiter zu einer der Bordboutiken geschickt, weil dort falscher Alarm ausgelöst worden war. Der Kollege sollte die Alarmanlage neu einstellen und Thompson konnte inzwischen in Ruhe die entscheidende Phase des Baseballspiels verfolgen. Die Yankees ergatterten ganz knapp einen Run und Thompson schlug die Hände zusammen. Das war eine der stärksten Gefühlsäußerungen, zu denen der Mann mit dem zumeist versteinerten Gesichtsausdruck fähig war. Während Thompson ganz woanders hinschaute, sah man auf einem der Monitore wie auf dem Deck mit den Rettungsboten eine sportliche Frau mit kurzen Haaren auf einen Mann mit Seidenhalstuch zuging, der an der Reling stand. Delacroix richtete sich auf und korrigierte intuitiv den Sitz seines Halstuchs, als Juliette Dupont, die als neuer Passagier in Helsinki an Bord gekommen war, endlich neben ihm stand und ebenfalls die Aussicht betrachtete. »Für die Nacht ist starker Wind angekündigt,« sagte Juliette leise, »schwerer Sturm sogar.« Delacroix spürte die vertraute Wärme in seinen Adern. Die Aktion begann. Es war die anspruchsvollste und die wichtigste seines Lebens. »Ich fürchte, der Sturm wird noch heftiger ausfallen, als wir Passagiere uns das vorstellen,« sagte er mehr zu sich selbst als zu Juliette. »Juliette Dupont« war natürlich ein Deckname, aber er passte zu der Französin, die Sportlichkeit und Weiblichkeit in sich vereinte, fand Delacroix. Ursprünglich hätte Juliette erst in St. Petersburg an Bord kommen sollen. Diesen Plan hatten sie jedoch ändern müssen. Die für Juliette bestimmten falschen Papiere, darunter auch der Schiffsausweis für die Ocean Emerald, waren abhanden gekommen, und zwar auf ärgerliche Weise. Der Werttransporter, in dem sie sich befunden hatten, war auf dem Weg von Helsinki nach St. Petersburg überfallen worden. Delacroix war außer sich gewesen vor Wut, weil irgendwelche kleinen Gauner mit ihrem Überfall die Vorbereitung seiner wichtigen Operation durcheinandergebracht hatten. Die Dokumente würden, falls sie in falsche Hände gerieten, keine Schwierigkeiten verursachen, nicht einmal, wenn sie bei der Polizei landeten. Aber da Juliette keine Papiere nach St. Petersburg bekommen hatte und man nicht das geringste Risiko eingehen wollte, war sie nun schon in Helsinki auf das Schiff gekommen. Delacroix sah auf die Uhr. Noch dreieinhalb Stunden bis zur Stunde X. Er verließ das Deck, trat in die vorderer Aufzugshalle und begab sich auf Deck 8. Im Kabinengang wartete Stuart Emilio Fernandez exakt zur vereinbarten Zeit an der vereinbarten Stelle. Er schob einen Wäschewagen und tat so, als läse er eine Auftragsliste. Delacroix blickte sich um und versicherte sich, dass niemand zu sehen war. Er hatte einen Treffpunkt gewählt, der von den Überwachungskameras nicht erfasst wurde. »Hast du eine geeignete Stelle gefunden?« fragte er Emilio mit gesenkter Stimme und mußte mit sich ringen, um nicht auf den Wäschewagen zu schauen. Dort war unter Bettwäsche und Handtüchern der ferngesteuerte Zünder eines Sprengsatzes versteckt. »Der Verteilerkasten, in der Nähe der Kommandobrücke«, flüsterte der Stuart. Delacroix setzte unverzüglich seinen Weg fort. Es war nichts Außergewöhnliches, mit einem Stuart ein paar Worte zu wechseln, aber in diesem Stadium der Operation wollte er nicht das geringste Risiko eingehen. »Juliette Dupont«, »Ocean Emerald«, stand auf dem kleinen Stück Plastik, das aussah wie eine Kreditkarte. Aro drehte es enttäuscht hin und her. Nico buchstabierte denselben Namen aus einem weinroten EU-Pass. »Das ist eine Französin, sieht man schon auf dem Foto. Wow! Fast wie Anne Pariot in diesem Nikita-Film.« Aro streckte die Hand aus, um alle Dokumente beisammen zu haben. Das stundenlange Suchen war bisher erfolglos gewesen. Auf der Motorhaube von Nikos Corsa lag nur der dünne, schwarze Diplomatenkoffer, den Aro gefunden hatte, als er sich neben dem Rastplatz in die Büsche geschlagen hatte. Mit dem Wagenheber hatten sie das Schloss des Koffers aufgebrochen. Die sonntägliche Stille im Wald wurde nur durch den kräftigen Wind gestört. Der Rastplatz lag außerhalb der Stadt Hamina, an der Straße, die zur russischen Grenze führte. Bis zum Grenzübergang Walima waren es noch knapp 15 Kilometer. Zwei Wochen zuvor war in Hamina ein außergewöhnlich dreister Überfall auf einen Werttransporter verübt worden. Später hatte man die Fracht des Wagens, der nach Russland unterwegs gewesen war im Wald gefunden, denn die Räuber waren offenbar auf etwas noch Wertvolleres ausgewesen, was immer das auch sein mochte. Den Zeitungen zufolge hatte das Fahrzeug Bargeld und wichtige Dokumente sowie Wertpapiere von Banken und Unternehmen transportiert. Einer Firma waren bei dem Raub Patenturkunden abhandengekommen und für deren Finder hatte die Versicherung eine Belohnung von 5000 Euro ausgesetzt. Nico hatte das gelesen und Aro sofort nach dessen Ankunft in Porvo davon berichtet. Nur widerwillig hatten Aros Eltern ihn zu Nico ins Auto gelassen, obwohl Nico schon ein halbes Jahr den Führerschein hatte. Aro hatte gesagt, sie würden nur ein bisschen herumfahren, denn für eine Tour bis nach Hamina wäre garantiert keine Genehmigung herausgesprungen. Als Aro dann den im Gebüsch gefundenen Koffer aufgemacht hatte, war er einen Moment lang sicher gewesen, die Patenturkunden vor sich zu haben. Darum waren der Pass und der Schiffsausweis aus Plastik so eine bittere Enttäuschung gewesen. Aro ließ sich auf den Beifahrersitz des Corsa fallen. Ocean Emerald klingt nach einem Kreuzfahrtschiff. Wenn so eins in Helsinki im Hafen liegt, werden die Passagiere per Bus nach Porvo und zu anderen Sehenswürdigkeiten gebracht. Wahrscheinlich hat der Bus hier kurz angehalten. Warum sollten sie bis hierher gefahren sein, wunderte sich Nico, dann wären sie an Porvo vorbeigefahren. Bestimmt haben sie einen Abstecher auf die russische Seite gemacht. Vielleicht waren sie sogar in St. Petersburg. Auf dem Schiffsausweis hier steht doch St. Petersburg. Und wie soll der Koffer vom Bus ins Gebüsch gekommen sein? Vielleicht hat ein Kreuzfahrtpassagier den berühmten finnischen Wald kennenlernen wollen. Sollen wir das zur Polizei bringen? Kürzlich habe ich auf Kanal Plus einen Film gesehen, wo ein Typ einem ganz normalen Touristen den Pass geklaut und für 10.000 Dollar an die Mafia verkauft hat, sagte Nico. Die Mafia braucht ständig neue Papiere. Für einen EU-Pass würden wir mehr kriegen, als wir von der Versicherung als Finderlohn bekämen. Aro ärgerte sich. Nico schien teilweise tatsächlich in der Welt zu leben, die er in seinen Filmen sah. Konnte er allmählich nicht mehr zwischen Wirklichkeit und Fantasie unterscheiden? Wie konnten solche Hirngespinste nur so komplett den Kopf eines Kerls ausfüllen, der immerhin die Fachhochschule besuchte? Filme sind Filme, schnaubte Aro. Weißt du, was ich tun werde? Ich werde die Besitzerin des Koffers ausfindig machen und ihr die Papiere überbringen. Das Schiff liegt vielleicht noch in Helsinki und Juliette Dupont darf mir dann einen anständigen Finderlohn zahlen. Das klappt bestimmt nicht. Wetten wir? Er kramte sein intelligentes Handy aus der Tasche und ging damit ins Internet und zu Google. Auf dem Schwarzmarkt würden wir für den Pass richtig gutes Geld bekommen. In dir steckt kein Funken Abenteuerlust, maulte Nico. Aro gab die Suchwörter Ocean Emerald und Helsinki ein. Als erster Link erschien die Homepage der Rederei Emerald Cruises in Miami über die Aro zum Kreuzfahrtprogramm der Ocean Emerald kam. Das Schiff ist gestern in Helsinki angekommen und fährt heute Abend um sechs weiter nach St. Petersburg. Fahren wir. Wir schaffen es noch, die Papiere aufs Schiff zu bringen, bevor es ausläuft. Ich muss um vier zu Hause sein. Da kommt ein Film, den ich aufnehmen will. Das schaffst du leicht. Setz mich einfach in Helsinki am Katajanoka Kai ab. Ich fahre dann mit dem Bus nach Porvo zurück. Glaubst du, die lassen dich so einfach auf das Luxusschiff? Aber falls du von der Frau Geld bekommst, dann machen wir halbe halbe, sagte Nico und startete den Wagen. Ein Mann im weißen Overall stieg die Metallgittertreppe von der oberen Ebene im Maschinenraum der Ocean Emerald hinunter, bis er den Boden aus Stahlplatten erreichte, der zugleich die oberste Schicht des doppelten Schiffsbodens bildete. Mit forschen Schritten ging der Mann am Dieselgenerator vorbei in Richtung Heck. Verstohlen blickte er auf die Überwachungskamera und wechselte dann auf die andere Seite, wo das Auge der Kamera nicht hinreichte. Der Mann an. Zum Schluss befestigte er den Zünder an der Sprengladung. Auf dem Pier vor dem Schiff herrschte reges Treiben. Näher kann ich nicht ran, sagte Nico mit Blick auf die Uhr, und wenn ich jetzt sofort zurück fahre, schaffe ich es bis vier. Ja, ja, fahr nur. Aro sprang aus dem Wagen. In der Hand hielt er eine Plastiktüte von City Market, in der die Papiere von Juliette Dupont steckten. Unsicher blickte Aro durch den Zaun auf den Pier. Aus einem Bus mit verdunkelten Scheiben strömten Touristen zur Gangway. Aro ging auf das Tor zu, durch das die Busse hinein und hinaus fuhren. Daneben stand ein groß gewachsener Mann mit Trekkingstiefeln, Sonnenbrille und blaugrauem Overall, auf dessen Rücken Security stand. Der Mann hatte sich den Kopf kahl rasiert und machte einen mürrischen Eindruck. Hallo! Aro schaute dem Wachmann in die Augen, aber der antwortete nicht. Gehörte er zur Crew des Schiffes? Verstand er kein Finish? Excuse me, versuchte es Aro laut und deutlich. Was gibt's, gab der Mann auf Finish zurück. Ich habe etwas gefunden, das einem Passagier der Ocean Emerald gehört. Aro hielt der Mann die Plastiktüte hin und der holte den Pass und den Schiffsausweis heraus. Dann nahm er sein Funkgerät vom Gürtel und sprach ein paar Worte hinein. Okay, siehst du den in der weißen Uniform unten an der Gangway? Der Sicherheitsmann deutete auf einen Mann, der aussah wie ein Italiener und beobachtete, wie die Passagiere an Bord gingen. Geh hin und rede mit ihm, er weiß, dass du kommst. Aro nickte und ging auf die Gangway der Ocean Emerald zu. Er blickte zu den Balkons der Kabinen hinauf, wo kleine Tische und gepolsterte Deckstühle auf die von ihrem Ausflug zurückkehrenden Passagiere warteten. Auf Deck 9 hatte Emilio, der als Steward auftrat, einen Wäschewagen in Gang 1 abgestellt. Er wusste, dass zehn Meter weiter in der Deckenlampe eine Überwachungskamera versteckt war, die man nicht sah, wenn man nichts davon wusste. Gang 1 war wichtig, denn er befand sich in unmittelbarer Nähe der Kommandobrücke. Und die Kommandobrücke auf einem Schiff war so wichtig wie das Cockpit in einem Flugzeug. Er hatte den Wäschewagen so platziert, dass die Linse der Überwachungskamera nicht die Luke in der Wand erfassen konnte, die Emilio geöffnet hatte. Hinter der Luke befand sich ein Verteilerkasten und dort sollte er den ferngesteuerten Zünder für die Semtex Sprengladung verstecken. Craig Thompson, der Wolf, wie man ihn nannte, hatte im Kontrollraum Papierkram zu erledigen, aber hin und wieder warf er pflichtbewusst einen Blick auf die Monitore. Beim FBI war er gefeuert worden, weil er bei einer gemeinsamen Operation mit den Kollegen vom Rauschgift Dezernat seine Pflichten vernachlässigt hatte und infolgedessen zwei Agenten ihr Leben verloren. Der Vorwurf war entsetzlich gewesen, in jeder Hinsicht und seitdem hatte Thompson bei Dingen, die mit der Arbeit zu tun hatten, noch höhere Ansprüche an sich selbst. Das machte die beiden Agenten nicht wieder lebendig, aber es war die einzige Möglichkeit, seine Selbstachtung wiederzufinden. Auf einmal hielt Thompsons Blick auf dem Bild von Gang 1 in der Nähe des Eingangs zur Kommandobrücke inne. Warum stand der Wäschewagen des Stewards auf dem Gang? Die Kabinen wurden doch noch gar nicht für die Nacht fertig gemacht. Es war nicht ungewöhnlich, dass mal irgendwo ein Wagen vergessen wurde, aber selten war es doch, und auf Abweichungen hatte Thomson stets ein Auge. Er ging mit dem Gesicht näher an den Monitor heran und erkannte hinter dem Wäschewagen kurz die Silhouette des Stewards. Dort schien also bloß jemand zu arbeiten. Thompsons Blick fuhr weiter über die Monitore hinweg, dann kehrte er zum Computer Bildschirm zurück, wo die Passagierliste zu sehen war. Sie war das wichtigste Werkzeug für den Mann, der für die Sicherheit auf dem Schiff zuständig war. Das zweitwichtigste war die Liste der Crewmitglieder. In diesen beiden Verzeichnissen waren all die Menschen aufgeführt, die sich auf dem Schiff befanden und der Mensch war der zentrale Risikofaktor. Über nichts anderes musste sich Thompson ähnlich große Sorgen machen. Ab und zu benutzten Drogen kuriere Kreuzfahrtschiffe und weil auf solchen Schiffen fast ausschließlich wohlhabende Leute fuhren, zogen sie auch Diebe, Schwindler und andere Plagen an. Solche Leute durften jedoch nicht den guten Ruf der Reederei verderben. Er ging noch einmal die Daten der drei in Helsinki an Bord gekommenen Passagiere durch. Ein Diplom-Ingenieur im Vorruhestand, der Nokia als seinen ehemaligen Arbeitgeber angegeben hatte, dessen Ehefrau sowie eine gewisse Juliette Dupont. Aus den Personenangaben ging nicht hervor, warum diese Geschäftsfrau aus Paris ausgerechnet in Helsinki an Bord ging. Damit war nicht unbedingt zu rechnen gewesen und diese Abweichung vom üblichen veranlasste Thompson dazu, sich etwas eingehender mit der Frau zu beschäftigen. Sie Kategorie auf Deck 8, und zwar die Nummer 8062. Vielleicht hatte die Dame einen finnischen Geliebten. Sicherheitshalber tippte Thompson auf der Passagierliste ein X hinter den Namen der Frau. Ihm stand ein Passagier Profilprogramm zur Verfügung, wie es auch die Fluggesellschaften benutzten, aber das lieferte nur sehr grobe Resultate. Thompson verließ sich lieber auf seinen Instinkt und seine Berufserfahrung. Er hatte auch bei vielen anderen Passagieren eine Anmerkung gemacht, was jedoch noch lange nichts Negatives bedeutete. Zum Beispiel stand bei David C. Rubinstein, der in einer Suite untergebracht war, VIP. Rubinstein gehörte einer der größten Baufirmen in den USA und normalerweise hatte er immer einen Bodyguard dabei, aber auf dem Schiff war das nicht nötig. Einen weniger schmeichelhaften Kommentar hatte Thompson bei dem Passagier mit dem Namen Philippe Delacroix eingetragen. Kunsthändler unter anderem wegen Kontakten zur Mafia unter Verdacht, Stahl während des Irakkriegs Kunstwerke aus Bagdad, keine Vorstrafen, fuhr im April-Mai mit der Ocean Jewel von Buenos Aires nach Genua, 21 Tage in der Veranda Suite, 55.000 Dollar das Ticket. Delacroix war einer, für den sich Thompson interessierte. Die Ocean Jewel war ein Schwesterschiff der Ocean Emerald und der Kunsthändler schien nicht schlecht über die Runden zu kommen, wenn er nach drei Wochen Kreuzfahrt sobald schon wieder auf einem Luxusliner auftauchte. Thompson beschloss an seine ehemaligen Kollegen beim FBI eine Anfrage zu Delacroix zu schicken. Davon hatten in solchen Fällen beide Seiten etwas. Die Behörden waren dankbar für Hinweise von draußen und Thompson blieb über die Hintergründe seiner Risikopassagiere auf dem Laufenden. Er beschloss, auch mit dem Kapitän über das Thema zu sprechen. Aro wartete neben der Gangway. War sein vielversprechendes Vorhaben hier schon zu Ende? Die Passagiere, die an ihm vorbeigingen, trugen reichlich Schmuck und an ihren Handgelenken blitzten goldene Uhren. Der Mann in der weißen Uniform, der sich um sie kümmerte, machte einen viel zu beschäftigten Eindruck und schenkte Aro keinerlei Beachtung. Schließlich schob sich Aro unmittelbar an den Mann heran. Excuse me, sagte er deutlich. Der Uniformierte wandte sich zu ihm und lächelte. Yes, my young friend. Aro zog die City Market Plastiktüte unter dem Arm hervor und trug sein Anliegen vor. Warte einen Moment. Der Mann nahm sein Funkgerät zur Hand, sprach ein paar Sätze hinein und sah Aro mit seinen braunen Augen an. Du kannst die Sachen ins Börser Büro bringen. Oben am Eingang holt dich jemand ab. Aro strahlte über das ganze Gesicht. Cheers, mate, sagte er wichtig du resch, was er von den Briten gelernt hatte und schoss wie ein Blitz die Gängere hinauf. Am Eingang stand eine Durchleuchtungsanlage, wie man sie von Flughäfen kannte. Eine asiatische Bedienstete bat Aro gewissenhaft, seine Plastiktüte dort abzulegen. Trotz aller Aufregung kam er sich furchtbar wichtig vor, als er zusah, wie sich seine Tüte auf dem Förderband vorwärts bewegte. Man behandelte ihn wie einen Erwachsenen. Dann führte ihn die Frau zum Metalldetektor. Auf der anderen Seite wurde er von einer lächelnden jungen Frau in weißer Uniform in Empfang genommen. Hi, ich heiße Carol. Aro Nortamo. Aro hatte schon vor Jahren gelernt, dass man mit einem festen Händedruck und einem geraden Blick in die Karel führte ihn zu den Aufzügen in der Eingangshalle. Der blau-rot gemusterte Teppichboden war weich, überall hingen Gemälde in goldenen Rahmen. Zu hören war nur das leise Rauschen der Klimaanlage. Die Atmosphäre hatte eine ganz andere Klasse als auf den Fähren, die zwischen Finnland und Schweden verkehrten. Ich habe gerade Juliette Dupont in ihrer Kabine angerufen. Sie ist wirklich glücklich darüber, dass du ihre Papiere gefunden hast. Karel lenkte Aro in einen Lift und hielt die Tür noch für zwei weitere Passagiere offen. Sie begrüßte die beiden höflich. Die etwa 35-jährige schöne Südamerikanerin erwiderte den Gruß, aber ihr Begleiter, ein lauter amerikanischer Fettwanst, der bestimmt zehn Jahre jünger war, schien Karel überhaupt nicht wahrzunehmen. Das Paar stritt sich über etwas, das offenbar mit Gesang zu tun hatte, bis sie auf Deck sieben ausstiegen. Ein wichtiges Gespannen aus Miami, sagte Karel lächelnd zu Aro, als der Lift lautlos weiter nach oben fuhr. Die Dame ist die dritte Ehefrau des Präsidenten der Rederei und der Mann der Sohn des Präsidenten aus einer der vorigen Ehen. Die Stiefmutter erträumt sich eine Karriere als Nachfolgerin von Jennifer Lopez und tritt hier auf dem Showdeck auf. Der Aufzug hielt an und die beiden traten in eine hohe Halle mit Marmor Fußboden. Am anderen Ende sah man eine breite Treppe mit zwei gläsernen Aufzügen. Aro hatte das Gefühl, in eine Geschichte aus tausend und einer Nacht einzutreten. Was Madame Dupont angeht, so müssen wir ihr einen neuen Schiffsausweis besorgen, sagte Carol, während sie weitergingen. Ist so ein Ausweis wichtig? fragte Aro. In seinem Kopf ratterten schon die Zahlen des Finderlohns. Von jedem Passagier wird im Ausgangshafen eine Digitalaufnahme gemacht, bevor er an Bord geht. Das Foto wird sowohl in unser Informationssystem eingespeist, als auch in den Schiffsausweis integriert, damit sich zum Beispiel hier in Helsinki von Bord geht, zieht er den Ausweis durch ein Lesegerät. Dann wissen wir, dass die betreffende Person an Land ist. Carol ging auf das Pörserbüro auf der linken Seite der Halle zu. Dort wurden sämtliche finanziellen und kaufmännischen Angelegenheiten geregelt. Außerdem Passagier- und Mannschaftslisten geführt und die Passabfertigung überwacht. Wenn der Passagier auf das Schiff zurückkommt, zieht er den Ausweis erneut durch das Lesegerät. Dann sieht unser Mitarbeiter auf dem Monitor das Foto und die Daten der betreffenden Person. Für die Sicherheit ist der Schiffsausweis also sehr wichtig. Carol trat mit Aro an den Schalter und wandte sich an den jungen Mann, der dort Dienst tat. Er trug einen dunklen Anzug und eine dezente Krawatte. Josch, würdest du bitte Madame Dupont in der Suite 8062 anrufen und sie bitten hierher zu kommen. Auf Deck 9 in Gang 1 unweit der Kommando Brücke kauerte ein Mann in Stuart Uniform am Boden. Emilio Fernandez versuchte mit Hilfe eines starken doppelseitigen Klebebands den ferngesteuerten Zünder an der Decke des Verteiler Kastens zu befestigen, aber zu viele Kabel waren ihm im Weg. Er wusste, dass er sich keine Sekunde länger als unbedingt nötig auf dem Gang aufhalten durfte. Auch wenn er den Wäschewagen als Sichtschutz vor das Auge der Kamera gestellt hatte, fühlte er sich keineswegs sicher. Bei seiner Arbeit auf dem Schiff hatte er schnell gemerkt, dass Thompson seinen Spitznamen nicht von ungefähr trug. Sie nannten ihn den Wolf und der Wolf würde mit Sicherheit Verdacht wittern, wenn Emilio nicht bald mit seinem Wagen verschwand. Craig Thompson lockte sich aus dem Bordinformationssystem aus, schob einige Unterlagen für die Besprechung auf der Kommandobrücke in seine Aktenmappe und verschloss sorgfältig die Tür zum Kontrollraum. Als er am Pörserbüro vorbeikam, winkte er und rief, »Carol, gehen wir morgen in St. Petersburg zusammen Mittagessen? Von mir aus gern. Dort kann man einen eigenen Bodyguard bestimmt gut gebrauchen, lachte Carol. Vor ihr am Schalter stand ein schmächtiger Junge mit einer Plastiktüte in der Hand. Er wirkte etwas verloren. Thompson musterte ihn im Vorübergehen, denn auf dem Schiff gab es so gut wie keine Kinder. Thompson ging drei Stockwerke weiter hinauf und betrat den vorderen Teil des Kabinendecks. Als er um eine Ecke bog, bemerkte er den Wäschewagen. Er beschleunigte seine Schritte und erkannte auf der anderen Seite des Wagens den Steward, der noch immer in gebückter Haltung vor der offenen Tür eines Verteilerkastens hantierte. »Guten Abend«, sagte Thompson scharf. »Darf ich fragen, was du am Verteilerkasten zu schaffen hast?« Der Steward, ein etwa dreißigjähriger Filippino, sprang auf. »Ich, äh, die Klappe stand offen und ich hab nur versucht, sie zuzumachen, aber da unten ist dauernd ein Kabel im Weg.« Thompson trat einen Schritt näher und warf einen Blick in den Verteilerkasten. Er drückte die Kabel hinein und schloss die Tür ab. »Das nächste Mal meldest du es dem Elektriker und fängst nicht selber an, daran herumzufummeln.« Thompson setzte seinen Weg fort. Automatisch prägte er sich den Namen des Stewards ein, den er auf dem Namensschild an der Brust gelesen hatte. Emilio Fernandez. Im Bugbereich des Decks befand sich eine hellgraue Tür, an der kein Schild anzeigte, wohin sie führte. Thompson zog seine Schlüsselkarte durch das Lesegerät neben der Tür und stieg anschließend die Stufen zur Kommandobrücke hinauf. Oben musste er an einer zweiten Tür einen vierstelligen Zahlencode eingeben. Von der Decke starrte ihn die schwarze Linse einer Überwachungskamera an. Das Herz des Schiffes war gegen unerwünschte Besucher abgeschirmt. Leise klickte das Schloss. Gleichzeitig gab ein Lämpchen grünes Licht. Thompson zog die Tür auf und betrat einen kleinen Vorraum, den er rasch durchschritt. Die Tür zur eigentlichen Brücke stand offen, obwohl auch sie den Sicherheitsbestimmungen gemäß hätte geschlossen sein müssen. Kapitän Hagen stand am Steuerpult und sprach mit dem dritten Steuermann, der seinem Chef gerade einen Computerausdruck zeigte und ihm einige Details darauf erläuterte. Wolf, ist etwas Dramatisches passiert? Der Kapitän lächelte gelassen. Thompson ärgerte sich über die gutwillige Gleichgültigkeit, mit der ihm der Kapitän begegnete. Er nahm die Grundriss Zeichnungen von der Anlegestelle in St. Petersburg aus seiner Mappe im dortigen Hafen. Ich schlage vor, dass die Passagiere den Ausgang der Crew benutzen. Der Weg zu den Aufzügen ist länger, aber in dem Gang, der zur Halle führt, ist eine Überwachungskamera angebracht, was unsere Arbeit erleichtert. Der Kapitän schüttelte den Kopf. Viele Gäste werden am Abend zu einer privaten Ballettvorführung im Schuvalov Palast gehen. Das ist eine kleine Überraschung Plastikfußboden und so weiter, das passt einfach nicht. Frustriert ging Thompson einige Routinefragen durch, die vom Kapitän mit etwas mehr Wohlwollen zur Kenntnis genommen wurden. Thompson dankte dem Kapitän und ging. Als er in den Kabinengang trat, stellte er fest, dass der Steward mit seinem Wagen verschwunden war. Er blieb bei dem Verteilerkasten stehen und versuchte ihn zu öffnen. Die Tür war abgeschlossen, wie es sich gehörte. Alle Verteilerkästen auf dem Schiff waren hinsichtlich der Sicherheit wichtige strategische Punkte. Aro wollte schon jede Hoffnung auf ein Interesse Juliette Dupons an den Dokumenten aufgeben, da öffnete sich die Tür eines der Aufzüge gegenüber dem Pörserbüro. Eine etwa 30 Jahre alte sportliche Frau kam heraus. Aro erkannte sie vom Foto auf dem Schiffsausweis wieder. Madame das hier ist Aro der finnische Junge, der ihre Papiere gefunden hat. Carol legte Aro die Hand auf die Schulter. Good afternoon, sagte Aro. Very good afternoon to you. Juliette Dupont schaute Aro lächelnd an, aber irgendwie wirkte ihr Lächeln nicht ganz echt. Ich heiße Juliette. Aro Nortamo. Aro gab ihr die Hand und überreichte die Plastiktüte. Die Frau blickte hinein und schien erleichtert und angespannt zugleich. Möchtest du dich ein bisschen auf dem Schiff umsehen? Ich könnte dich aufs Lidodeck begleiten. Dort gibt es einen Eissalon. Aro sah auf die Uhr. Das Schiff legte um sechs ab, er hatte also noch zwei Stunden Zeit. Ja, das ein oder andere Eis konnte man da schon essen und bei der Gelegenheit über den Finderlohn verhandeln. Carol gab ihm einen Ausweis mit der Aufschrift Visiter, den er an seiner Jacke befestigte. Nachdem sie den Aufzug betreten hatten, musterte Juliette Aro aufmerksam. Erzähl mir doch mal, wo genau du den Koffer gefunden hast. Das war bei einem Rastplatz in der Nähe von Hamina. Ich war mit meinem Freund Nico dort mit dem Auto. Eigentlich hatten wir nach einem anderen Koffer gesucht, der bei einem Raubüberfall verschwunden war. Die Versicherung hat dafür einen Finderlohn ausgesetzt. Aro merkte, wie die Frau die Tüte immer fester umklammerte, je weiter er in seinem Bericht vorankam. Dein Freund? Nico? Er hat meinen Pass auch gesehen? Ja, er hat mich mit dem Auto zum Hafen gebracht. Wartet dein Freund draußen auf dich? Nein, ich fahre mit dem Bus nach Hause. Ich habe mir ernsthafte Sorgen gemacht, als ich merkte, dass der Koffer weg war, sagte Juliette und klang endlich einmal aufrichtig. Aro hätte sie gern gefragt, wie der Diplomatenkoffer in den Wald geraten war oder was sie hier in diesem Kabinengang taten, aber er wollte nicht unhöflich sein. Vielleicht hatte die Frau ihr Portemonnaie in der Kabine vergessen. Wo wohnst du? fragte Juliette auf dem endlos erscheinenden Gang. In Brüssel, mein Vater arbeitet dort. Was macht er beruflich? Er ist für unser aller Sicherheit verantwortlich, sagte Aro stolz. Er arbeitet bei der Verbrechens Aufklärungseinheit der EU. Das ist sicher spannend. Die Stimme der Frau klang mit einem Mal wachsam und nervös. Wo gehen wir eigentlich hin? fragte Aro unsicher. Ist der Eissalon hier in der Nähe? Dein Vater scheint den Traumjob eines jeden Jungen zu haben, sagte Juliette, ohne auf seine Frage einzugehen. Ja, aber ein James Bond ist er nicht. Er hockt bloß in Sitzungen und trinkt viel zu viel Kaffee, sagt er jedenfalls. Die Kabinen Nummern wurden kleiner. 7047, 7045, der Gang wollte und wollte nicht enden. Wo gehen wir denn nun hin? Die Frau antwortete nicht. Die angenehme Atmosphäre zwischen ihnen hatte sich in nichts aufgelöst. Womöglich würde es gar nicht so einfach sein, über den Finderlohn zu verhandeln, wie Aro sich das vorgestellt hatte. Vor der Tür mit der Nummer 7039 blieb die Frau stehen und klopfte energisch an. Die Tür ging auf und sie traten ein. Der Raum dahinter erinnerte an ein großes Hotelzimmer. Die Frau schloss die Tür hinter ihnen. Erst da erblickte Aro den Mann mit Sonnenbrille und Halstuch, der in der Kabine auf sie gewartet hatte. Er hielt Aro den Mund zu, drehte ihm einen Arm auf den Rücken und nahm ihn fest in den Griff. Tut mir sich. Würdest du freundlicherweise aufhören, fuhr die schöne Südamerikanerin den jüngeren Mann an, der in der Pianobar der Ocean Emerald mit seinen Wurstfingern auf dem Tisch trommelte. Ich kann mich nicht auf meinen Liedtext konzentrieren, wenn du so unruhig bist. Das ist nicht mein Problem, schnaufte Max Launey Junior und drehte die Opernmusik, die aus dem Kopfhörer in seine Ohren strömte, noch lauter. Richard Wagners Siegfried. Alles an Max war maximal. Sein Gewicht, der Preis seiner Klamotten, die Menge der Unterhaltungselektronik an seinem Gürtel, nur die Körpergröße war zu klein ausgefallen. Max schluckte den letzten Bissen seines Hamburgers hinunter und warf das zerknüllte Papier auf den Tisch. Er mochte die Gourmet Restaurants auf den Schiffen seines Vaters nicht, sondern aß auch hier das gleiche Zeug, an das er sich in den 25 Jahren seines Lebens in Miami gewöhnt hatte. Der Kellner kam und pflückte mit der kühlen Geste des Profis das Papier Knäuel vom Tisch. Ich kann mir den Schluss des Refrains einfach nicht merken, lamentierte Gabriela. Max rülpste. Who cares, wo doch Piave solch ein fantastisches Libretto für Rigoletto geschrieben hat, sagte er und steckte sich einen Zigarillo an, obwohl das Rauchen in diesem Teil der Pianobar verboten war. Deine Lieder bedeuten niemandem etwas, mir jedenfalls nicht und Vater Hör auf, Maximilian, wir müssen lernen, miteinander auszukommen, wie Mutter und Sohn. In dem letzten Satz lag ein ironischer Unterton. Max blies seiner Stiefmutter den Rauch direkt ins Gesicht und sagte leise, du bist nicht meine Mutter, sondern eine Glücksretterin, die hinter dem Geld meines Vaters her ist. Verzeihung, merkte der Kellner von der Seite an, jemand hat sich wegen des Rauchs beschwert. Ich wollte sowieso gerade gehen, fuhr Max den Mann mit Ich würde sogar den ganzen Kahn verlassen, wenn er nicht gerade in diesem Kaff hier vor Anker liegen würde. Er schlug mit der Faust auf den Tisch, stand energisch auf und warf fast seinen Stuhl um, als er an dem dünnen, kerzen gerade dastehenden Kellner vorbei auf den Gang hinaus walzte. Er ging am Internet Café und an der Bibliothek vorbei zum Segar Club hinter dem Casino. An der Tür wäre er beinahe mit einer attraktiven, ganz in Schwarz gekleideten Frau zusammengestoßen. Attention fuhr sie ihn an und ging eilig davon. Voller Bewunderung sah Max der Frau nach und zog sich dabei die Hosen über seinem Bauchgewölbe hoch. Juliette Dupont drosselte das Tempo, als sie sich auf Deck 6 dem Büro näherte. Außerdem zwang sie sich zu einem ruhigen, freundlichen Gesichtsausdruck. Die Pörserin hinter dem Schalter erkannte sie wieder. Madame Dupont, haben sie ihre Sachen zurückerhalten? Juliette rang sich ein so herzliches Lächeln ab, wie nur irgend möglich. Das habe ich. Danke für ihre Hilfe. Unseren tüchtigen finnischen Freund habe ich hinaus begleitet. Sie reichte der Pörserin Aros Besucherausweis. Den brauchen sie sicher noch. So gleich verließ Juliette den Schalter wieder. Jetzt war jedes Gerede überflüssig. Es kam darauf an, auf Zeit zu spielen, bis das Schiff den Hafen verließ. Wenn an Land jemand den Jungen vermisste, würde dessen Freund sagen können, wessen Pass sie gefunden hatten. Aber bis dahin würden gut und gern zwei Stunden vergehen. Indem sie den Jungen an Bord festhielten, stellten sie sicher nicht vorzeitig aufzufliegen. Das auftauchen des Jungen sorgte für zusätzliche Spannung bei der geplanten Operation. Aber Juliette liebte Herausforderungen. Im Haus des Präsidenten der Reederei Emerald Cruises in Coral Gables, Miami, klingelte das Mobiltelefon. Es lag auf einem blank polierten antiken Tisch aus Kirschbaumholz. Der sechzigjährige, kleingewachsene Mann nahm es in die Hand und erkannte auf dem Display die Nummer seines Sohnes. Max, wie geht's? fragte er sanft. Miserable. Was stimmt denn jetzt schon wieder nicht? seufzte Max Launy Senior, ließ sich auf den Schreibtischstuhl sinken und richtete seinen Blick auf ein Foto von Gabriela. Gar nichts stimmt. Dein Schiff ist voller Idioten, man lässt mich nicht spielen. Wo seid ihr? In Helsinki. Versuch dich ein wenig zu gedulden, bis ihr auf dem Meer seiten das Casino geöffnet wird, seufzte Launy erneut und drehte sich zum Fenster um. Wassertropfen rannen über die Scheibe, die schwarzen Wolken am Horizont wälzten sich der Stadt entgegen. Und vergiss nicht, was wir im Zusammenhang mit dem Spielen vereinbart haben. Es gibt kein Geld zum Verpulvern, Max. Oder willst du später mal ein konkursreifes Unternehmen erben? Es gibt hier nichts zu tun. Warum müssen wir überhaupt in so einem Kaff halt machen, von dem noch nie jemand was gehört hat? Genau deshalb, sagte Launy geduldig. Würden wir Amerikaner mehr über diese Käfer wissen, würde man uns vielleicht weniger hassen. Sollen sie uns nur hassen, solange sie Angst vor uns haben, knurrte Max. Launy gab sich Mühe, seinen Ärger hinunter zu schlucken. Wie war aus seinem Sohn nur so ein großmäuliger Idiot geworden. Ist Gabriela in der Nähe? Die zieht sich gerade in der Pianobar einen Liedtext rein, ist angeblich so wahnsinnig kompliziert. Sprich nicht in diesem Ton über sie, sagte Launy streng und stand auf. Versuch dich wenigstens einmal anständig zu übernehmen, ich muss ins Büro. Launy Senior wäre am liebsten zu Hause geblieben, hätte sich unter der Decke verkrochen und ganz Emerald Cruises vergessen. Aber das ging leider nicht. Die Zukunft des Unternehmens hing jetzt von der Barmherzigkeit der Banker ab. Warum meldete sich Aro nicht? Nico starrte verwundert auf sein Handy, während er mit einem Auge verfolgte, was auf der Mattscheibe passierte. Sich nicht zu melden war überhaupt nicht Aros Art. Vielleicht steckte er in harten Verhandlungen über den Niko bereute es nicht mitgekommen zu sein. Seine Erfahrung wäre vielleicht nützlich gewesen. Oder es war genau umgekehrt und die Geldbörse öffnete sich einem kleinen Bengel viel leichter. Niko kam wieder die unschöne Episode im Auto von Aros Vater in den Sinn. Niko hatte echt Schiss gehabt. Aber Timo Nordamo hatte sich beherrscht und alles ruhig durchgesprochen. So ein erfahrener Ex-Bulle musste sich eben im Griff haben. Und Niko hatte sich ziemlich geschämt. Was war in dem Plattenladen eigentlich in ihn gefahren? Aro war ein echter Freund, genauer gesagt der einzige, auf den er sich verlassen konnte. Niko beschloss diesen miesen Streich, den er Aro gespielt hatte, wieder gut zu machen. Er versuchte sich auf den Film zu konzentrieren, aber der Gedanke an den Anruf ließ ihm keine Ruhe. Philippe Delacroix legte noch ein Handtuch auf den Sprengsatz in Julietts Sporttasche und machte den Reißverschluss zu. Wegen des Jungen hatte er sich entschieden, den Beginn der Operation um eine Stunde vor zu verlegen. Sobald das Schiff die finnischen Hoheitsgewässer verließ, würden sie loslegen. Aber sie mussten sich darauf gefasst machen, dass der Junge schon früher gesucht wurde. Dann würde sich die Aufmerksamkeit auf die Frau mit dem französisch klingenden Namen richten. Juliette warf sich die Tasche über die Schulter. Sie wirkte angespannt, aber Delacroix verließ sich felsenfest auf sie. In ihrer Jugend hatte sie eine Menge Einbrüche verübt, sie hatte vier erfolgreiche Raubüberfälle hinter sich und außerdem hatte sie zusammen mit Delacroix eiskalte Kunstdiebstähle in den bestgeschützten Museen und Privatsammlungen der Welt durchgeführt. Solche Aktionen fielen nicht jeden Monat an, sondern nur ein, zweimal im Jahr. Qualität statt Quantität lautete die Devise. Auch Juliettes Schwester hatte in den letzten Jahren an verschiedenen Operationen teilgenommen und auch diesmal war Eva auf ihre Art beteiligt. Mit der Tasche über der Schulter verließ Juliette die Kabine und trat auf den Gang hinaus. An seinem Tisch im Kontrollraum riss Craig Thompson eine Cola Dose auf und nahm einen großen Schluck. Er ließ den Blick über die Monitore schweifen. Die Fahrzeuge, die an der Versorgung der Ocean Emerald beteiligt waren, entfernten sich nach und nach vom Pier. Bald würde die Gangway geschlossen werden. Die Crew bereitete bereits das Auslaufen des Schiffes vor. Thompson öffnete den Brief, den der Schiffsagent in Helsinki mit der übrigen Post an Bord gebracht hatte. Der Umschlag enthielt das neue Kreuzfahrtprogramm der Queen Mary II von der Rederei Cunard. Thompson blätterte blätterte Broschüre durch. Die größten Kabinen trugen die Namen der Residenzen des britischen Königshauses Sandringham, Windsor, Balmoral und Buckingham und gingen über zwei Stockwerke. Einige davon verfügten über mehr als 200 Quadratmeter Fläche. In dem Moment meldete sein Computer das Eintreffen einer neuen E-Mail. Thompson öffnete die Mitteilung. Sie kam von seinem ehemaligen Kollegen, dem er eine Anfrage Delacroix geschickt hatte. Hallo Wolf, wie lebt es sich denn so auf einem Millionärsschiff? Interessant, dass Delacroix an Bord ist. Er steht ständig und unverrückbar auf unserer Liste der zu beobachtenden Personen. Seitdem ihre Konten eingefroren sind und der Geldverkehr überwacht wird, verschiebt Al-Qaida ihr Geld mit Hilfe von Kunst- und Diamantengeschäften und Delacroix hat sich in den entsprechenden Kreisen bewegt. Unter anderem im April in Buenos Aires. Ihn solltest du im Auge behalten. Besorgt speicherte Thompson die Mail. Er stand auf und sah noch einmal auf die Reihe der Monitore. Die Gangway wurde entfernt, die Leinen am Heck und am Bug des Schiffes wurden gelöst und gleich darauf war Wasser zwischen Schiff und Pier zu erkennen. Tomsons Blick hielt bei dem Bild inne, das aus dem Fitnessraum kam. Die Französin schlängelte sich zwischen den Geräten hindurch zur Damenumkleidekabine. Dort gab es keine Überwachungskamera. Das traditionelle Nebelhorn tutete dreimal zum Zeichen des Aufbruchs. Aro lag auf dem Kabinenboden auf dem Bauch, man hatte ihn mit Handschellen an einen Bettpfosten gefesselt. Er drehte den Kopf, soweit es ging, bis er den unteren Rand des Panorama-Fensters sehen konnte, vor dem sich die Hafengebäude immer weiter entfernten. Langsam, aber sicher. Er ließ den Kopf wieder auf den Teppichboden der Suite sinken, und schluckte schwer. Seine Unterlippe begann zu zittern. Nie zuvor hatte er sich so einsam und verlassen gefühlt. Seine Eltern würden sich Sorgen machen, wenn er nicht nach Hause käme, und dann würde Nico ihnen erzählen, was vorgefallen war. Doch bis dahin konnte auf dem Schiff schon wer weiß, was passiert sein. Was würde sein Vater, der Profi, in einer solchen Situation tun? Zumindest würde er sich nicht der Verzweiflung hingeben. Aro biss sich auf die Lippe. Noch war nichts verloren, außer der Freiheit, und die konnte er auf irgendeine Weise wiederbekommen. Er musste jetzt nur versuchen, sich zu beruhigen und klar zu denken. Da die Zwischentür zum Rest der Suite einen Spaltbreit offen stand, hörte er, wie die Tür der Kabine aufgemacht wurde. Aro erschrak. Jemand kam mit der Schlüsselkarte herein. Im Zimmer nebenan ging das Licht an. Man hörte gedämpfte Männerstimmen. Aro drehte den Kopf, soweit es ging, um durch den Türspalt ins Nebenzimmer spähen zu können. Auf dem Fußboden lag eine Umhängetasche, in die zwei Hände gerade mit langsamen Bewegungen einen offenbar schweren Klumpen hineinlegten. Mehrere bunte Kabel hingen an dem Ding. Sprengstoff! Aro traute seinen Augen nicht. Waren das Terroristen? Auf jeden Fall hatten sie tatsächlich etwas Schreckliches vor. Womöglich wollten sie das Schiff in die Luft sprengen. Und er war der Einzige, der davon wusste. Max Launey Junior walzte als erster ins Casino, sobald die Glastür aufging. Er nahm den erstbesten Spielautomaten in Beschlag und fütterte ihn mit Münzen. Wie hypnotisiert starrte er auf die rotierenden Bilder und stoppte sie irgendwann per Knopfdruck. Das Klimpern versprach einen glücklichen Gewinn. Gerade als Max sich nach vorn beugte, um die Münzen aus dem Fach zu schaufeln, wurde er fast aus dem Gleichgewicht gebracht, weil jemand ihn im Vorübergehen aus Versehen mit einer Umhängetasche anstieß. »Passen Sie doch auf!« schnauzte Max dem Besitzer der Tasche an. »Ich bitte um Verzeihung«, erwiderte der Mann mit dem Seidenhalstuch auf Französisch. Delacroix blickte sich aufmerksam im Casino um. Die Groupiers bereiteten die Tische vor und hier und da sah man bereits die ersten Gäste. Delacroix ging direkt auf die Herrentoilette. In dem mit Marmor, Grünpflanzen, Halogenspots und Keramikmustern überladenen Raum kam gedämpft das Cellokonzert von Elgar aus den Lautsprechern. Delacroix lächelte über diesen Zufall, denn Edward Elgar gehörte zu seinen Lieblingskomponisten. Er hielt kurz inne, um sich zu vergewissern, dass er alleine war. Dabei merkte er, wie sich sein Magen vor Anspannung zusammenzog. Das war ein gutes Zeichen. Die Toilettenkabinen waren mit gekachelten Zwischenwänden unterteilt. Delacroix begab sich in die äußerste Ecke zu einer Grünpflanze und ging neben dem großen Blumenkübel in die Hocke. Die Pflanze sah echt aus, war aber aus Kunststoff. Von der Tür aus konnte Delacroix nicht gesehen werden, aber vorsichtshalber legte er trotzdem seinen Kamm auf den Boden, den konnte er aufheben, falls jemand hereinkam. Emilio, der als Huard auftrat, hatte zuvor unter den Füllsteinchen im Blumenkübel den Zünder versteckt, dessen Kabel Delacroix nun rasch ausgrub. Er nahm eine Plastiktüte aus seiner Umhängetasche und schaufelte die leichten Steinchen hinein, um Platz in dem Kübel zu schaffen. Dann nahm er den Klumpen Semtex Sprengstoff aus der Tasche, schloss vorsichtig die Kabel des ferngesteuerten Zünders an und legte den Sprengsatz ganz sanft in die Mulde im Blumenkübel. Er streute Füllsteine darüber, strich sie glatt, hob seinen Kamm vom Boden auf und trat ans Waschbecken, um sich die Hände zu waschen. Sie hatten diesen Platz nicht zufällig gewählt. Die Herrentoilette des Casinos befand sich neben der bugseitigen Aufzugshalle auf Deck 7 und es gab dort keine Überwachungskamera. Wenn die Bombe explodierte, würde sie ein Loch in die rechte Flanke des Schiffes reißen. Craig Thompson betastete die Schlüsselkarte in seiner Hosentasche. Sie war so kodiert, dass man damit alle Kabinen auf dem Schiff öffnen konnte. Er hatte beschlossen, sicherheitshalber einen Blick in die Suite von Delacroix zu werfen. Noch einmal rief er mit seinem drahtlosen Telefon in der Suite an, um sich zu vergewissern, dass Delacroix nicht da war. Niemand meldete sich. Anschließend ging er zum Schalter des Pörsebüros. Könntest du bitte Philipp Delacroix ausrufen und ihn hierher bitten, sagte er zu Carol. Warum? Vielleicht ist er in seiner Kabine. Ist er nicht? Thompson reichte Carol ein Kuvert, auf das er den Namen Delacroix geschrieben hatte. Gib ihm das hier. Das Kuvert enthielt eine unbedeutende Routine Mitteilung, wie sie regelmäßig in den Kabinen ausgelegt wurden. Aber sie garantierte Thompson jetzt wenigstens einige Minuten für einen ungestörten Blick in Delacroix Kabine. Aber warte noch fünf Minuten und ruf ihn erst dann aus, sagte er zu Carol. wusste, dass Thompson nicht von ungefähr der Wolf genannt wurde. Thompson ging auf die Aufzüge zu, um sich in die Nähe von Delacroix Kabine zu begeben. In dem Moment sah er eine bekannte Gestalt in Richtung Außendeck gehen, den Stuart Emilio Fernandez. Was hatte ein Stuart von Deck 9 hier zu suchen? Thompson änderte die Richtung und folgte dem Mann. Dieser ging auf das Deck hinaus und Thompson heftete sich unbemerkt an seine Fersen. Er wusste, wie man jemanden beschattet. Am Horizont zogen schwere Wolken auf. Der Stuart ging auf das Heck des Schiffes zu. Die Möwen kreischten und schwebten im auffrischenden Wind über den bleigrauen Wellen. Unten sah man ein Boot mit straffen Segeln dem Festland entgegengleiten. Das Paar auf dem Segelboot winkte der Ocean Emerald zu. In Porvo stand Nico im Hof vor dem Haus von Aros Großmutter. Ihr hättet mir von eurem Fund erzählen sollen, sagte Aros Vater Timo, nachdem Nico ihm berichtet hatte, was geschehen war. Komm rein. Aros Mutter Soile kam aufgeregt hinzu. Was ist los? Weißt du, wo Aro ist? Nico erzählte ihr dieselbe Geschichte noch einmal. Versuch ihn mal anzurufen, sagte Soile nervös. Timo tat er den Gefallen und landete erneut auf der Mailbox. Hi, hier ist Aro automatisch. Bitte kein sinnloses Gelaber, es kostet nämlich Geld, die Mailbox abzuhören. Timo hinterließ keine neue Nachricht. Wo bekommen wir die Nummer des Schiffes her? überlegte er laut. Ocean wie? Ocean Emerald, sagte Nico, steht sicher im Internet. Aro würde sie im Handumdrehen finden. Zweifellos, dachte Timo. Aro beherrschte den Computer gut, zu gut. Vor nicht allzu langer Zeit hatte er an das Tastaturkabel vom PC in ihrer Brüsseler Wohnung einen Keycatch angeschlossen. Ein Ein kleines Ding, das die Tastaturanschläge speicherte. Timo hatte dadurch ganz schönen Ärger mit TERA, seinem Arbeitgeber bekommen. TERA war die Abkürzung für Agence pour la lutte contre le Terrorisme, Extremisme et Radikalisme. Es handelte sich dabei um eine Einheit für Verbrechensaufklärung gegen Terrorismus, organisierte Kriminalität und radikale Bewegungen, die von den EU-Mitgliedsstaaten nach dem 11. September 2001 gegründet worden war. Timo fungierte als Vertreter Finnlands bei der TERA. Zuvor hatte er für das zentrale Kriminalamt und für die Sicherheitspolizei in Finnland gearbeitet. Soyle blätterte im Telefonbuch von Helsinki, bis sie die Nummer des Helsinkier Hafenkontors fand und diktierte sie ihrem Mann. Nachdem er mit drei verschiedenen Personen gesprochen hatte, erhielt Timo eine Nummer auf dem Schiff. Scheinbar gefasst und ruhig tippte er die Nummer ein, aber sein Gesichtsausdruck verriet seine Nervosität. Es meldete sich die Pörserin. Sie stellte sich mit dem Namen Carol vor und Timo erklärte ihr, worum es ging. Natürlich kann ich mich an ihren Sohn erinnern, ein pfiffiger Kerl. Ich kann sie mit der Dame verbinden, der ihr Sohn die Dokumente zurückgebracht hat. Vielleicht weiß sie, wohin der junge Mann vom Schiff ausgehen wollte. Einen Moment bitte. Die Verbindung kam zustande, aber niemand meldete sich. Es tutete nur in der Leitung. Timo und Soile schauten einander enttäuscht in die Augen. Philipp de la die Tür seiner Kabine und ging sogleich in den Nebenraum, um einen Blick auf den finnischen Jungen zu werfen. Der Junge hob den Kopf. Ich werde längst gesucht. Mein Vater ist Polizist. Es ist sinnlos. Halt den Mund, zischte Delacroix. Er drehte sich um, verließ den Raum und zog die Zwischentür hinter sich zu. Er blickte auf das Display seines Handys. Die Säule für die Anzeige der Feldstärke war weg. Das Schiff befand sich nicht mehr innerhalb Bilfunknetzes. Delacroix holte tief Atem. Die zwei okay, sagte er leise in sein Ärmelmikrofon. Okay, hörte er Emilios Stimme aus seinem Ohrhörer. Die drei okay? Okay, antwortete Juliette. Die vier okay? Okay, sagte Helmut, der als Passagier auftrat. Delacroix blickte eine Weile in die Ferne. Auf dem dunkelgrauen Wasser leuchteten die Schaumkronen. Aber trotz des Seegangs schaukelte das Schiff nicht, sondern stampfte beständig vorwärts wie ein Zug. Wir fangen an, gab Delacroix das Kommando über sein Mikrofon. Dabei drehte er sich auf dem Absatz um und war mit wenigen schnellen Schritten an der Tür. Jetzt war seine Stunde gekommen. Ein seltsamer dunkler Friede erfüllte ihn. Dieser Zustand wurde je durch die Stimme aus den Lautsprechern zerstört. Mitteilung für Mr. Philippe Delacroix. Sie werden im Pörserbüro erwartet. Mr. Philippe Delacroix. Was ist jetzt los? fragte er sich. Die Pörserin überreichte ihm ein braunes Kuvert, das er sogleich aufriss. Es enthielt eine Routine Mitteilung. Warum war er wegen so etwas ausgerufen worden? Delacroix legte das Blatt Papier auf den Schalter und konzentrierte sich. Ich möchte mit Kapitän Hagen sprechen. Die Pörserin schien überrascht. Ich fürchte, er zu tun. Könnte Ihnen vielleicht jemand anders helfen? Nein, rufen Sie den Kapitän an. Delacroix sah der Frau fest in die Augen. der Frau schien kurz zu zögern, aber dann ging sie einige Schritte in ihr Büro hinein und wählte eine Nummer. Mit gedämpfter Stimme sagte sie ein paar Sätze. Schließlich kam sie heraus und reichte Delacroix den Hörer des schnurlosen Telefons. Kapitän Hagen, sagte Delacroix und trat vom Schalter weg, vor dem nun zwei betagte Damen Haltmachten. Am Apparat entgegnete eine Männerstimme mit deutschem Akzent auf Englisch. Ich habe dringend etwas mit ihnen zu besprechen. Könnte ich auf die Brücke kommen? Worum geht es denn? Und mit wem habe ich die Ehre zu sprechen? Mein Name ist Philippe Delacroix und es geht um die Gefährdung der Sicherheit an Bord. Ich werde jetzt zu Ihnen kommen. Bitte empfangen Sie mich im Kabinengang. Thompson war hinter einem der Rettungsboote stehen geblieben und schaute unverwandt auf den Steward Emilio Fernandez. Der Filipino stützte sich fünf Meter weiter aufs Geländer und schaute aufs Meer, gerade so als wartete er auf etwas. Ein halbes Dutzend Passagiere genoss auf dem Bootsdeck die frische Luft und den Wind. Thompson machte sich Sorgen, denn er hätte schwören können, dass Fernandez gerade in ein Ärmelmikrofon gesprochen hatte. Das war natürlich unmöglich, vielleicht hatte er nur gehustet. Von seinem Instinkt getrieben schlich Thompson aber trotzdem mit wachen Sinnen näher heran. Thomsons Leute von der Sicherheitsorganisation das Ferrum Team verfügte über eine drahtlose Funkverbindung. Aber Fernandez gehörte nicht dazu. Zwar hatte er ursprünglich dabei sein wollen, aber es waren dafür nur Leute aus verschiedenen Abteilungen des Schiffes ausgewählt und geschult worden, die schon länger im Dienst der Reederei standen. Thompson hatte sein Team auf den Namen Ferrum getauft. Ferrum war Latein und bedeutete Schwert. In Thomsons Brusttasche vibrierte lautlos das Telefon. Er konnte sich nicht melden, ohne entdeckt zu werden, darum beschloss er den Anruf auf der Mailbox landen zu lassen. Karl wurde starker Wind aufkommen. Der gedämpfte Ton des Summers riss Hagen aus seinen Gedanken. Der dritte Steuermann wandte sich zur Tür. Ich gehe, sagte Hagen. Der Steuermann richtete seine Aufmerksamkeit wieder auf den Radarschirm, auf dem einzelne Lichtpunkte und die grünleuchtende Küstenlinie zu erkennen waren. Hagen ging zur Tür und öffnete das elektronische Schloss. Dann trat er in den Gang hinaus, entriegelte per Knopfdruck die nächste Tür, trat in Gang eins und schloss die Tür hinter sich. Vor ihm stand ein Mann mit Seidenhalstuch, der an einen Chirurgen oder einen Piloten erinnerte. Er machte einen wohlhabenden und entschlossenen Eindruck. Guten Abend, Herr Kapitän, sagte Delacroix ruhig. Guten Abend, worum geht es? Lassen Sie uns drinnen weiterreden, sagte Delacroix. Das geht nicht. Hören Sie mir genau zu, Herr Kapitän. Wie eine schwarze Wolke rückte Delacroix an Hagen heran. Das Schiff ist gekapert. Sie folgen von nun an jedem meiner Befehle, sonst werden Ihre Passagiere die Leidtragenden sein. Öffnen Sie die Tür. Hagens rechtes Augenlid fing an zu zucken. Machen Sie keine Scherze mit solch ernsten Angelegenheiten. Delacroix öffnete seine Umhängetasche einen Spaltbreit. Das hier sind zwei Kilo explosionsbereiter Semtex Sprengstoff. Davon ist an Bord so viel versteckt worden, dass es ausreicht, um das Schiff zu versenken. Während er sprach, riss er dem Kapitän die Ausweiskarte von der Brust und schob sie ins Türschloss. Die Tür öffnete sich mit einem Surren und Delacroix stieß den Kapitän zur Seite. Er machte auch die zweite Tür auf, dann betraten beide die Kommandobrücke. Der dritte Steuermann und der Matrose drehten sich erstaunt zu ihnen um. Weitermachen, sagte Hagen mit angespannter Stimme zu ihnen und ging an den seitlich stehenden Kartentisch. In seinem Kopf wogten teils panische, teils ungläubige Gedanken hin und her. So etwas gab es doch nicht, so etwas konnte es doch gar nicht geben. Und wo war der Wolf jetzt, da man ihn wirklich einmal brauchte? Der Lacroix zog einen Gegenstand von der Größe eines Handys aus der Tasche. Das hier ist ein Funkauslöser. Damit kann man alle Bomben mit einem einzigen Knopfdruck explodieren lassen. Sind sie sich darüber im Klaren, dass sich tausend Passagiere und fast 600 Crewmitglieder auf diesem Schiff befinden, fragte Hagen leise. Die alle sterben werden, wenn sie nicht jeder meiner Anweisungen genau befolgen. Hagen versuchte zu entscheiden, ob der Lacroix ein Passagier mit einer Geistesstörung war oder ob er eine echte Gefahr darstellte. Ohne die Hintergrund Informationen von Thompson hätte er zu der ersten Variante geneigt. Es nützt ihnen nichts, wenn sie mich festnehmen lassen oder mich handlungsunfähig machen, fuhr Delacroix fort. Unter den Passagieren befindet sich eine zweite Person mit einem ebensolchen Auslöser. Sie wird nicht zögern, ihn zu betätigen, falls mir etwas zustößt. Während er das sagte, verzog Delacroix keine Miene. Lediglich seine Augen brannten wie glühende Kohlen. Erstens niemand berührt die GMDSS Vorrichtung. Hagen stellte fest, dass Delacroix seine Hausaufgaben gemacht hatte. GMDSS bedeutete Global Maritime Distress Safety System und war das Notsignal, das die Position des Schiffes anzeigte. Zweitens ändern sie den Kurs in Richtung Nordspitze von Gotska Sandö mit voller Kraft voraus. Thompson hatte keine Zweifel mehr. Stuart Emilio Fernandez benahm sich seltsam. Gerade hatte er in ein Ärmel Mikrofon gesprochen und nun begab er sich eilig auf den Weg zum Achterdeck. Thompson folgte ihm mit 20 Metern Abstand. Sie kamen an den Rettungsbooten vorbei, deren neue, unbenutzte Doppelschrauben glänzten. Auf einmal begriff Thompson, dass tatsächlich etwas nicht stimmte. Die Sonne war noch nicht ganz untergegangen, aber man sah sie nicht mehr. Wäre die Emerald ihrer Route gemäß nach Osten gefahren, hätte man die Sonne im Westen also am Heck des Schiffes sehen müssen. Thompson erreichte hinter Fernandez das Achterdeck und blickte an der Seite über die Reling. Eine weitere Beobachtung ließ sein Herz noch heftiger pochen. Das aufschäumende Kielwasser berührte das Heck. Das bedeutete, dass die Ocean Emerald mit voller Kraft vorausfuhr. Zwischen Helsinki und St. Petersburg würde man nie und nimmer mit vollen 22 Knoten fahren, sondern das Tempo drosseln, um Zeit totzuschlagen und erst gegen Morgen anzukommen. Thompson ließ Fernandez in die Aufzugshalle gehen, dann tastete er nach dem Telefon am Gürtel. Per Kurzwalt taste, wählte er die Nummer des Kapitäns. Am anderen Ende der Leitung läutete es. Hagen sah, von wem der Anruf kam, er meldete sich immer, wenn Thompson ihn anrief, nur jetzt nicht. Thompson wollte schon aufgeben, da meldete sich der Kapitän doch noch. Hagen? Thompson hier, ich wollte... Ich habe gerade keine Versuchen Sie es später noch einmal. Thompson erstarrte auf der Stelle. Redwood war das Codewort, das er selbst für das Krisenprogramm des Schiffes vorgeschlagen hatte. Es sollte in kritischen Gefahrensituationen verwendet werden, in denen die normale Kommunikation behindert wurde. Thompson gab sich einen Ruck und rannte los, beherrschte sich aber sogleich wieder und ging stattdessen mit großen, forschen Schritten, um kein Aufsehen zu erregen. Beim Betreten der Aufzugshalle nahm er mit seinem Telefonkontakt zum dritten Pörser auf. Dieser war der Chef des Bereitschaftsteams Ferrum. Josch, kannst du reden? Ja? Codewort Redwood, Sicherheitsteam in Alarmbereitschaft, heimlich. Ich schließe mich im Kontrollraum ein. Kapitän Karl-Heinz Hagen stand auf der Brücke. In seinem Kopf tobten die Gedanken. Als der Wolf seinerzeit beim Erstellen der Sicherheitsvorschriften im Krisenfall Redwood als Codewort vorgeschlagen hatte, hatte Hagen nicht ein Augenblick daran geglaubt, dass er dieses Wort je benutzen würde. Unterbrechen Sie die Internetverbindung des Schiffes, befahl Delacroix entschlossen. Kapitän Hagen griff zur Maus und schloss die über Satellit laufende Internetverbindung. Die Ersatzverbindung ebenfalls, sagte Delacroix. Hagen sah, dass die Entführer sich tatsächlich gut vorbereitet hatten. Vielleicht hatten sie sich mit den wichtigsten Funktionen des Schiffes am Simulator irgendeiner Seefahrtschule vertraut gemacht. Ein Knoten zog sich in Hagens Bauch zusammen. Er ging zu einem anderen Armaturenbrett und versuchte möglichst unauffällig, die Hand zu einem bestimmten Knopf zu bewegen. Er merkte, dass Delacroix Blick auf den Bildschirm des Computers gerichtet war, von dem aus der zweite Internetanschluss getrennt werden sollte. Er musste etwas unternehmen. Unterwürfigkeit gehörte nicht gerade zu Hagens Eigenschaften. Mit einer raschen, aber ruhigen Bewegung löste er das automatische Notsignalsystem aus, das die Identifizierungsdaten und die Position des Schiffes anzeigte. Dank eines starken Senders war das GMDSS-Funksignal noch in mehreren hundert Seemeilen Entfernung zu empfangen. »Was haben Sie da gedrückt?« fragte Delacroix. Seine Augen funkelten. »Das hätten Sie nicht tun sollen, Herr Kapitän. »Herr Kommandant, Notsignal von der Ocean Emerald.« Der junge Marinesoldat reichte Jan van Heereveld, dem Oberbefehlshaber der zur königlichen niederländischen Marine gehörenden Fregatte Tromp, ein Blatt Papier. Die HNMS Tromp war gerade zu einem zweitägigen Besuch in Tallinn gewesen und dort um vier Uhr am Nachmittag wieder ausgelaufen. Jetzt dampfte sie mit ihren Dieselaggregaten in einem Tempo von 18 Knoten in Richtung Westen. In der Abenddämmerung leuchteten Schaumkronen auf der unruhigen See. »Nehmen Sie Verbindung mit der Ocean Emerald auf und teilen Sie mit, dass wir kommen. Fragen Sie, was auf dem Schiff passiert ist.« Der Marinesoldat salutierte und entfernte sich in den Kontrollraum. Die Tromp war eines von vier Schiffen der »The Seven Provincien« Klasse. Das Scout-Radar-System der Fregatte überwachte die Meeresoberfläche, indem es im günstigsten Fall nur ein Signal von einem Watt Leistung aussandte, um sich einem anderen Schiff nähern zu können, ohne selbst allzu leicht bemerkt zu werden. Von der Tromp aus sah man jedoch die anderen. Das Luft-Radar-System des Schiffes war in der Lage, tausend Ziele gleichzeitig zu beobachten und ein Objekt von der Größe eines Tennisballs aus 60 Kilometern Entfernung wahrzunehmen. Bei Bedarf konnte man auch reagieren. Die Hauptbewaffnung der Tromp bestand aus Boden Luftraketen. Auf dem Vorderdeck stand zusätzlich eine 4,5 Zoll Kanone. Von Heerefeld sah sich den Computerausdruck an. Das Schiff, von dem das Notsignal kam, befand sich ungefähr 100 Meilen östlich der Tromp. Aus dem GMDSS-Signal ließ sich nicht entnehmen, welche Probleme das Schiff hatte, aber es musste etwas Ernstes vorgefallen sein, sonst wäre das Notsignal nicht ausgesandt worden. Neuer Kurs 090 volle Kraft voraus, sagte von Heerefeld dem Offizier, Wache hatte. Neuer Kurs 090 volle Kraft voraus, wiederholte der Wachoffizier. Der 144 Meter lange Rumpf der Tromp machte eine weite Drehung um 180 Grad, der Bug pflügte durch die Wellen, der Qualm aus dem Schornstein mischte sich mit den Luftwirbeln, als die starken Rolls-Royce-Pay-Gasturbinen angelassen wurden und das Schiff sich einer Geschwindigkeit von 30 Knoten näherte. Zweiter Teil Die majestätische Gestalt der Ocean Emerald steuerte in der Dunkelheit des Abends mit voller Kraft voraus in Richtung Süden. Die finnische Küste mit der Stadt Hanko an der Südspitze ließ sie schnell hinter sich. Die langen, geraden Fensterreihen leuchteten. In den Kabinen machten sich die Kreuzfahrtpassagiere für den Abendschick. In Kabine 7039 lag jedoch ein Junge, der sich in der Stadt der Südspitze nahe. Junge auf dem Fußboden, der mit Handschellen an den Bettpfosten gefesselt war. Fieberhaft überlegte Aro, was er tun konnte, um die offensichtlich bevorstehende Katastrophe zu verhindern. Sich aus eigener Kraft zu befreien, war nicht möglich. Die einzige Chance bestand darin, die Terroristen dazu zu bringen, ihn freizulassen. Sollte er sich krankstellen? Oder ihnen erzählen, sein Vater würde ihn garantiert längst suchen, weshalb die Gangster ihr Spiel schon verloren hätten. Aber ein Plan war so armselig wie der andere. In seiner Verzweiflung kam Aro auf die Idee, um Hilfe zu rufen. Eigentlich war Schreien sinnlos, denn die Kabinen auf einem Luxusdampfer waren schallisoliert. Das hatte er schon an der dicken Tür gesehen. Aber vielleicht drang seine Stimme durch die Schächte der Klimaanlage ja irgendwo hin. Er schrie mit aller Kraft, Hilfe, help! Es schien, als schluckten Teppichboden und Tapeten seine Wörter vollständig und die eigentliche Schallisolierung erst recht. Da ging die Kabinentür auf. Aro zuckte zusammen. War sein Schreien doch bis auf den Gang gedrungen? »Juliette Dupont«, betrat die Suite. Aro's Herz hämmerte. Würde sie ihn bestrafen, vielleicht sogar knebeln, damit er Ruhe gab? Er hörte gedämpfte Geräusche im Raum nebenan. Offenbar ging die Frau im Zimmer umher. Dann öffnete sich die Kabinentür erneut und Juliette war wieder weg. Sein Schreien war also nicht einmal bis auf den Gang an Juliettes Ohren gedrungen. Aro wusste nicht, ob er deswegen erleichtert oder enttäuscht sein sollte. Im Aufsichtszentrum der für den finnischen Meerbusen zuständigen Küstenwache leuchteten die Radarbildschirme. Leutnant Vierto beobachtete zwei Lichtpunkte. Der schnelle Nordic Jet Katamaran holte gerade die große Fähre Romantica der Reederei Tallink ein. Quer zur Verbindung Helsinki-Tallin verkehrten zwischen Ost und West eine Menge Frachtschiffe, darunter ein Öltanker, der aus Primorsk kam. »Herr Leutnant! SOS-Funkspruch von der Ocean Emerald!« Die Stimme des jungen Diensthabenden klang scharf und angespannt. »Das ist das Kreuzfahrtschiff, das heute von Helsinki aus nach St. Petersburg losgefahren ist. Nehmen Sie Verbindung zu dem Schiff auf und fragen Sie, was los ist,« sagte Vierto. »Stellen Sie sich auf eine Rettungsoperation ein.« Vierto wusste, dass es bei Schiffsunglücken keine Zeit zu verlieren galt. Er war als Wehrpflichtiger im Dienst gewesen, als am 28. September 1994 die Personenfähre Estonia in der Ostsee sank und 852 Menschen mit in die Tiefe riss. Damals war nicht viel zu machen gewesen. Die Offiziere des Schiffs hatten den SOS-Ruf erst ausgelöst, als das Schiff bereits am Kentern war, und der schwere Sturm hatte ebenfalls dazu beigetragen, dass die Katastrophe damals biblische Ausmaße angenommen hatte. Auch jetzt nahm der Wind immer mehr zu. Der Diensthabende drehte sich zu Vierto um und wirkte noch aufgeregter als zuvor. Seine Wangen waren rot vor Eifer. »Die Ocean Emerald antwortet nicht, Herr Leutnant!« Im selben Augenblick bemerkte Vierto etwas Seltsames. Die Emerald befand sich südlich von Hanko, obwohl sie auf dem Weg nach St. Petersburg sein sollte. Vierto übernahm das Mikrofon des Diensthabenden und setzte sich den Kopfhörer auf. »Guten Abend, Ocean Emerald! Ihr Schiff hat gerade eben über GMDSS ein Notsignal geschickt. Was haben Sie für ein Problem?« Es folgte ein Moment der Stille. Dann war im Kopfhörer ein heftiger Wortwechsel zu vernehmen. »Wir bitten um Verzeihung. Das Signal ist versehentlich ausgesandt worden. Wir warten gerade die Funkanlage, und dabei ist es leider zu einem Missgeschick gekommen.« Die Stimme von der Ocean Emerald klang fest und sachlich, aber irgendwie zweifelte Vierto an ihrer Ehrlichkeit. Es war ziemlich selten, dass die Apparaturen eines großen Kreuzfahrtschiffes bereits wenige Monate nach dem Stapellauf gewartet werden mussten. Außerdem unterliefen den Mechanikern dabei normalerweise nicht so gravierende Fehler. »Sie sollten auf dem Weg nach St. Petersburg sein, aber Ihre Position ist jetzt westlich von Helsinki. Darf ich fragen, weshalb?« »Wir mussten unser Kreuzfahrtprogramm ändern, wegen wirtschaftlicher Schwierigkeiten der Reederei. Aber ich kann Ihnen versichern, dass Schiff, Passagiere und Besatzung in bester Verfassung sind. Wir haben keine Probleme.« »Na schön, danke und gute Fahrt!« Vierto legte das Mikrofon auf den Tisch und seufzte. Ein solcher falscher Alarm war ihm in seiner gesamten beruflichen Laufbahn noch nicht untergekommen. Und aufgrund seiner jahrelangen Erfahrung hielt er es für sehr unwahrscheinlich, dass es jetzt dazu gekommen war. Er glaubte die Geschichte mit dem Fehlalarm ganz einfach nicht. Darum beschloss er, seinem Vorgesetzten Meldung zu machen. Für alle Fälle. »Sehr gut, Kapitän Hagen«, sagte Philippe Delacroix auf der Kommandobrücke der Ocean Emerald. Das Schiff schwankte träge auf und ab, da der Südwestwind weiter zunahm und den Seegang stärker werden ließ. »Vermutlich werden wir jetzt eine Weile unserer Ruhe haben. Und nun muss ich Sie bitten, dass Sie den Passagieren und der Crew die Lage erklären und anschließend mir das Mikrofon übergeben.« Delacroix stand am Kartentisch im Licht der Bürolampe. Der Vertreter der Finsternis hatte sich den einzigen hellen Fleck im ganzen Raum ausgesucht. »Zuvor würde ich gerne den Sicherheitschef des Schiffes informieren. Mr. Thompson sollte die Lage kennen, damit er nicht zu viel Eigeninitiative ergreift.« Delacroix schien nachzudenken. »Na gut. Aber sagen Sie zuerst mir, was Sie ihm zu sagen gedenken.« Er hörte Hagen zu. Dann gestattete er mit einem Kopfnicken den Anruf. Hagen hätte nie geglaubt, dass es einmal derart erleichternd sein würde, die Stimme des Wolfes zu hören. Er sprach so kurz wie möglich, um Delacroix nicht unnötig zu reizen. »Wir sind gekapert worden. Der Anführer der Gruppe ist bei mir auf der Brücke.« Hagen räusperte sich und fuhr in sachlichem Ton fort. »An Bord sind Sprengsätze versteckt worden, die per Funkauslöser gezündet werden können. Ein Auslöser befindet sich bei Herrn Delacroix, der andere bei einem Entführer, der als Passagier auftritt. Wir befolgen Ihre Anweisungen. Das ist ein Befehl, haben Sie verstanden?« »Ich habe verstanden. Können Sie...« Hagen brach das Gespräch ab. Er wollte das Leben der Passagiere nicht unnötig gefährden. Nichts an Delacroix' Verhalten deutete auf einen fanatischen Terroristen hin. Vielleicht kämen sie alle davon, indem sie schlicht und einfach gehorchten. »Jetzt informieren Sie die Passagiere in ganz allgemeiner Form und reichen das Mikrofon dann an mich weiter.« Hagen räusperte sich erneut und nahm das Mikrofon vom Steuerpult. Es schnürte ihm die Kehle zu und sein Herz schlug heftig, aber er gab sich Mühe, möglichst ruhig zu sprechen. Einen Moment lang glaubte er, ohnmächtig zu werden. Die Wirklichkeit hatte sich zu einem Albtraum verzerrt. »Guten Abend, verehrte Gäste. Hier spricht der Kommandant des Schiffes, Kapitän Hagen.« An dieser Stelle musste er tief Luft holen, um seine Stimme unter Kontrolle zu halten. »Die Ocean Emerald ist gekapert worden.« »Die Entführer haben angeordnet, dass niemand sein Handy benutzen darf, auch wenn er zwischenzeitlich Netz haben sollte. Sie verfügen über einen Scanner, der sämtliche vom Schiff ausgeführten Telefonate registriert. Ich muss Sie alle um Ihre Kooperation bitten und hoffe sehr, dass niemand den Anweisungen der Entführer zuwiderhandelt, da wir ansonsten alle darunter zu leiden haben. Derzeit besteht kein Grund zur Panik. Leider werden wir morgen nicht in St. Petersburg einlaufen können. Vielen Dank.« Hagen reichte Delacroix das Mikrofon. Während er zuhörte, was der Entführer sagte, schaltete Thompson das Nahfunknetz ein, mit dessen Hilfe die an verschiedenen Stellen des Schiffs tätigen Mitarbeiter des Bereitschaftsteams Kontakt zueinander halten konnten. Jeder Ferrum-Angehörige trug einen kleinen, unauffälligen Sendeempfänger, der in jede Hosentasche passte. »Falls es jemand auch nur versucht, werden wir zur Strafe willkürlich eine Person aus der Passagierliste auswählen und töten.« Thompson kniff die Augen ein klein wenig zusammen. Dann drückte er auf den Alarmknopf des Funknetzes. Dadurch gab der Empfänger jedes Mitglied des Sicherheitsteams Vibrationsalarm. Aro hörte die Stimme auf dem Fußboden in Delacroix's Kabine und musste schwer schlucken. Er war wie vor den Kopf gestoßen, aber nicht überrascht. Vielmehr fügten sich die einzelnen Teile auf unschöne Art zu einem Bild zusammen. Zu einem sehr unschönen Bild. Absoluter Gehorsam wird damit belohnt, dass niemandem ein Haar gekrümmt wird. »Ach ja«, dachte Aro. Er verließ sich kein bisschen auf das, was Delacroix sagte. Die Kabinentür ging auf. Aro brachte seinen Körper intuitiv in Spannung. Er hob den Kopf, um durch den Türspalt zu sehen, wer gekommen war. Alt müßte er auch mal auf die Toilette. Aus dem Nebenzimmer hörte er Geräusche, als würde jemand seine Koffer packen. Dann kamen die Schritte näher. Hatten sie vor, ihm etwas anzutun? Juliette Dupont erschien in der Tür. Aro hätte sie fast nicht erkannt, denn sie war nicht geschminkt, trug keine femininen Kleider und versuchte gar nicht erst zu lächeln. Sie war jetzt eine Terroristin mit angespannten Gesichtszügen. Sie trug Jeans, ein graues Sweatshirt und in der Hand eine Pistole. An einem Ohr war ein unauffälliger Kopfhörerbügel befestigt und ein anderer dünner Bügel bog sich bis vor den Mund. An dessen Spitze war ein Mikrofon angebracht, wie bei einer Sängerin im Musical. Juliette kam näher und schob die Hand in die Tasche. Aro hielt den Atem an und spürte, wie sein Puls sich beschleunigte. »Auf den Bauch«, befahl Juliette mit gesenkter, strenger Stimme und zog etwas aus der Tasche. »Was? Tu, was ich dir sage!« Ihr Tonfall ließ Aro keinen Verhandlungsspielraum. Er drehte sich auf den Bauch. Juliette beugte sich über ihn, griff nach den Handschellen und öffnete sie mit dem Schlüssel, den sie aus der Tasche gezogen hatte. »Aufstehen!« Aro rappelte sich auf und musste sich dabei am Bett abstützen. Er spürte das Blut in den Händen zirkulieren, die wegen der Unbeweglichkeit kreidebleich geworden waren. Gleichzeitig fingen sie gnadenlos an zu stechen, während sie ihre Taubheit verloren. Juliette wies auf die Tür. »Geh!« Aro wusste, dass er die Frau verdattert anglotzte, aber er konnte nichts dagegen tun. »Verzieh dich! Du bist genauso ein Gefangener wie alle anderen auf dem Schiff, aber du bekommst jetzt keine Sonderbehandlung mehr.« Er öffnete die Kabinentür und huschte hinaus. »HNMS Tromp, der königlichen niederländischen Marine, ruft Ocean Emerald. Over!« Kommandant van Heereveld lehnte an der Ablage vor den großen Fenstern der Kommandobrücke und verfolgte, was seine untergebenen taten. Heftiger Regen schlug gegen die Scheiben, aber die Tropfen waren im schwachen Schein der Kontrolllampen kaum zu erkennen. Die Tromp schaukelte bei zunehmend stärker werdender Heckwelle und die Vibration des Antriebspropellers übertrug sich auf die breite Fensterbank. »Hier Ocean Emerald. Over!« »Wir haben Ihr Notsignal empfangen. Was ist passiert?« »Das Notsignal kam durch einen technischen Fehler bei Wartungsarbeiten zustande. Wir haben keine Probleme und bedauern den Vorfall.« Einen Moment lang sagte niemand etwas. Dann ging van Heereveld zu dem Offizier mit dem Mikrofon und streckte die Hand aus. Der Offizier gab ihm das Mikrofon und van Heereveld reckte die Brust nach vorne. »Guten Abend. Hier spricht der Kommandant der H.N.M.S. Tromp. Erlauben Sie mir die Bemerkung, dass es sehr bedauerlich ist, wenn einem großen Passagierschiff aus Versehen ein GMDSS-Signal entwischt. Sie werden sicherlich verstehen, dass Sie womöglich eine große Rettungsaktion ausgelöst haben. Hier spricht Kommandant Hagen von der Ocean Emerald. Guten Abend, Herr Kollege. Ich bin völlig Ihrer Meinung, aber leider ist es nun einmal passiert und lässt sich nicht ungeschehen machen. Ich bedauere das aufrichtig.« Van Heereveld glaubte, in Hagens Stimme einen nervösen Unterton zu hören. »Na schön. Gute Reise noch. Danke. Ebenfalls.« Van Heereveld legte das Mikrofon aus der Hand. »Neuer Kurs 189, Geschwindigkeit 19 Knoten.« Etwas war seltsam an der Sache mit der Ocean Emerald, aber er konnte nicht sagen, was. Er beschloss darüber, einen Bericht an das Oberkommando der Marine in den Helder zu schicken. Für alle Fälle. Aro hatte den Ernst der Lage begriffen, aber erst das Verhalten der anderen Passagiere ließ ihn wirklich in Panik geraten. Sogar abgebrüht wirkende Manager und Rechtsanwälte rannten schockiert auf Deck 7, um ihre Handys abzuliefern. Andererseits hatte es auch etwas Erleichterndes, in dieser Situation nicht alleine dazustehen. Aro wusste allerdings, dass er der Einzige war, der so etwas wie Insider-Informationen über die Entführer besaß. Und da er viel Zeit zum Nachdenken gehabt hatte, während er gefesselt auf dem Kabinenboden lag, hatte er inzwischen auch einen Plan. Der war zwar riskant, aber realisierbar. Er ging fast im Laufschritt und merkte, dass er überdreht war, wie seine Mutter immer sagte. Es war ein komisches Gefühl, an seine Eltern oder Nico zu denken. Alles, was er vor wenigen Stunden erst auf dem Festland zurückgelassen hatte, kam ihm nun wie ein ferner Traum vor. Ob sein Vater schon gemerkt hatte, dass etwas nicht stimmte? Jetzt musste er erst einmal auf die Kommandobrücke kommen. Aber wo war die bloß? Das Schiff hatte die Größe eines Einkaufszentrums, war aber viel labyrinthischer. Aro ging gerade an der dunklen Glastür des Casinos vorbei, da sah er zu seiner Überraschung einen einsamen Spieler vor einem Automaten sitzen. Es war irgendwie beruhigend, dass einer die Nerven hatte, sogar in dieser Situation noch ein Spielchen zu machen. Aro ging zu der imposanten Gestalt und hörte sogleich klassische Musik aus dem Kopfhörer des Spielers dröhnen, die allerdings von dem Klimpern im Geldausgabefach des Automaten übertönt wurde. Sie haben aber Glück, sagte Aro beeindruckt zu dem dicken Mann, der die Münzen aus dem Fach schaufelte und in die Taschen seiner Bermudas schob. Erst da erkannte er den Sohn des Rederei-Präsidenten, von dem ihm Carol im Lift erzählt hatte. Er war gut zehn Jahre älter als Aro. Der Kluge kann zwischen Glück und Können unterscheiden, gab der Mann zurück, stellte mit dem Regler am Kabel die Musik leiser und sah Aro überheblich an. Bist du also ein Blödmann und weiß nicht, wer ich bin? Aro hätte ihm gern eine kleine Vorlesung über das Verhältnis von Glück und Können beim Glückspiel gehalten, aber der Moment war nicht der günstigste für so etwas. Auf Zeit wollte er trotzdem spielen, denn das Objektiv der Digitalkamera in dem Handy, das der Dicke am Gürtel hängen hatte, fesselte seine Aufmerksamkeit. Doch, doch, ich glaube, ich weiß es schon, es fällt mir bloß gerade nicht ein. Die Backen des Fleischbergs zitterten einen Moment und die aufgeblähten Lippen verzogen sich zu einer selbstgefälligen Grimasse, die einem Lächeln ähnelte. Ich bin Max Launey Junior, der Eigentümer dieses Schiffes, das heißt, genau genommen ist mein Vater der Besitzer, aber das ist im Prinzip dasselbe, wie der Name schon sagt. Ich bin Aro Nortamo, ein blinder Passagier aus Finnland. Was willst du damit sagen? Das ist eine komplizierte Geschichte, vielleicht auch nicht so entscheidend im Moment, wie es aussieht, haben wir ein gemeinsames Problem, sagte Aro ernst. Wollen Sie Ihr Handy nicht abgeben? Max schnaubte. Sollen die Piraten es sich doch holen? Einfach so gebe ich es nicht her. Stolz nahm er das Telefon aus der Gürteltasche. Das hier ist ein Satellitentelefon, das auf dem gesamten Planeten funktioniert. Aro senkte die Stimme, obwohl das Casino leer zu sein schien. Sollten Sie das nicht besser irgendwo verstecken? Versuchst du hier, Sherlock Holmes zu spielen, oder was? Überlass das lieber den Profis. Max legte das Telefon auf das Tischchen, auf dem die Spieler normalerweise ihre Drinks abstellen, und legte seine Mütze darüber. Plötzlich kam aufgeregt und außer sich eine Südamerikanerin hereingewirbelt, dieselbe, von der Carol erzählt hatte, sie versuche, als Sängerin berühmt zu werden. Max, du sitzt immer noch hier, wir sollten jetzt am besten zusammenbleiben. Ich habe gerade einen blinden Passagier erwischt. Kein Wunder, dass Entführer an Bord sind, wenn sogar so eine Rotznase die Sicherheitsleute austricksen kann. Nun komm schon, Max, sagte die Frau und fasste ihren Stiefsohn am Ellbogen. Max riss sich los und schaufelte weitere Münzen aus dem Rachen des Spielautomaten. Während sich die beiden zankten, schob Aro die Hand unter die Mütze, nahm das Telefon und steckte es in seine Hosentasche. Er wusste, dass er sich damit auf Nikos Niveau herabbegab, aber das hier war eine Notsituation. Ich werde mich wohl auch mal zurückziehen und irgendwo warten, bis sich die Lage geklärt hat, sagte Aro und schlängelte sich zwischen den Automaten hindurch zum Gang. Er huschte am Roulette-Tisch vorbei in die Halle, wo ängstliche Passagiere in die Aufzüge drängten. Aro verzog sich lieber auf die Herrentoilette und schloss sich dort in einer Kabine ein. Erleichtert zog er das Telefon aus der Tasche und sah es sich genau an. Es war ein Iridium-Satellitentelefon, das auch über ein normales 3G-GSM und gewöhnliche MMS-Funktionen verfügte. Zur Probe machte Aro eine Digitalaufnahme und sah sich das Resultat auf dem Display an. Die Qualität war nicht besonders, musste jetzt aber genügen. Er steckte das Telefon wieder ein, kehrte in die Halle zurück und ging auf Deck 6 hinunter, wo chaotisches Gedränge herrschte. Hinter dem Schalter stand ein Filipino, der eine Maschinenpistole umhängen hatte. Carol, die früher dort gesessen hatte, war nirgendwo zu sehen. In der Schlange bleiben, nicht vordrängeln, rief der Filipino. Trotz des Kommandos herrschte weiterhin großes Durcheinander in der Menschenmenge. Da tauchte Juliette neben dem Filipino auf und übernahm dessen Maschinenpistole. Sie sah noch grimmiger aus als zuvor. Aro versteckte sich hinter dem Rücken eines großen Engländers und holte das Telefon aus der Tasche. Ohne hinzuschauen, tastete er nach dem Knopf, mit dem die Kamera in Bereitschaft gebracht wurde. Dann schob er sich näher an den Schalter heran, wobei er darauf achtete, von Juliette nicht entdeckt zu werden. Ohne das Handy in normaler Fotografierposition zu halten, machte Aro einige Aufnahmen und hoffte, dass wenigstens eine davon etwas geworden war. Auf einmal ertönte der ohrenbetäubende Lärm der Maschinenpistole. Die Kugeln schlugen in der Decke ein und es regnete Spiegelsplitter und Ziergips. Wie alle anderen warf sich Aro auf dem Marmorboden auf den Bauch und biss sich auf die Lippe. Hatten sie gesehen, wie er fotografierte? Lernt ihr jetzt endlich, euch in einer Reihe aufzustellen, schrie Juliette. Aufstehen und eine Schlange bilden, na los! Viele jammerten und schluchzten, aber trotz des Durcheinanders bildeten sich in der Halle fast zentimetergenau ausgerichtete Schlangen. Aro verzog sich keuchend auf die Treppe und schob das Telefon wieder in seine Hosentasche. Craig Thompson blickte auf den Monitor, der das Durcheinander in der Empfangshalle übertrug. Thompson hatte sein sechsköpfiges Team im Kontrollraum versammelt. Alle Mitglieder des Ferrum-Teams, fünf Männer und eine Frau, arbeiteten im Sicherheitsbereich, hatten auf dem Schiff aber auch noch andere Funktionen inne. Auf dem Schiff sind Sprengsätze deponiert worden und mindestens zwei Entführer haben Fernauslöser, mit denen sie in die Luft gejagt werden können, berichtete Thompson hinter seinem Schreibtisch stehend, die Reihe der Monitore im Rücken. Alle starrten auf die Monitore. In den Kabinengängen waren inzwischen aufgeregte Passagiere aufgetaucht, die nicht wussten, was sie tun sollten und kopflos hin- und herrannten. Allmählich breitet sich Panik aus. Wir müssen etwas unternehmen. Carol, du fängst an, in den allgemein zugänglichen Bereichen des Schiffes nach den Sprengsätzen zu suchen. John hilft dir dabei. Brian und Josh, ihr geht die Verteilerkästen durch, vor allem auf Deck 9. Außerdem den Maschinenraum und den Crew-Bereich, einschließlich der Kabinen. Lasst euch geeignete Täuschungsmanöver einfallen, denn die Entführer halten mit Sicherheit die Augen offen. Will und ich bleiben hier. Und was ist mit dem Küchenbereich, den Passagierkabinen und den Außendecks? fragte Brian Jones, einer der Schiffselektriker, und schob die Hände in die Taschen seines weißen Overalls. Die gehen wir bei der nächsten Runde durch. In einer Stunde will ich von jedem Gespann einen Bericht haben. Jetzt ist es ein plötzlicher Schlag gegen die Tür unterbrach Thompsons Satz. Keiner aus dem Ferrum-Team sagte ein Wort, denn sogleich folgten weitere heftige Schläge. Deckmatrose Curran wies mit der Hand auf den abgesperrten Metallschrank, der die Waffen des Ferrum-Teams enthielt. Thomson schüttelte den Kopf. Wir können keine Schießerei riskieren. Na, wie du willst. Dann bieten wir ihnen eben Kaffee und Kuchen an. Eine Serie von drei Schüssen hallte in dem schmalen Gang wieder, und die heißen Geschosshülsen fielen klimpernd neben den Türsplittern auf den Boden. Juliette trat die Tür auf und stürmte durch den bläulichen Rauch hinein. Emilio folgte ihr mit schussbereiter MP. An die Wand, rief Juliette, mit dem Rücken zu mir, die Hände bleiben oben, wer ist euer Boss? Ich, Craig Thompson. Öffnen Sie die Tür zur EDV-Zentrale. Thompson sah Juliette trotzig in die Augen, sperrte aber die Tür auf, indem er einen Zahlencode am Schloss eingab. Emilio begab sich in den kleinen Raum, in dem sich summende Rechner befanden. Er riss die Kabel heraus, zerrte die Komponenten aus ihren Halterungen und stampfte mit den Füßen darauf herum. Juliette behielt den Bildschirm von Thompsons Computer im Auge, der sogleich schwarz wurde. »Geben Sie mir eine Schere«, verlangte sie. Thompson sah sie noch wachsamer als zuvor an. »Tempo!« Thompson streckte sich nach der Schere und reichte sie Juliette. »Auf die Knie!« Thompson gehorchte. Dabei war er konzentriert und versuchte auszuweichen, als Juliette die Schere an seinen Kopf führte. Sie packte ihn am Ohr, damit er stillhielt. »Wir wollen Sie auch künftig jederzeit wiedererkennen«, sagte Juliette und fing an, Thompson die Haare abzuschneiden. Mit nur wenigen effektiven Scherenschnitten wurde aus Thompsons Kopf eine unsaubere Glatze mit einigen Haarbüscheln. Es sah aus, als hätte sich ein betrunkener Friseur an ihm zu schaffen gemacht. Juliette begnügte sich nicht mit Thompson. Auch alle anderen wurden der Reihe nach geschoren, außer Curran, denn bei ihm gab es nichts mehr zu schneiden. Seinen kahlen Kopf markierte Juliette mit einem grünen Streifen aus einer Farbspraydose. Unter die angespannte Stimmung mischten sich jetzt auch Momente von Erstaunen und Scham, weil die Demütigung reiner Selbstzweck zu sein schien. »Verschwindet«, sagte Juliette schließlich und fuchtelte mit ihrer Maschinenpistole herum. »Wenn nicht alles so läuft, wie wir es wollen, werdet ihr als Erste erschossen.« Am Kartentisch zuckte Delacroix zusammen, als er den Ton des Summers hörte. »Jemand will herein«, sagte Kapitän Hagen. »Sehen Sie nach, wer es ist«, sagte Delacroix. Hagen ging durch die Zwischentür und den kurzen Gang und öffnete die Tür. Vor ihm stand ein schmächtiger Junge. »Was soll der Lärm?« fragte Hagen. »Ist Delacroix hier?« Hagen war erstaunt. »Wer bist du?« »Woher kennst du ihn?« »Das kann ich jetzt nicht erklären. Ist er hier oder nicht?« »Er ist hier.« »Ich will mit ihm reden.« Hagens Lippen verzogen sich zu einem gezwungenen Lächeln. »Er wird aber kaum mit dir reden wollen. Sagen Sie ihm einen Gruß von Aronotamo.« Verdutzt von den Anweisungen des Jungen ging Hagen zur Brücke zurück, aber Delacroix kam ihm bereits entgegen. »Wer ist da und warum?« »Da ist ein Junge, der Ihnen Grüße ausrichten lässt.« Delacroix schob sich an Hagen vorbei zur Tür. »Was willst du?« fragte er. »Ich will wissen, ob Sie es sich auch gründlich überlegt haben, wie vernünftig Ihre Entführungsidee ist,« entgegnete der junge Altklug. »Verschwinde!« fuhr Delacroix ihn an und schlug ihm die Tür vor der Nase zu. Zufrieden machte Aro vor der geschlossenen Tür kehrt. Delacroix hatte nichts gemerkt. Er eilte in die Halle, wo sich die Treppe befand und versteckte sich in einer Putzkammer. Dort öffnete er das Handtuchknäuel, das er aus der Herrentoilette mitgenommen hatte, und nahm das Kamerahandy heraus. Gespannt drückte er ein paar Tasten und sah sich die Aufnahmen an. Sein Plan war geglückt. Man konnte Delacroix auf dem Foto einigermaßen erkennen. Er steckte das Handy in den Hosenbund und ließ Hemd und Sweatshirt darüber hängen. Dann machte er sich zielstrebig auf den Weg zu einem der Bordrestaurants. Das Scala war im italienischen Stil eingerichtet. Die Tische waren mit Tellern und Gläsern gedeckt, aber es saßen keine Leute daran. Die Mahlzeit war unterbrochen worden. Aro schnappte sich vom Pult des Oberkellners einen Stift und ein Blatt Papier mit dem Logo von Emerald Cruises. Verehrte Passagiere, hier spricht noch einmal der neue Kommandant des Schiffes. Die Stimme aus den Lautsprechern ließ Aro zusammenfahren. Er zog sich an einen Eckdisch hinter einige Grünpflanzen zurück. Kurz und bündig schrieb Aro auf, was passiert war, er beschrieb den Entführer, ihre Ausrüstung und die Anweisungen, die sie gegeben hatten. Alle Passagiere mit den Anfangsbuchstaben A bis G begeben sich in die Showlounge. Die mit den Buchstaben H bis O kommen zum Pörserbüro auf Deck 6 und P bis Z versammeln sich in der Kabarett-Lounge auf dem hinteren Deck 7. Mit flinken Fingern faltete Aro das Blatt Papier und steckte es in die Tasche. Alle müssen ihren Schmuck, ihre Uhren, ihr Bargeld und ihre Kreditkarten bei sich haben. Andernfalls werden die Sachen aus den Kabinen geholt und alle Personen, die meinen Befehl missachtet haben, werden bestraft. Aro war überrascht. Sollten die Entführer nur hinter dem Geld hier sein? Waren das gar keine Terroristen? Oder wollten sie nur etwas vortäuschen, ihre wahren Absichten als Raub über Faltanen? Durch die Schwingtür für das Saalpersonal eilte Aro in die Küche. Dort schlug ihm ein Schwall lauwarmes Wasser entgegen. Dem Schaum und dem ekligen Geruch nach zu schließen war es Spülwasser. Erschrocken blieb er stehen. Entschuldige, ich dachte, du wärst einer der Entführer, aber du siehst nicht gerade wie einer aus, sagte eine junge Frau und lachte hell auf. Sie war eigentlich noch ein Mädchen, höchstens so alt wie Nico. Und du glaubst, du hättest ihn mit Spülwasser aufhalten können? fragte Aro, ohne einen Hehl daraus zu machen, wie genervt er war. Jetzt reg dich mal nicht wegen so einer Kleinigkeit auf, sagte das Mädchen und streckte die Hand aus. Sie hatte dunkles Haar und dunkle Augen und Grübchen in den schmalen Wangen. Ich bin Rosita. Und ich bin nass, gab Aro zurück und wischte sich den Schaum aus dem Gesicht. Kannst du auch noch etwas anderes als andere Leute vollspritzen? Er blickte sich in der leeren Küche um und senkte die Stimme. Ich brauche Schnur und zwei möglichst große Plastikkanister und eine Taschenlampe. Rosita sah ihn überrascht an, kam aber zum Glück nicht auf die Idee, irgendwelche Fragen zu stellen, sondern machte eine Tür auf und verschwand in einem Lagerraum. Aro folgte ihr. Die Taschenlampe hielt sie bereits in der Hand. Ist die stark genug? fragte sie, während sie ein knäuelbraune, weiche Schnur aus dem Regal nahm. Damit wird Geflügel vor dem Braten zusammengebunden und das geht. Und die Kanister? Die kommen immer gleich in die Müllpresse, wenn sie leer sind. Hilf mir! Aro zog an einem zehn Liter Essigkanister, der im Regal stand. Rosita packte am Griff an und gemeinsam wuchteten sie den Kanister auf den Fußboden. Den anderen auch, flüsterte Aro. Rosita half, ohne Fragen zu stellen. Aro schleppte den ersten Kanister über die Schwelle zur Spülküche, schraubte den faustgroßen Verschluss auf und kippte den Kanister neben dem Abfluss im Boden um. Während die ekelhaft riechende Flüssigkeit in den Abfluss blubberte, schrieb Aro mit dem Handy von Max eine kurze SMS und stellte den Sendezeitpunkt für die Mitteilung auf eine halbe Stunde später ein. Der Essiggestank brachte ihn fast zum Würgen. Rosita hatte inzwischen den anderen Kanister angeschleppt und ebenfalls ausgeleert. Eine Plastiktüte, sagte Aro. Rosita lief wieder los und brachte sogleich einen durchsichtigen Plastikbeutel, in den Aro das Blatt Papier mit seinem Bericht und Max Handy schob. Den Beutel steckte er in einen der leeren Kanister. Dabei musste er Kraft aufwenden, um das Telefon durch die Öffnung zu bekommen. Er nahm die Mähgleittaschenlampe, schaltete sie ein und ließ sie ebenfalls in den Kanister fallen. Schließlich schraubte er beide Kanister zu und band sie mit der Schnur aneinander. Er blickte zu dem weit oben angebrachten Fenster. Wie komme ich an das Fenster da oben? Hier ist ein Schemel. Wie wäre es, wenn du den nimmst? Aro wurde rot und hüsselte verlegen, nahm den Schemel und stellte ihn auf den Tisch unter dem Fenster. Sei vorsichtig! Ja, Mama, schnaubte Aro, während er mit den Kanistern im Arm auf den wackeligen Schemel stieg. Wie geht das Fenster auf? Hier ist die Kurbel, antwortete Rosita und reichte Aro ein gebogenes Metallstück. Hast du genug Kraft? Kann sein, dass es schwer aufgeht. Aro hatte keine Lust mehr etwas zu erwidern, sondern versuchte mit aller Kraft das Fenster aufzukurbeln. Er stemmte die Kanister zwischen die Wand und seinen Körper und nahm die andere Hand zur Hilfe. Erst nach peinlich langem Murksen war das Fenster offen und er schob die Kanister zum Fensterrahmen hoch. Aus dem Restaurant drang Lärm herein, der ihn erstarren ließ. Aro stemmte die Kanister nach oben, aber sie blieben in der zu engen Fensteröffnung stecken. Komm sofort runter, zischte Rosita und deutete auf das Versteck unter dem Spültisch. Ich mach das, Aro gehorchte. Rosita setzte ein grausames Grinsen auf, griff nach einer gusseisernen Pfanne und stieg auf den Schemel. Mit voller Kraft schlug sie die Pfanne gegen die Kanister, die sich mit einem hohlen Ton lösten und in der Nacht verschwanden. Im selben Moment sprang sie vom Schemel und vom Tisch, gerade als einer der Entführer der Filippino in Stuart-Uniform in die Küche kam. Was ist das hier für ein Radau? Rosita reagierte blitzschnell und fing an mit Küchenzubehör, um sich zu werfen, als hätte sie einen hysterischen Wutanfall bekommen. »Hör auf!« brüllte der Entführer. Auf einen Schlag brach Rosita ihre Vorführung ab und stand keuchend auf der Stelle. Der Entführer richtete sich verärgert auf und machte kehrt. Aro starrte Rosita von seinem Versteck aus bewundernd an. Das Mädchen hatte es in sich. Aro hatte überraschend eine Verbündete gefunden. Allmählich hatte Timo ein wirklich unangenehmes Gefühl. Falls Aro den vorigen Bus verpasst haben sollte, hätte er spätestens mit diesem hier kommen müssen. Soile war daheim längst in Hysterie ausgebrochen. Er hatte beschlossen, erneut mit Nico zu reden, auch wenn er ihm nicht hundertprozentig vertraute, schon gar nicht nach der Sache mit dem Ladendiebstahl. Vor dem Kiosk an der Ecke piepste Timos Handy. Im Gehen öffnete er die SMS, die von einer unbekannten Nummer kam. Papa, ich bin auf einem entführten Schiff. Timo verzog den Mund zu einem Grinsen, unsicher und zornig zugleich. Wie konnte Aro nur auf so eine Schnapsidee kommen? Das war doch extrem kindisch. Er las die SMS zu Ende. Ortet das Handy, es ist in einem Kanister mit einer Lampe. Timo blieb stehen und sah sich die Nummer genau an. Erst jetzt fiel ihm die Ziffernfolge 445 am Anfang auf. Das war die Kennzahl einer Satellitenverbindung. Woher hatte Aro das Satellitentelefon? Nikos Sorgen und Aro's SMS zusammengenommen veranlassten Timo schließlich die Auskunft anzurufen. Er ließ sich die Nummer der Küstenwache geben und rief dort an. Nachdem er zwei verschiedenen Personen sein Anliegen vorgetragen hatte, wurde er schließlich mit Leutnant Vierto verbunden. Ich wollte mich nach einem Kreuzfahrtschiff namens Ocean Emerald erkundigen, sagte Timo unsicher. Mein Sohn ist auf das Schiff gegangen, um einem der Passagiere verlorene Dokumente zurückzubringen und er ist immer noch nicht zu Hause. Gerade habe ich eine seltsame SMS erhalten, in der behauptet wird, dass... dass... Reden Sie weiter! In der Mitteilung heißt es, das Schiff sei entführt worden. Mein Sohn neigt dazu, sich alle möglichen Dinge auszudenken. Von wo rufen Sie an? Können Sie unverzüglich hierher kommen? Das kann ich. Ich bin in Porvo. Fast krampfartig presste Timo das Handy ans Ohr. Wissen Sie etwas über den Sachverhalt? Wir haben von der Ocean Emerald ein GMDSS Notsignal empfangen, das der Kommandant des Schiffes jedoch wieder zurückgenommen hat. Meiner Meinung nach allerdings auf fragwürdige Art. Timo rannte zurück zum Haus seiner Mutter in der Velikatu. Die Ocean Emerald, die in voller Fahrt auf dem nächtlichen Meer in südwestliche Richtung unterwegs war, erinnerte an einen waagrecht hingelegten Wolkenkratzer in Festbeleuchtung. An Bord des Schiffes war die Stimmung jedoch alles andere als festlich. Vor dem Pörserbüro auf Deck 6 drängten sich die Passagiere. Unter ihnen befand sich ein Mann, der eine große Mütze auf seinem kahl geschorenen Kopf trug. Craig Thompson hielt sich so gut es ging außerhalb des Blickfelds der Entführer. Er versuchte, den Grad der Nervosität und der Handlungsfähigkeit der Passagiere einzuschätzen. Das Spektrum war extrem breit. Es reichte von hysterischen alten Frauen bis zu jungen Alphatieren, in deren braun gebrannten Gesichtern man ablesen konnte, was sie dachten. Wenn ich das Max Launy Junior gerade mit gepresster Stimme neben Thompson und zog sich dabei die Hosen hoch. Jetzt sei endlich einmal still, zischte Gabriela ihrem Stiefsohn zu, und Thompson konnte nicht anders, als ihr innerlich beizupflichten. Ruhe, brüllte Juliette Dupont hinter dem Schalter des Pörserbüros ins Mikrofon. Das Stimmengewirr brach ab, es wurde vollkommen still. Sie sind unsere Geiseln. Wir aber das würde zu lange dauern und wäre zu unsicher. Darum zahlen sie das Lösegeld selbst. Jeder von ihnen gibt der Reihe nach seine Kreditkarte bei uns ab. Jede Karte wird sofort mit mindestens 20.000 Dollar belastet. Das ist eine Kleinigkeit für sie und ihre Kreditkarten Firma. Außerdem geben sie ihre Wertgegenstände und ihr Bargeld ab. Juliette legte das Mikrofon aus der Hand. Überrascht blickte Thompson auf die Frau. Je mehr er über das nachdachte, was er gerade gehört hatte, umso mehr Respekt hatte er vor der Professionalität der Entführer. Die Kreditkarten Lesegeräte auf dem Schiff funktionierten per Satellitenverbindung in Echtzeit und sie waren unabhängig von dem gekappten Internetanschluss. 20.000 Dollar von 1.000 Passagieren, das machte 20 Millionen. Und dazu der Wert der Diamanten und anderer Wertgegenstände in womöglich gleicher Höhe. Waren die Entführer also tatsächlich nur hinter dem Geld her? Davon würden sie auf jeden Fall eine Menge bekommen. Aber etwas ließ Thompson dennoch zweifeln. Thompson zog sich weiter zurück und bemerkte hinter einer Säule einen schmächtigen Mann. Es war David C. Rubinstein, der reichste Passagier an Bord, mit dem sich Thompson persönlich über Sicherheitsvorkehrungen unterhalten hatte. Dabei hatte er ihn davon überzeugt, dass er während der Reise keinen eigenen Bodyguard brauchte. Herr Rubinstein, rief Juliette hinter dem Schalter, speziell auf Sie habe ich gewartet. Rubinstein blieb stehen. Kommen Sie her, ich gebe Ihnen die Erlaubnis, sich vorzudrängen. Delacroix saß ruhig inmitten der Sitzgruppe, die sich im linken Flügel der Brücke befand. Der Funkauslöser lag vor ihm auf dem runden Tisch. Ocean Emerald, Ocean Emerald, hier spricht die finnische Küstenwache. Die metallische Stimme drang aus dem Lautsprecher. Ocean Emerald, Ocean Emerald, hier spricht die finnische Küstenwache. Delacroix nahm den Funkauslöser in die Hand, stand auf und ging zum Steuerpult. Er schaute Hagen an, der mittlerweile dunkle Ringe unter den Augen hatte. Hier Ocean Emerald, guten Abend. Guten Abend, hier Leutnant Vierto von der finnischen Küstenwache. Sie haben als nächsten Ziel Hafen St. Petersburg angegeben, befinden sich nun aber auf dem Weg nach Südwesten. Darum möchte ich wissen, ob bei Ihnen alles in Ordnung ist. Delacroix holte tief Luft und lehnte sich einen Moment zurück. Er hatte gewusst, dass dieser Augenblick früher oder später kommen würde. Darum hatte er sich Hier spricht der neue Kommandant der Ocean Emerald. Wir haben das Schiff gekapert. An verschiedenen Stellen des Schiffes sind Sprengsätze deponiert worden, die ich mit einem Funkauslöser zur Explosion bringen kann. Ein anderes Mitglied meiner Gruppe verfügt über das gleiche Gerät und wird das Schiff sprengen, falls mir etwas zustößt. Tiefe Stille legte sich auf die Funkfrequenz. Sind Passagiere und Crew in guter Verfassung? Vierto sprach fließend Englisch und seiner Stimme war nicht die geringste Aufregung anzumerken. Alle sind in guter Verfassung und niemand wird zu Schaden kommen, wenn sich alle an meine Anweisungen halten, auch sie. Andernfalls lassen wir das Schiff explodieren und dann wird die Zahl der Toten beträchtlich sein. Was sind Ihre Forderungen? Ich verlange, dass kein Schiff und kein Flugzeug näher als drei Meilen an die Ocean Emerald herankommt. Wir beobachten den Verkehr mit dem Radar auf der Kommandobrücke und sobald ein Schiff oder ein Flugzeug in die Dreimeilenzone eindringt, erschießen wir einen Passagier. Ich betone Ihnen gegenüber, dass ich es ernst meine. Der große schwarze Lexus fuhr durch das Tor im hohen undurchdringlichen Heckenzaun auf das Gelände des Delano Hotels in Miami. Ein Bediensteter in weißen Shorts und Hemd, der für das Parken der Fahrzeuge zuständig war, brachte den Wagen in die Tiefgarage. Die beiden Männer in den dunklen Anzügen, die dem Lexus entstiegen waren, betraten die überdachte Terrasse mit den weiß getünchten hohen Säulen. Wenn alles gut geht, verkaufen wir 70% der Karibik Saison ohne Rabatte. Das ist bei der aktuellen Marktsituation ein verdammt guter Schnitt, sagte Max Launy Senior zu seinem Gesprächspartner, während sie einen langen Gang entlang marschierten. Wir wollen Geld in der Kasse haben und kein Wenn, Wenn, Wenn. Die Buchungen für die Ocean Emerald beruhen auf vielen Wens. Launy registrierte, dass der Tonfall von Jeremy Rosenblatt, dem Mitglied war. Niemand konnte den 11. September oder den Irakkrieg vorhersagen und schon gar nicht, dass sich der Einsatz dort dermaßen in die Länge ziehen würde, sagte Launy beschwichtigend. Der Verkauf für die Wintersaison läuft gut an. Hoffen wir es, entgegnete Rosenblatt ernst. Tut mir leid, Max, ich hoffe, das wird sich nicht auf unser persönliches Verhältnis auswirken. Die Dinge streiten, nicht die Männer, sagte Max Launy Senior, klang dabei aber nicht sonderlich überzeugend. Sie ging auf die Veranda, die zum Garten hin lag. Dort sollte Launy mit den Chefs einiger kalifornischer Reisebüros und einem Reisejournalisten zu Abend essen. Wie geht es Gabriela? Zur Abwechslung klang Rosenblatts Stimme einmal freundlich. Hervorragend, sie ist gerade mit meinem Sohn auf der Emerald. In welcher Gegend? Auf dem Weg nach St. Petersburg. Launys Handy klingelte. Seine Sekretärin hatte einen Filter aktiviert, der nur wenige ausgewählte Nummern durchließ. Entschuldigung. Max, hier ist der Teufel los, sagte der für Seefahrts Angelegenheiten zuständige Manager der Reederei. Die Emerald ist auf der Ostsee gekapert worden. Launy ließ sich entgeistert auf ein Korbsofa fallen. Was hast du gesagt? Kühles Wasser floss aus dem edel verkromten Hahn in Aros Hände. Er löschte seinen Durst, streckte sich nach einem Handtuch und trocknete sich ab. Auf der Herrentoilette der Aufzugshalle im Bugbereich von Deck 7 schaute er in den Spiegel, zerknüllte das Papierhandtuch und warf es in Richtung Abfalleimer. Der Ball prallte vom Rand des Eimers auf den Fußboden und blieb neben einer Grünpflanze liegen. Mit übertriebenem Ächzen bückte sich Aro, um das Papierhandtuch aufzuheben, aber plötzlich hielt er inne. Sein Blick fiel auf die Kunststoffwurzeln der Grünpflanze, die sich zwischen die braunen Steinchen im Blumenkübel schoben. Dieselben Steinchen hatte er in Delacroix Kabine gesehen. Und er hatte sich darüber gewundert, wozu brauchten die Entführer Füllmaterial in eine Plastiktüte und nahm es mit in seine Kabine. Wenn man etwas in einem Kübel versteckte, blieben so viele Füllsteinchen übrig, wie es dem Volumen des versteckten Gegenstandes entsprach. Lag die Bombe also in einem Blumenkübel? Aro eilte auf den Gang hinaus und machte sich auf die Suche nach Carol, was sich als schwierig erwies. Schließlich erklärte sich die Frau, die im Pörserbüro Dienst hatte bereit, Carol anzurufen und Aro konnte ihr seine Entdeckung mitteilen. Carol hörte aufmerksam, aber skeptisch zu. Ich weiß nicht, unser Sicherheitschef soll entscheiden, ob deiner Beobachtung irgendwelche Maßnahmen nach sich zieht. Erzähl Thompson das Ganze. Carol brachte Aro zu einer Kabine und klopfte in eindeutig vorab vereinbatem Rhythmus an die Tür. Thompson ließ die beiden herein. Er sah gehetzt und gereizt aus. Warum bringst du den Jungen hierher? Hinter ihm in der Kabine erkannte Aro die anderen Ferrum Mitglieder. Er heißt Aro und du solltest ihm zuhören, erwiderte Carol. Ihm zuhören jetzt, schnaubte Thompson und vertiefte sich in die Grundrisszeichnung des Schiffes, die er auf dem Bett ausgebreitet hatte. Schick ihn weg. Ich glaube, eine oder mehrere Bomben könnten in den Kübeln von Grünpflanzen versteckt sein, sagte Aro mit so beleidigtem und selbstsicherem Ton, dass sich alle zu ihm umtreten. Leise, lüsterte Kern und legte den Finger auf die Lippen. Thompson starrte Aro an. Warum glaubst du das? Mit wenigen Sätzen berichtete Aro, was passiert war. Und in der Kabine der Terroristen habe ich eine Tüte mit diesen braunen Steinchen gesehen, die als Füllstoff für die Kübel an. Der Junge ist clever, flüsterte Kern beinahe begeistert. Es gibt einen Plan, auf dem alle Pflanzen des Schiffes eingezeichnet sind. Besorg ihn mir. Ein anderer Aspekt ist wesentlich problematischer, fuhr Thompson fort, wobei er seinen Kommandanten Blick über die geschorenen Ferrum Mitglieder schweifen ließ. Wir müssen einen Weg finden, Kontakt zu den Behörden aufzunehmen, ohne dass es die Entführer merken, sprich ohne Funk. Die Behörden wissen schon Bescheid, sagte Aro und zog erneut alle Blicke auf sich. Er erzählte, wie er die Entführer heimlich mit dem Kamerahandy fotografiert und den Verlauf der Ereignisse auf ein Blatt Papier geschrieben hatte, wie er die Zeit für das Verschicken der SMS eingestellt und die Plastikkanister mit der Taschenlampe darin ins Meer geworfen hatte. Während erredete, spürte er seinen Wert in den Augen der Ferrum Mitglieder steigen. Du bist ein ziemliches Risiko eingegangen, sagte Thompson mit zusammengekniffenen Augen. Ich hab doch gesagt, der Junge ist clever, grinste Curran. Im Kontor der Hongkong and Shanghai Banking Corporation in der High Street von Georgetown, der kleinen idyllischen Hauptstadt der Cayman Inseln, gab ein braungebrannter Bankangestellter mit dicker Brille Überweisungsaufträge in den Computer ein. Ein Formular nach dem anderen wanderte in schneller Folge von dem Fach mit den unerledigten Arbeiten in das Fach mit den Erledigten. Eine Firma namens Oceanic Asset Management Limited überwies 19 Millionen 850 Tausend US-Dollar an einen Diamantengroßhändler in Antwerpen. Zig Millionen, Hunderte Millionen, das war Alltag für einen Bankangestellten in einem der lebhaftesten Steuerparadiese der Welt. Darum nahm er von der Transaktion keine besondere Notiz. Noch ein paar Zusatzinformationen, ein Druck auf die Enter-Taste und einen Moment später ging das Geld auf dem Konto des Empfängers ein. Der Angestellte stempelte das Formular und legte es im Fach mit den erledigten Arbeiten ab. Craig Thompson ging vor der Grünpflanze auf die Knie wie ein Moslem, der sich zum Beten niederlässt. Neben ihm lag zusammengefaltet der Plan, auf dem alle Grünpflanzen des Schiffes eingezeichnet waren. Mindestens zehn davon hatte Thompson bereits zusammen mit Aro abgehakt. Jetzt befanden sie sich auf der Herrentoilette des Casinos. Thompson klopfte gegen den Kübel, als rechnete er damit, der Klang könnte etwas verraten. Aro behielt bang die Tür im Auge, in der Angst, die Entführer könnten jeden Moment hereinstürmen. Scheidschefs zu sein. Wahrscheinlich wäre ihnen beiden das Todesurteil sicher. Kann die Bombe nicht explodieren, wenn man so fest dagegen schlägt? flüsterte Aro. Thompson schien von Kübel zu Kübel immer fester zu klopfen. Du hilfst mir am besten, indem du still bist, zischte Thompson schwitzend und gequält. Waren sie schon mal in so einer Situation? wollte Aro wissen, erhielt als Antwort aber nur einen wütenden Blick. Geh mir aus dem Licht! Seiner Stimme war anzumerken, dass Thompsons Geduld gerade auf eine harte Probe gestellt wurde. Aro richtete sich auf, sah Thompson aber weiterhin über die Schulter. Dieser blickte sich um. Curran meint, die Entführer hätten eine Bombe neben dieser Wand hier deponieren müssen. Dahinter verlaufen Rohre, die in den Maschinenraum führen und im Falle einen Finger zwischen die leichten Steinchen im Kübel. Plötzlich hielt er inne. Und? flüsterte Aro ungeduldig. Thomson antwortete nicht, sondern scharrte vorsichtig einige Steinchen zur Seite. Plastik Sprengstoff, flüsterte er mit noch angespanntere Stimme als bisher. C4 oder Semtex? Aro lief ein Schauder über den Rücken. Er war ängstlich und begeistert zugleich. Und das war eine Kombination, die Spannung produzierte wie eine Batterie. Im Hauptquartier des zentralen finnischen Kriminalamts KRP in Wanta bei Helsinki saßen mehrere Männer mit ernsten Gesichtern im Besprechungsraum. Unter ihnen Timo Nortamo. Ihm stand die Situation in all ihrer Entsetzlichkeit deutlich vor Augen. Sie waren gezwungen, die Ocean Emerald wenigstens vorerst ihren Weg zu einem unbekannten Ziel fortsetzen zu lassen, als ein riesiges, mit Sprengstoff geladenes Gefängnis zahlreicher Geiseln. Als ein Gefängnis mit ganz besonderen Eigenschaften. Das war leicht zu beobachten, aber es war unmöglich, sich ihm unbemerkt zu nähern. Außerdem konnte es innerhalb kürzester Zeit in den Tiefen des Meeres versenkt werden, mitsamt allen Passagieren. Ein dicker, gestresst wirkender Mann betrat den Raum. Canerva, der Vize-Chef der KRP. Der Bär ist startklar, sagte er. Timo sah seinen ehemaligen Vorgesetzten scharf an. Es war vereinbart worden, dass die Polizei-Sondereinheit Bär nur im äußersten Notfall zum Einsatz kam. Und dieser Punkt war noch lange nicht erreicht. Die Leute vom SK Bär werden wir vorläufig nicht brauchen. Aber sie müssen einsatzbereit sein, wie du sehr wohl weißt. Canerva baute sich unmittelbar vor Timo auf. Wir verstehen alle, unter welcher Belastung du wegen deines Sohnes stehst, und wir hätten vollstes Verständnis dafür, wenn du die Verantwortung für den Einsatz uns überlässt und ein bisschen Abstand hältst. Timo biss die Zähne zusammen. Was er gerade gehört hatte, war nichts anderes als der unverblümte Hinweis, sich zu verziehen. Ich gehe nirgendwo hin, flüsterte er heiser. Canerva fixierte ihn mit festem Blick. Na gut, nimm Kontakt mit Brüssel auf. In Deutschland muss die GSG 9 in Bereitschaft versetzt werden und in England die SAS. Um den Schlamassel hier in den Griff zu kriegen, brauchen wir die besten Spezialeinheiten der Welt. Vor dem Fenster von Carols Kabine tobte das aufgewühlte Meer. Das Bett unter Aro schaukelte. Er schloss die Augen, aber der Schlaf wollte nicht kommen. Jedes kleine Geräusch, jede zufallende Tür ließ ihn wieder aus seinem Dämmerzustand hochschrecken. Plötzlich fuhr Aro zusammen. Es klopfte an der Tür. In seine Decke gewickelt, lag er regungslos da und lauschte. Das Schloss knackte und die Tür ging auf. Aro hielt den Atem an und beobachtete aus dem Augenwinkel den Schatten, der sich an der Wand breit machte. Wir haben eine zweite Bombe gefunden, flüsterte Thompson kühl. Sie war in einem Verteilerkasten auf Deck 9 versteckt. Wir versuchen jetzt herauszufinden, wer der andere Entführer ist, der einen Funkauslöser für die Sprengsätze hat. Wir denken darüber nach, beide gleichzeitig anzugreifen, falls sich die Lage zu sehr verschlechtert. Bist du sicher, alles erwähnt zu haben, was du in der Kabine von Delacroix gesehen und gehört hast? Ich habe alles erzählt, was sich zu erzählen lohnt, Aro schwieg einen Augenblick. Aber ich kann versuchen, noch mehr Erzählenswertes herauszufinden, flüsterte er. Was meinst du damit? Wenn ich einen Schlüssel für Delacroix's Kabine bekomme, sehe ich mich dort ein bisschen um. Du? Auf keinen Fall. Sie und ihre Leute werden sofort erkannt. Ich bin in den Augen der Piraten bloß ein Junge, der zu viele Fünf-Freunde-Bücher gelesen hat. Tomsen überlegte eine Weile. Nein, das Risiko ist zu groß. Im Verhältnis wozu? Manchmal muss man kleine Risiken eingehen, damit keine großen entstehen. Ich werde das nicht zulassen. Was für andere Möglichkeiten gibt es denn? fragte Aro und gab sich Mühe, möglichst selbst sicher zu klingen. Tomsens Gesichtsausdruck wurde noch ernster, als er ohnehin schon war. Du musst extrem vorsichtig sein, flüsterte er schließlich. Ich brauche eine Schlüsselkarte und jemanden, der auf dem Gang aufpasst, aber nicht sie oder jemand von ihren Leuten, weil sie sofort erkannt werden. Ich weiß, wen ich haben will. Aro genoss es, Thompson Bedingungen diktieren zu können, falls diese Person einverstanden ist, und dann bräuchten wir zwei Funkgeräte. Nach Mitternacht wurde der Wind noch stärker, und dicke Regentropfen liefen über die großen Fensterscheiben der Kommandobrücke der Ocean Emerald. Düstere Wolken bedeckten den Himmel, weder Mond noch Sterne waren zu sehen. Kapitän Hagen war todmüde, aber er verließ die Kommandobrücke nicht, sondern saß wortlos links neben dem Steuermann, der Brückenwache hatte am Steuerpult. Die Wellen brachen sich am Bug. Der schwere Seegang brachte das Schiff immer stärker zum Schwanken. Hagen warf einen Blick auf Delacroix, der vom Kommandoplatz auf der linken Seite der Brücke aufstand und gemächlich zum Kartentisch hinüberging. Er sah sich die Einträge auf der Karte an, die alle halbe Stunde gemacht wurden und die Position des Schiffes anzeigten. Unser neues Ziel ist Kaliningrad. Delacroixs Stimme klang nach wie vor so kühl wie die eines Geschäftsmannes. Steuermann, bitte nehmen Sie Kurs auf die Danziger Bucht. Hagen sah Delacroix überrascht an. Kaliningrad war eine russische Enklave zwischen Polen und Litauen. Er trat hinter den Steuermann und schaute auf den Radarschirm. Das Echo, das sich bislang sechs Meilen hinter der Ocean Emerald gehalten hatte, schien die Geschwindigkeit zu erhöhen und die rechte Seite des Luxusliners anzusteuern. Unbemerkt stellte Hagen am Steuerpult das Radar auf einen Radius von zwölf Meilen ein. Schon vor einiger Zeit war das Schiff, das ihnen folgte, aus südwestlicher Richtung ins Kielwasser der Emerald eingeschwenkt. Als die Emerald nun den Kurs änderte, machte das Schiff hinter ihr exakt das Gleiche. Solange es der Emerald folgte, hielt es einen Abstand von sechs Meilen. Hagen nahm einen kleinen gelben Notizzettel zur Hand und nickte dem dritten Steuermann zu, dessen Wache nun zu Ende war. Auf den Zettel schrieb Hagen, »Nehmen Sie die Signallampe und teilen Sie dem Schiff hinter uns unser Ziel mit. Kein Funk.« Er schob den Zettel vor den dritten Steuermann hin und nickte erneut. Der Mann sah Hagen an und nickte zurück. »Gute Nacht, Herr Kapitän!« sagte der dritte Steuermann und stand auf. Fünf Minuten später wurden vom Hinterdeck der Ocean Emerald von einer geschützten Stelle neben dem Schornstein aus Lichtzeichen mit der Signallampe gegeben. Die Ocean Emerald wurde vom Sturm hin und her geworfen und jedes Kippen erinnerte Aro an das Schicksal der Estonia. »Gehen wir auch bestimmt in die richtige Richtung?« »Frag nicht so viel,« zischte Rosita, »folge mir einfach.« Rositas Befehlston gefiel Aro gar nicht. Er erinnerte ihn allzu sehr an Thomsons Stil. Alle schienen Aro bloß für einen halbwüchsigen Burschen zu halten. Jetzt hatte er allerdings keine Zeit, sich über solche Dinge aufzuregen. Schließlich hing sein Leben gerade am seidenen Faden. Falls einer der Entführer überraschend um die Ecke käme, würde er dieses Risikospiel hier sofort im Keim ersticken. Aro wunderte sich selbst, dass er den Vorschlag gemacht hatte. Rosita blieb stehen, drehte sich um und sah Aro in die Augen. »Hinter der Ecke dort!« Aro richtete sich auf und griff intuitiv in seine Hosentasche. Die Schlüsselkarte war noch da. »Warte hier, bis ich zurück bin!« Aro huschte um die Ecke. Der Gang war leer. Er ging zu Delacroix's Kabine, blickte sich mit pochendem Herzen um und klopfte an. Niemand öffnete. Er schob die Schlüsselkarte ins Schloss. Man hörte ein gedämpftes Knacken. Dann leuchtete ein kleines Licht auf. Aro trat ein, wohlwissend, dass er keine Ausrede parat hätte, wenn er jetzt erwischt würde. »Das Tagebuch?« fragte Emilio ungläubig und starrte Delacroix an. »Hol es aus meiner Kabine«, sagte Delacroix. »Ich brauche es jetzt.« Emilio verließ die Kommandobrücke und Delacroix versank tief in Gedanken. Der Kapitän war in seine Kabine gegangen, um sich auszuruhen. Auf der Brücke hielten sich der zweite Steuermann und ein paar andere Offiziere auf. Delacroix spürte, wie sie ihn verachteten, auch wenn sie das nicht mit Worten zum Ausdruck brachten. Er ließ sich davon nicht stören, denn die Männer um ihn herum waren allesamt Banausen, die vom wirklichen Charakter seiner Arbeit keine Ahnung hatten. Kriminelles Handeln war nichts anderes als bis ins Extreme getriebene Unabhängigkeit, die Befreiung von allen Regeln. Nun blieb das perfekte Verbrechen jedoch zwangsläufig immer ein Geheimnis. Und das war so, als könnte ein Maler sein Meisterwerk nicht dem Publikum preisgeben. Darum führte Delacroix Tagebuch. Er hatte nicht die Absicht, seine Meisterwerke zu Lebzeiten zu enthüllen, aber nach seinem Tod würden seine Aufzeichnungen veröffentlicht werden und ihm das verdiente Ansehen garantieren. In Delacroix' Kabine blätterte Aro in einem schwarzen Notizbuch. Die mit Tinte geschriebenen Buchstaben wirkten chaotisch, bis Aro begriff, dass es sich um Spiegelschrift handelte. Den Inhalt verstand er nicht, aber allem Anschein nach waren hier wichtige Informationen festgehalten worden. Ein Geräusch auf dem Gang ließ Aro zusammenzucken. Einen Moment lang stand er reglos da, bereit, sich schnell unter dem Bett zu verstecken, aber es näherten sich keine Schritte. Er schob das Notizbuch in den Hosenbund und sah sich weiter in der Kabine um. Vor einer blauen Reisetasche ging er in die Hocke, öffnete den Reißverschluss und spähte hinein. Rosita hob das Funkgerät auf, das ihr auf den Boden gefallen war, sah es misstrauisch an und schimpfte innerlich über ihre Ungeschicklichkeit. Zum Glück hatte Aro das nicht gesehen. Rosita war sich schon nicht sicher gewesen, ob sie das Gerät bedienen konnte, aber jetzt wusste sie nicht einmal, ob es überhaupt noch funktionierte. Gerade als sie eine Taste drücken wollte, hörte sie von der Treppe her zielstrebige Schritte näher kommen. Sie blickte sich um, sah eine Putzkammer und schlüpfte hinein. Sie hörte, wie die Schritte an ihr vorübergingen und um die Ecke bogen. Voller Panik drückte sie die Tasten des Funkgeräts, brachte aber nur einige grelle Pieptöne zustande, die in ihr noch größere Panik auslösten. Die Schritte hielten vor der Kabinentür an und Aro erstarrte auf der Stelle. Sein Herz schlug so heftig, dass er befürchtete, man könnte es bis draußen hören. Er stopfte die Fotokopie, die er in der Reisetasche entdeckt hatte, in seiner Hosentasche, löschte das Licht und stürzte blitzschnell unter das Bett. Das war zwar das Offensichtlichste aller Verstecke, aber er hatte jetzt keine Zeit zum Überlegen. Man hörte das Geräusch des elektrischen Schlosses. Dann ging die Tür auf. Die Schritte kamen herein und Aro hielt den Atem an. Der Staub unter dem Bett drang in seiner Nase und reizte ihn zum Niesen, aber Aro hielt sich die Hand vor den Mund. Er sah schwarze Schuhe näher kommen. Sie blieben vor dem Bett stehen. Das Rauschen eines Funkgeräts brach die quälende Stille. Die Eins? Ich bin jetzt in deiner Kabine. Wo ist das Tagebuch? Auf einmal spürte Aro die Adern in seinen Schläfen rauschen wie die Niagarafälle. Das Buch war unter dem Bett. Er hatte es sich selbst gerade in den Hosenbund gestopft, weil er glaubte, etwas Wichtiges entdeckt zu haben. Und der Entführer würde nicht ohne weiteres die Kabine verlassen, bevor er es gefunden hätte. Die blaue Reisetasche stand auf dem Fußboden und Aro sah, wie die Hand des Entführers sich darauf zubewegte. Der Lacroix hatte ihm anscheinend beschrieben, wo das Buch zu finden war. Wenn er sich jetzt nicht an seinem Platz befand, würde erst mal eine gründliche Suche beginnen. Aro starrte auf die Fersen des Entführers und begriff, dass der Mann mit dem Rücken zum Bett stand. Vorsichtig führte er die Hand zum Gürtel und zog das Tagebuch heraus. Jetzt musste er extrem schnell und sehr präzise sein. Er rückte näher an den Bettrand heran, schob die Hand mit dem Buch heraus und beförderte es geschwind aufs Bett. Im selben Augenblick drehte sich der Entführer um. Wieder rauschte das Funkgerät. Es ist nicht in der blauen Tasche. Könnte es woanders sein. Moment mal, hier, hier ist es ja. Der Entführer schluckte den Köder tatsächlich. Aros aus der Not geborene Idee war die richtige gewesen. Er wagte sich gar nicht vorzustellen, was passiert wäre, wenn der Entführer sich über das plötzlich aufgetauchte Buch auf dem zuvor leeren Bett gewundert hätte. Der Funkverkehr ging weiter und Aro spitzte die Ohren. »Helmut, den hab ich vorhin unter den Passagieren gesehen. Niemand hat einen Verdacht, alles klar. Ich teile ihm den Befehl mit.« Die Lichter gingen aus und die Tür fiel zu. Aro kroch unter dem Bett hervor, schnappte nach Luft und wartete einen Moment ab. Schließlich wagte er es, die Tür einen Spaltbreit zu öffnen. Die Luft war rein. Er schlich um die Ecke und stieß auf Rosita, die ein ganz komisches Gesicht machte. Warum hatte sie ihn nicht vor dem Eindringling gewarnt? Aro wollte er gerade lautstark Vorwürfe machen, als er die Situation begriff. Der philippinische Entführer kam um die Ecke. Er hatte Rosita erwischt. Auf dem Bootsdeck war zunächst nur die Minimalbeleuchtung eingeschaltet, aber bald schon flammten die hellen Lichter mit aller Kraft auf. Mehrere Dutzend Passagiere schlotterten im Wind. Darunter Max Launey Junior. Auf seinem neugierigen Gesicht lag eine sensationshungrige Miene. Etwas abseits standen Thompson und weitere Angehörige der Crew. Die Entführer hatten sie alle an Deck kommandiert. Die Bühne badete im Licht und das Publikum war zur Stelle. So dachten die Entführer offenbar. Aro war entsetzt. »Ist dir klar, worauf du dich da eingelassen hast?« fragte Delacroix und sah Aro fest in die Augen. »Wer hat euch geschickt?« »Niemand hat uns geschickt. Wir haben uns verlaufen.« »Mit Funkgeräten?« »Und das hier habt ihr ganz zufällig gefunden.« Delacroix hielt die Fotokopie in der Hand, die Aro aus dessen Kabine mitgenommen hatte. »Jemand von der Crew hat euch geschickt. Leider müssen wir euch jetzt demonstrieren, was es für Konsequenzen hat, wenn man aufmüpfig und ungehorsam ist. Ansonsten verlieren wir die Kontrolle über die Offiziere. Wir werden euch eine Lehre erteilen, die ihr nie vergesst.« Ein Gefühl der Erleichterung durchlief Aros fieberhafte Gedanken. Sie hatten nicht vor, ihn umzubringen. Delacroix hätte das mit dem Lehre erteilen doch nicht betont, wenn er Aro zum Lernen keine Lebenszeit mehr lassen würde. »Deine Helfershelferin muss nun die Verantwortung für deine Dummheit tragen.« Aro wusste nicht, was er sagen sollte. Er blickte nur auf Rosita, deren schöne Augen zu seiner Erschütterung mit einem Tuch verbunden wurden. »Nein!« stammelte er. Emilio schob Rosita, die sich heftig wehrte, auf die nasse Reling zu, die im Licht der hellen Lampen glänzte. Delacroix öffnete eine der Pforten, die für das Zu-Wasser-Lassen der Rettungsboote in der Reling eingebaut waren. Dahinter wartete nichts anderes als der Sturz in die schwarzen Wogen. Mehr reflexartig als überlegt rannte Aro zu Emilio. Delacroix packte ihn unmittelbar neben der Pforte am Arm, aber Aro stieß ihn mit aller Kraft von sich. »Achtung!« schrie Emilio seinem Anführer zu. Delacroix hielt sich mit einer Hand an Aro fest und tastete mit der anderen Hand nach der Reling. Aber die war nass. Aro begriff, dass Delacroix Hand abrutschte. Der Mann geriet ins Taumeln und dann stürzte er in die Finsternis, ohne Aro loszulassen. »Aro!« rief Rosita mit Tränen in den Augen und schaute über die Reling hinweg auf das dunkle, brausende Meer. »Er… er wollte mich retten!« Ihre Stimme brach und ging in ein furchtbares Schluchzen über. John Curran ergriff einen Rettungsring und warf ihn in weitem Bogen in die Dunkelheit. Dann warf er einen zweiten, einen dritten und einen vierten hinterher. Das Schiff schaukelte heftig. »Holt Delacroix aus dem Wasser!« schrie Juliette mit fast hysterischer Stimme. »Wenn ihr ihn nicht in Sicherheit bringt, folgt ihm der Kapitän ins Meer!« Thompson drückte auf sein Funkgerät. »Hagen, stoppen Sie das Schiff! Männer über Bord!« »Hagen, wir stoppen das Schiff! Lassen Sie das Rettungsboot zu Wasser!« Thompson hörte die Stimme des Kapitäns nicht mehr, denn er betätigte schon das Steuerpanel, um das Rettungsboot ins Wasser zu bekommen. »Tempo«, rief Juliette, »rette Delacroix!« »Hör auf zu toben! Drück lieber den Griff hier, bis das rote Licht angeht!« Thompson war außer Atem, aber seine Stimme klang ruhig. Zusammen mit Curran stieg er entschlossen ins Boot. Der Wind pfiff boshaft an den Stahlseilen entlang. Das Schaukeln der Emerald hatte deutlich zugenommen, seitdem das Schiff gestoppt worden war. Curran ließ den großen, schwarzen Mercury-Außenbordmotor schon an, bevor das Boot auch nur annähernd die Wasserfläche berührte. Thompson hielt sich an einem Griff am Bootsrand fest. Die Wellen stiegen ihnen hoch entgegen, aber Schaumkronen waren nicht zu erkennen. Denn Hagen hatte das Schiff gegen den Wind gestellt. Als das Boot die Wasserlinie erreichte, wurde es von einer hohen Welle gegen die Emerald geschleudert, von wo es wie ein Gummiball zurückprallte. In den Fenstern des Schiffes brannte Licht, aber sie waren nicht hell genug, um das pechschwarze, nächtliche Meer zu beleuchten. Schwere Gischt schlug den Männern in die Gesichter, während sie den passenden Moment abwarteten, um das Boot vom Stahlseil zu lösen. Als das Boot schließlich für einen Moment auf der Stelle zu stehen schien, öffnete Curran im Nu den Verschluss. Thompson nahm die Wärmekamera aus dem Kasten neben dem Steuerpult. Aro sah nichts, hörte nichts und spürte eigentlich auch nichts. Er musste seine ganze Aufmerksamkeit und Energie dafür aufbringen, über Wasser zu bleiben. Mit den Händen machte er Schwimmbewegungen, während er von den Wellen auf- und abbewegt wurde. Zum ersten Mal seit dem Sturz sah er kurz die Lichter der Ocean Emerald und erschrak, das Schiff trieb mehrere hundert Meter weit weg. Seine Bewegungen waren steif und ihm war so kalt, dass er mit den Zähnen klapperte. Allmählich nahm ihn die Panik in ihre Gewalt. Er bekam Wasser in den Mund und er spuckte heftig. Dabei versuchte er, mit dem Kopf nicht unter Wasser zu geraten. Ihm schossen seine ersten Schwimmversuche als kleines Kind in den Kopf, im Baggersee bei Porvo, als seine Mutter ihn im Wasser in der Schwebe hielt mit sicherem, festen Griff. Unfassbar genau sah Aro den ermutigenden Blick seiner Mutter vor strahlend blauem Himmel. Plötzlich drückte ihn eine Welle unter Wasser und das Fantasiebild zerlief in der Finsternis. Er empfand mit einem Mal den schrecklichen Schmerz, den er seiner Mutter und seinem Vater und seiner Großmutter und allen, die ihm nahestanden, bereiten würde, wenn er jetzt aufgäbe. Seine Muskeln zitterten vor Erschöpfung. Aber Aro brachte den Kopf mit aller Macht über Wasser und in Gedanken suchte er wieder nach dem Gesicht seiner Mutter und dem ermutigenden Blick. Das gab ihm Kraft. In den Wimpern seiner Mutter glitzerten Wassertropfen, aber auf einmal sahen die Tropfen wie Tränen aus. Eine neue Welle kam näher und der Blick der Mutter war voller abgrundtiefer Angst und voller Schmerz. Wieder schwappten die Wassermassen über Aro hinweg. Er kämpfte mit aller Kraft, um nicht unterzugehen und kein Wasser in die Lunge zu bekommen. Immer deutlicher begriff er, dass er nie mehr nach Hause zu seiner Familie zurückkehren würde. Das Rettungsboot hüpfte wie wild auf den Wellen, als es die nördliche Richtung einschlug, aus der die Ocean Emerald gekommen war. Thompson hielt sich mit der einen Hand an dem Geländer fest, das vom Steuerpult ausging, in der anderen Hand hielt er die Wärmekamera. Er musste kämpfen, um inmitten des spritzenden Wassers und bei dem heftigen Schaukeln aufrecht zu bleiben. Curran, der rechts von ihm das Steuerruder hielt, schien mit den Bootsbewegungen verschmolzen zu sein. Thompson blickte zurück. Mit ihrer hellen Beleuchtung wirkte die Ocean Emerald freundlich und unerschütterlich. Aber das hatten wahrscheinlich auch die in die Rettungsboote kommandierten Passagiere der Titanic in jener schicksalhaften Aprilnacht im Jahr 1912 gedacht. Thompson richtete seinen Blick wieder auf den grün leuchtenden Sucher der Wärmekamera. Plötzlich nahm er einen hellen Punkt wahr. Ein Mensch. Dort! Thompson deutete nach links in die Dunkelheit. Im selben Moment machte das Boot eine scharfe Erneut blickte er auf den Monitor der Wärmekamera. Am gegenüberliegenden Rand war ein weiterer weißer Fleck aufgetaucht. Curran drehte einen der Scheinwerfer, die an dem Metallbogen, der das Boot überspannte, angebracht waren. Thompson wischte sich das Wasser aus dem Gesicht und erkannte im Lichtkegel des Scheinwerfers eine kleine, dunkle Gestalt. Der Junge. Thomsons Blick ging zum zweiten Fleck auf dem Monitor. Seine Gedanken tobten noch heftiger als das Meer um ihn herum. Delacroix war weiter weg. In dem kalten Wasser konnte das Überleben eine Frage von Minuten sein. Wenn sie versuchten, den Jungen zu retten, konnte es sein, dass Delacroix ertrank und umgekehrt. Wen sollten sie zuerst aus dem Meer ziehen? Den Entführer, dessen Tod weitere Tote nach sich ziehen konnte, oder den Jungen, der näher war? Aro wurde von einem hellen Licht geblendet. Hinter Mutters nassen Haaren brannte die Sonne über dem Baggersee. Aro hatte das Gefühl zu versinken und versuchte, sich an seine Mutter zu klammern. Aber da verschwand sie, und seine Hände griffen bloß ins Wasser. Das Licht hob und senkte sich zwischen den Wellen und verschwand nicht. Es war der Scheinwerfer eines Bootes, das weit weg auf dem Wasser schaukelte. Aro versuchte, eine Hand zu heben, doch das war unmöglich, denn sofort wurde er wieder unter Wasser gedrückt. Er merkte, wie steif er durch die Kälte bereits geworden war. Er konnte seine Gliedmaßen so gut wie gar nicht mehr bewegen. Das Licht bewegte sich von ihm weg. Mit dem Boot schienen Aro auch die allerletzten Kräfte zu verlassen. War das nun das Ende? Er versuchte zu schreien, konnte aber nur husten, weil er sofort Wasser schluckte. Das Boot fuhr einen Bogen. Es entfernte sich doch nicht, sondern kam jetzt sogar in hohem Tempo auf ihn zu. Timo Nortamo starrte auf die beiden zusammengebundenen Plastikkanister, die der Co-Pilot des Hubschraubers auf dem asphaltierten Landeplatz in Wanta vor ihm auf den Boden legte. Es war regnerisch, und es ging ein starker Wind. Der Lärm des Helikopters dröhnte in Timos Ohren, aber das störte ihn nicht. Seine ganze Aufmerksamkeit war auf die beiden Plastikkanister gerichtet. »Danke!« rief Timo dem Mann zu. Er hatte einen Kloß im Hals. Die hellen Lampen auf dem nächtlichen Hubschrauberlandeplatz blendeten ihn. Ohne weitere Sekunden zu vergeuden, riss Timo die Schnur vor den Kanistern und nahm einen von ihnen in die Hand, wobei er ihn leicht schüttelte. Im Innern klapperte etwas. »Bringen wir sie hinein«, sagte der Kommissar der Zentralkripo KRP und streckte die Hand nach dem anderen Kanister aus. Timo war jedoch schneller und schnappte sich auch den zweiten Behälter, als wäre er der Besitzer, und eilte auf das weiße, kastenförmige Gebäude zu. In einem Raum mit Betonfußboden, wo sich auf die Schnelle ein halbes Dutzend KRP-Mitarbeiter versammelt hatten, stellte er die Kanister auf einen Tisch. Er zog Latexhandschuhe an und schraubte den Plastikverschluss auf. Dann hielt er den Kanister schräg und versuchte vorsichtig, das Handy herauszubekommen, aber die Öffnung war zu klein. »Ein Messer«, brummte er. Jemand reichte ihm ein orangefarbenes Teppichmesser. Damit schnitt er ein ausreichend großes Loch in den Kanister. Er nahm das Telefon heraus und gab es einen Mann, der inzwischen auch Latexhandschuhe angezogen hatte. Er selbst konzentrierte sich darauf, das Blatt Papier zu entfalten, das zusammen mit dem Handy in den Plastikbeutel steckte. Als er Aros Sauklaue erkannte, war er innerlich so bewegt, dass er gegen die Tränen ankämpfen musste. »Ich bin um 15.30 Uhr an Bord, um Juliette Dupont Pass und Schiffsausweis zurückzubringen.« Aro beschrieb klar und präzise, was passiert war. Der Mann, dem Timo das Handy gegeben hatte, sah es sich zusammen mit zwei Kollegen an und sagte, »Du scheinst einen ziemlich cleveren Sohn zu haben. Er hat mit der Digitalkamera des Telefons die Entführer fotografiert.« Der vollkommen durchnässte Thompson hielt Aro im Arm, als er vom Rettungsboot auf das Deck der Ocean Emirates stieg. Rosita legte eine Wolldecke um Aro. Der Junge war grau im Gesicht und starrte vor sich hin, als verstünde er überhaupt nicht, was um ihn herum und mit ihm geschah. Er stammelte etwas, und Thompson hielt das Ohr dicht an den Mund des Jungen. »Wissen Sie, dass der Mensch, der es am längsten ohne Hilfe im Wasser ausgehalten hat, der brasilianische Fischer Joan war, den Nachnamen habe ich gerade vergessen.« Juliette kam mit der Maschinenpistole in der Hand auf Thompson zu. »Dafür hast du dich also entschieden.« Es gab nichts zu entscheiden, erwiderte Thompson kalt und marschierte mit Aro auf dem Arm auf die Tür zu. Da unten war nichts als Chaos und Finsternis. Juliette trat ihm in den Weg. Ihr nasses, totenbleiches Gesicht glänzte im Licht der Deckenbeleuchtung. »Du kannst dich bestimmt erinnern, was ich gesagt habe,« schrie sie mit fanatischer, greller Stimme. Thompson ging an ihr vorbei und streckte die Hand nach dem Türgriff aus. »Bring deine Beute nur hinein. Danach kannst du kommen und dir ansehen, was dein Versagen angerichtet hat.« Nachdem Thompson verschwunden war, sagte Juliette in ihr Funkgerät, »Emilio, bring den Kapitän hierher!« Drei Seemeilen von der Ocean Emirate entfernt trieb die HNMS Tromp ohne Beleuchtung auf den Wellen. Kommandant van Heerefeld stand auf dem Bootsdeck, wo mit einer elektrisch betriebenen Winde gerade das rote Schlauchboot der Tromp eingeholt wurde. Van Heerefeld wischte sich die Spritze aus dem Gesicht und musterte neugierig den Mann, der aus dem Boot stieg. Ein Marinesoldat in schwarzem Nassanzug stützte ihn. Von der Ocean Emirate war per Signallampe mitgeteilt worden, dass zwei Personen über Bord gegangen waren. Der Versender der Nachricht hatte abbrechen müssen, aber van Heerefeld hatte befohlen, das Rettungsboot zu Wasser zu lassen. Zum Glück. Sonst hätte der Passagier der Emirate nicht überlebt. »Dieu, merci! Dieu, merci!« sagte der Mann in einem Ort. »Gebt ihm trockene Kleider und bringt ihn dann in meine Kabine«, sagte van Heerefeld. Er war neugierig zu hören, was auf der Emirate geschehen war. Es sah aus, als hätten die Entführer den Mann ins Meer geworfen. Wenig später zog sich Delacroix in der Krankenstation des Schiffes trockene Kleider über. Dabei gab er sich schockierter und schwächer, als er in Wirklichkeit war. Er war sicher gewesen zu ertrinken, bis plötzlich das rote Schlauchboot neben ihm aufgetaucht war. Nun überlegte er, wie er am besten vorgehen sollte. Der Arzt brachte ihn in die Kabine des Kommandanten. Delacroix schlurfte absichtlich mühsam und sorgte dafür, dass seine Hände zitterten. »Van Heerefeld«, stellte sich der große, aufrechter Mann vor und streckte die Hand aus. »Wie fühlen Sie sich?« Delacroix seufzte schwer und ließ sich in den Sessel sinken, den Van Heerefeld ihm anbot. »Sind Sie von den Entführern ins Meer geworfen worden? Wie geht es den anderen Passagieren?« Delacroix seufzte erneut, noch schwerer als zuvor. Sein Gehirn analysierte fieberhaft die Lage. Man hielt ihn für einen Passagier. »Ich kann mich an nichts erinnern«, flüsterte er heiser. »Wo bin ich? Was ist passiert?« Im Hauptquartier der finnischen Zentralkripo hörte Timo über Kopfhörer, was ihm der Kommandant, der Fregatte Tromp, mit ruhiger Stimme mitteilte. »Der Mann erinnert sich an nichts. Vielleicht kommt das durch den Schock oder aber er spielt uns eine Komödie vor.« »Wollen Sie damit sagen, dass er auch einer der Entführer sein könnte?« sprach Timo ins Mikrofon. »Das können wir nicht wissen.« Unruhig änderte Timo seine Haltung auf dem Stuhl. »Sehen Sie eine Möglichkeit, ein Bild von dem Mann zu machen und uns zu schicken?« »Sie werden in Kürze per E-Mail eine Digitalaufnahme erhalten.« »Gut.« Timo nannte die E-Mail-Adresse und schickte dem Beamten, der für den Funk zuständig war, zu, worauf dieser die Verbindung zur HNMS Tromp unterbrach. Timo besprach die Situation mit den Leuten von der KRP. Er stand außerdem in engem Kontakt mit der Tera in Brüssel, wo internationale Polizeieinsätze koordiniert wurden. Die französische Polizei hatte nach Informationen über mehrere Personen mit dem Namen Juliette Dupont gesucht, aber wie es aussah, benutzte die Frau auf dem Schiff eine falsche Identität. Jener Philippe Delacroix hingegen, den Aro in seiner Botschaft erwähnte, schien unter seinem richtigen Namen aufzutreten. Der Mann war ein alter Bekannter der französischen Polizei, ein hartgesottener Berufskrimineller, der sich mittlerweile auf Kunstraub und illegalen Kunsthandel verlegt hatte. Alle Anzeichen deuteten darauf hin, dass hier eine skrupellose kriminelle Bande am Werk war und keine Gruppe von Terroristen. Der Computer, um den sich die KRP-Mitarbeiter gescharrt hatten, gab per Tonsignal bekannt, dass eine E-Mail eingegangen war. Der Absender war Königliche Marine, HNMS Tromp. Timo öffnete die Nachricht, an die das Foto eines Mannes angehängt war, der in einer Kabine saß. Er erkannte sofort, dass es derselbe Mann war, den Aro mit dem Kamerahandy fotografiert hatte. Thompson schaute mit versteinertem Gesicht auf die Szene, die sich vor ihm auftat. Im hellen Scheinwerferlicht auf dem Bootsdeck der Ocean Emerald standen die Entführer und mehrere Crewmitglieder. Weiter weg waren die Passagiere zusammengedrängt worden, damit sie sich das Schauspiel ansahen, dessen Dramatik sich nun kaum mehr steigern ließ. Wieder war die Pforte in der Reling offen und fünf Meter vor dem freien Fall ins Meer stand Kapitän Hagen in aufrechter Haltung, die Augen mit einem schwarzen Tuch verbunden. Thompson holte Tiefluft. Die Entführer hatten ihren Chef verloren und wollten jetzt mit Gewalt die psychologische Oberhand zurückgewinnen. Schaut genau hin, rief Juliette Dupont. Man hat sich meinen Anweisungen widersetzt und jetzt wird der Kapitän mit seinem Leben dafür bezahlen. Thompson sah, dass Juliette mit einer Hand ständig den Funkauslöser umklammert hielt. Er hatte sich sicherer gefühlt, als der Auslöser bei Delacroix gewesen war, denn die Frau war wesentlich fanatischer. Auf der HNMS Tromp eilte von Heerefeld in die Kabine zurück, wo der Mann saß, den sie aus dem Meer gerettet hatten. Dessen Zustand hatte sich überraschend schnell gebessert. »Monsieur Delacroix«, sagte von Heerefeld. »Er hatte zwei Marinesoldaten bei sich, für den Fall, dass der Mann, der sich als Entführer entpuppt hatte, einen verzweifelten Versuch unternehmen würde. Ich weiß, wer sie sind. Bringen Sie mich auf die Ocean Emerald zurück«, fiel ihm Delacroix ruhig ins Wort, »und verschwinden Sie aus Ihrem Kielwasser.« Van Heerefeld schaute dem Franzosen in die Augen. In ihnen lag keine Spur mehr von Unsicherheit. »Warum sollten wir sie wieder auf das Kreuzfahrtschiff bringen?«, fragte Van Heerefeld. »Weil bald jemand von den Passagieren mit seinem Leben für meinen Sturz ins Wasser bezahlen muss, oder mehrere.« Zwischen den Männern kehrte Stille ein. »Wenn Sie mich nicht unverzüglich auf die Emerald zurückbringen und verschwinden, tragen Sie persönlich die Verantwortung für das Leben der Passagiere.« »Bitte sehr, Kapitän Hagen«, rief Juliette auf dem erleuchteten Bootsdeck der Ocean Emerald und stieß dem Mann den Lauf ihrer MP in den Rücken. Unmittelbar vor Hagen war die Pforte in der Reling, dahinter der freie Fall ins dunkle, wogende Meer. »Ohne mich werden Sie nicht klarkommen. Sie unterschätzen die Kompetenz Ihrer Offiziere, Kapitän Hagen.« Thompson starrte auf die schockierende Szene. Die Passagiere waren aufgefordert worden, hinzuschauen, aber nur wenige Männer verfolgten die Tragödie auf dem hell erleuchteten Deck. Die meisten hatten sich abgewandt, einige schluchzten. »Tempo«, brüllte Juliette. Hagen trat an den Rand des Decks und hielt sich am Ende der Reling fest. Juliettes Funkgerät rauschte. Sie nahm das Gerät in die Hand und hörte kurz zu. Auf ihrem Gesicht machte sich ein zufriedenes Lächeln breit, das aber beim weiteren Zuhören schnell wieder verschwand. »Kapitän, ich habe gerade eine gute und eine schlechte Nachricht erhalten. Die gute zuerst. Delacroix lebt und befindet sich in einem Schlauchboot auf dem Weg hierher. Sagt Ihnen der Name Tromp etwas?« Hagen schüttelte den Kopf. »Das ist das Schiff, mit dem Sie heimlich kommuniziert haben, und das ist die schlechte Nachricht.« Erbarmungslos versetzte Juliette dem Kapitän einen Stoß. Hagen fiel, bekam aber mit beiden Händen den Rand des Decks zu fassen und hing nun über dem eisig schäumenden Meer. Auf seltsame Weise gelang es ihm, auch dabei noch seine Würde zu wahren. Thompson stürzte herbei. »Lassen Sie Delacroix entscheiden«, rief er und bückte sich, um eine Hand des Kapitäns zu ergreifen. Thompson hoffte, dass zum Fanatismus der Frau auch der unbedingte Gehorsam gegenüber Delacroix gehörte und die Bereitschaft, sich dessen Befehl zu unterwerfen. An dem Zögern, das plötzlich in Juliettes Gesichtsausdruck erkennbar war, konnte Thompson ablesen, dass er richtig getippt hatte. »Also gut«, sagte Juliette schließlich. »Hauptsache, Delacroix lebt.« John Curran eilte Thompson zu Hilfe und im letzten Moment konnten sie den Kapitän wieder an Deck ziehen. Aro spürte seine Kräfte allmählich zurückkehren. Er hatte eine Weile in Carols Kabine verbracht, fest in eine Decke gewickelt. Einer der Schiffsärzte hatte ihn untersucht, ohne einen physischen Schaden feststellen zu können. Trockene Kleider hatte Aro von Rosita bekommen, die nicht viel größer war als er. Er musste nur die Hosen etwas umschlagen. Thompson hatte er von dem Funkgespräch berichtet, das er zuvor in der Kabine der Entführer belauscht hatte. Demnach war es möglich, dass ein Entführer mit dem Namen Helmut als Passagier auftrat, und es war ebenso möglich, dass genau der Mann den zweiten Funkauslöser in seinem Besitz hatte. Aber die Computer mit den Passagierinformationen waren zerstört. Außerdem hätte jener Helmut wohl kaum unter seinem richtigen Namen auf der Passagierliste gestanden. Es klopfte an der Tür. »Komm rein, Rosita!« Die junge Frau schob sich in die Kabine. »Woher hast du gewusst, dass ich es bin? Niemand sonst klopft so laut und hektisch an.« »Der Entführer ist aus dem Wasser gezogen worden«, sagte Rosita. »Ein Schlauchboot von einem Schiff, das in der Nähe war, hat ihn gebracht. Ich habe es selbst gesehen.« Aro starrte Rosita an und war über seine eigene Reaktion erstaunt. Er hätte eigentlich traurig darüber sein müssen, dass der Entführer zurückgekommen war, um hier die Leute zu maltretieren, aber er war nicht traurig. Er war froh, dass der Mann gerettet worden war. War aber Delacroix auch froh, dass Aro überlebt hatte? Aros Freude verflog sofort, und die Anspannung ließ ihn die Lippen fest aufeinander pressen. »Mach dir keine Sorgen«, flüsterte Rosita. »Wenn nötig, verstecken wir dich. Ich kenne ein paar Stellen auf dem Schiff, da findet dich keiner.« »Schade, dass du nicht tausend Passagiere verstecken kannst.« Das Gulfstream-Geschäftsflugzeug, das in Miami, Florida gestartet war, landete am Dienstagmorgen um 7.50 Uhr auf dem Flughafen Helsinki-Wanta. Ein müde wirkender, ungefähr 60-jähriger Amerikaner verließ die Maschine über die Gangway, gefolgt von zwei etwas jüngeren Männern. Max Launey-Senior, der Präsident der Reederei Emerald Cruises, fuhr im Wagen eines Mitarbeiters der finnischen Zentralkripo, der ihn abgeholt hatte zum Hauptquartier der KRP, wo der finnische Krisenstab auf ihn wartete. Eine enge Zusammenarbeit mit der Reederei war von erstrangiger Bedeutung, wenn man in der Lage sein wollte, alles zur Rettung der Passagiere zu unternehmen. »Ich habe gehört, dass Ihr Sohn auf dem Schiff ist«, sagte Launey, als er Timo Nortamo die Hand gab. »Und bei Ihnen sind es der Sohn und die Ehefrau«, entgegnete Timo leise. »Aber wir werden sie in Sicherheit bringen«. Der Hauch eines Lächelns trat auf Launys Lippen. Die vielversprechend begonnene Zusammenarbeit bekam jedoch schon bald die ersten Risse. Den finnischen Behörden war klar, dass sie den Medien von dem Fall etwas mitteilen mussten. Launey hingegen wollte die Entführung geheim halten, wenigstens so lange, bis es zu einer entscheidenden Wendung kam. »Machen Sie sich darauf gefasst, dass etwas durchsickert«, sagte Timo. »Wir haben es hier mit einer internationalen Krise zu tun, von der mehrere Ostseeanrainerstaaten betroffen sind«, Launey seufzte. »Das Leben meiner Frau, meines Sohnes, der Passagiere, der Crew, ist das Wichtigste für mich. Aber wenn etwas von der Entführung an die Öffentlichkeit durchsickert, ist das der letzte Sargnagel für meine Rederei. Wenn Ihr Ruf dabei Schaden nimmt, stürzt Sie das in den Konkurs.« Ein Mitarbeiter der KRP nahm Timo zur Seite. »Entschuldige, aber da will jemand aus Moskau mit dir sprechen. Sie haben die Absicht, eine Spezialeinheit nach Kaliningrad zu bringen, um die Entführung zu beenden.« Timo spürte, wie sich in seinem Inneren etwas eisig zusammenkrampfte. Ein verbeulter roter Alfa Romeo kroch im Nordosten von Adverben die Leopoldstrat entlang, die von kleinen Läden und Werkstätten gesäumt wurde. In den vergitterten Schaufenstern glitzerte Diamantschmuck auf Samtkissen. Das Auto bog in die Orgelstrat, eine schmale Nebenstraße, ein. Nichts verriet, dass dieses unspektakulär wirkende Viertel das Zentrum des weltweiten Edelsteinhandels war. Vor dem Haus mit der Nummer 71 kam der Alfa Romeo zum Stehen. Die Sonne strahlte den reich verzierten oberen Teil des schmalen, vierstöckigen Hauses vom Ende des 19. Jahrhunderts an. Der Fahrer blieb im Wagen sitzen. Die Beifahrerin stieg aus und legte mit großen Schritten die wenigen Meter bis zu der massiven Eichentür zurück. Vor dem benachbarten Schaufenster war ein Metallrollladen heruntergelassen worden, der bereits durchrostete. Der Fahrer beobachtete durch das Autofenster die Frau, die jetzt die Türklingel betätigte. Ein Firmenschild war nirgendwo zu erkennen, nur ein Zettel mit einem Namen. Ariel Halevi. Eva sah gespannt auf den Türspion. Sie wusste, dass auf der anderen Seite jemand war, der sie beobachtete. Dann hörte man klackende Geräusche, als ein Schloss nach dem anderen geöffnet wurde. »Schalom«, sagte ein alter Mann mit grauem Bart sanft, winkte Eva ins Haus und schloß die Tür wieder sorgfältig ab. »Ihr Freund ist im Wagen geblieben?« »Er passt auf, dass wir nicht gestört werden.« Der gebeugt gehende Alte lachte nervös auf und winkte Eva ins Hinterzimmer. Dort waren die weinroten Samtvorhänge zugezogen, nur eine Tischlampe warf einen blendend hellen Lichtkegel ins Halbdunkel. Auf dem Stoff unter der Lampe lagen abgenutzte Kunststoffschachteln, die mit kleinen Diamanten besetzte Ringe, Ohrringe und Halsketten enthielten. »Sind Sie direkt aus Rom?«, wollte der Alte wissen. Eva gefiel diese Neugier nicht, auch wenn sie unter den gegebenen Umständen verständlich war. Beim letzten Mal hatte sie erzählt, aus Rom zu stammen, was in gewisser Weise stimmte, denn sie hatte früher einige Jahre dort mit ihrer Schwester gewohnt, als ihre Mutter als Diplomatin in der ewigen Stadt tätig gewesen war. Ihre Schwester hatte Eva auch diesen Auftrag vermittelt. Sie war älter als Eva, trat unter dem Namen Juliette Dupont auf und stand seit drei Jahren im Dienst eines gewissen Philippe Delacroix. Offiziell war sie bei dem Mann angestellt, aber Eva vermutete, dass zwischen den beiden trotz des Altersunterschieds noch mehr war. »Ich habe wenig Zeit«, sagte Eva. Der Mann schob die dicke Brille auf seiner Nase zurecht. Eva sah, dass seine Hände ein wenig zitterten. Halevi trat vor das einzige Gemälde im Raum. Der Alte schob das jahrhundertealte Bild zur Seite und brachte dahinter die Tür eines in der Wand eingelassenen modernen Tresors zum Vorschein. Ein lieber Vetter von mir besitzt in Rom ein kleines Antiquitätengeschäft, in der Via Giulia. Sie müssen einmal dort vorbeischauen und Grüße von mir bestellen. Der Alte stellte sich so vor den Tresor, dass man das Zahlenschloss nicht sehen konnte. Der Laden befindet sich ganz in der Nähe der Piazza Campo de Fiori. Sie kennen den Blumenmarkt doch. »Haben Sie die vereinbarte Menge?« Der Alte hielt in seiner Bewegung inne. »Wir Diamantenhändler pflegen, Wort zu halten«, sagte er leise. »Entschuldigung, ich habe nicht viel Zeit, wie gesagt.« Halevi öffnete den Tresor einen Spaltbreit. Eva versuchte, dem Alten über die Schulter zu spähen, aber der schloss den Tresor sogleich wieder und drehte sich um. In der Hand hielt er einen dicken Teddybären, dem ein Ohr schelmisch herapping. Dieser Teddy hat nicht bloß Honig im Bauch. Halevi reichte Eva den großen Bären. »Versuchen Sie nicht, ihren neuen Freund zu verstecken, wenn Sie ihre Reise fortsetzen, wohin Sie auch führen möge.« Eva machte den Reißverschluss im Bauch des Bären auf. Darunter kam ein grauer Beutel aus Kevlar-Gewebe zum Vorschein. Sie entnahm ihm einen Diamanten, zog rasch eine Lupe aus ihrer Tasche und ging zur Tischlampe. Dort studierte sie den Stein sorgfältig. Es war ein lupenreines, farbloses und zum makellosen Brillanten geschliffenes Exemplar der Reinheitsklasse IF. Halevi hatte inzwischen die Bank angerufen und legte nun zufrieden den Hörer auf. »Alles in Ordnung. Geld und Waren haben die Besitzer gewechselt.« Eva legte den Diamanten zurück in den Beutel und schob ihn wieder in den Bären. Die erste Partie hatte sie bekommen. Im selben Viertel warteten bei verschiedenen Händlern vier weitere Partien. Das Geld für die Geschäfte kam über eine komplizierte Zahlungskette von den Cayman-Inseln. Im Lauf des Vormittags war der Wind über dem Meer abgeflaut und die Sonne schien durch einen dünnen Wolkenschleier. Von außen betrachtet pflügte die Ocean Emerald so prächtig wie eh und je durch die See als schwimmendes Monument des Reichtums. Aber auf dem Schiff selbst war die Lage eine andere. Die Passagiere waren nervös und die Entführer waren noch nervöser, auch wenn sie es zu verbergen versuchten. Delacroix hielt auf der Kommandobrücke Wache. Er hatte Kapitän Hagen verschont und in gewisser Weise hatte die Zuspitzung der Situation in der Nacht dafür gesorgt, dass ihr ohnehin schon nüchternes Verhältnis noch nüchterner geworden war. Beide redeten möglichst wenig. Sie hatten so gut wie nicht geschlafen. Von Stunde zu Stunde, je näher das Schiff dem Hafen von Kaliningrad kam, nahm die Anspannung zu. Ab und an sah man andere Schiffe, aber diese versuchten nicht, dichter heranzukommen. Die Entführer hatten die Oberhand und nach den nächtlichen Ereignissen bestand kein Grund, ihre Nerven erneut auf die Probe zu stellen. Bald würde jedoch etwas passieren, das war klar, spätestens in Kaliningrad. Aber was? Aro versuchte den ganzen Nachmittag einen großen, blonden Passagier im Auge zu behalten, einen Mann, der aussah wie ein Arzt. Dieser war aus dem Aufzug gekommen, als Juliette eingestiegen war, und Aro hätte schwören können, dass die beiden sich eine Idee länger angesehen hatten, als natürlich gewesen wäre. War das Helmut? Oder hatte der Mann nur Juliettes attraktives Aussehen beäugt? Wohl kaum, denn sicherlich wusste er, dass die Frau zu den Entführern gehörte. Oder vielleicht gerade deshalb? Auf jeden Fall folgte Aro dem Mann unauffällig in die Bordbibliothek. Dort kochten die wildesten Gerüchte hoch, an denen der Mann jedoch nicht interessiert zu sein schien, denn er zog sich in einen Sessel in der Ecke zurück und schlug ein Buch auf. Aro überlegte, ob er den Mann unter einem Vorwand ansprechen sollte, hielt das Risiko dann aber für zu hoch. Alle wussten längst, in welchem Verhältnis Aro zur Crew stand, und das Gleiche galt für Rosita. »Werden hier nur noch Gangster und Piraten bedient?«, dröhnte eine bekannte Stimme in breitem Amerikanisch und Englisch. Aro sah Max Launey Junior die Hosen hochziehen und die Bibliotheksmitarbeiter anschnauzen. Schnell machte sich Aro auf den Rückweg, um Thompson zu berichten, was er bei dem verdächtigen Passagier beobachtet hatte. Er nannte den Sicherheitschef mittlerweile auch schon Wolf, und der schien ihm das überhaupt nicht übel zu nehmen. »Wir behalten den Mann im Auge, aber sehr vorsichtig«, sagte Thompson. Dass er die Wir-Form benutzte, fand Aro klasse. Er hatte das Gefühl, sich allmählich das Vertrauen Thompsons zu erwerben. Er selbst sah in dem ruhigen Amerikaner etwas Ähnliches wie in seinem Vater. Timo Nortamo stand mit dem Vize-Chef der KRP und zwei russischen Beamten neben einem UAZ-Geländewagen am Flughafen von Kaliningrad. Er konnte den grünen Bus nicht übersehen, in dem bis an die Zähne bewaffnete Männer in Kampfanzügen saßen. Angehörige des russischen Sondereinsatzkommandos. »Das Alpha-Team ist zum unverzüglichen Zugriff bereit«, sagte Michael Kovalenko, der Vertreter des russischen Geheimdienstes FSB. Er war fast einen halben Meter kleiner als Timo, ein 50-jähriger Mann mit braunen Augen. »Gut, aber wir werden es kaum brauchen«, erwiderte KRP-Vize-Chef Kanerva mittels eines Dolmetschers. »Besser, wir sagen es Ihnen direkt, dass Alpha auf keinen Fall eingesetzt werden darf«, sagte Timo zu Kanerva, aber der tat so, als habe er nichts gehört. »Wir müssen schnell handeln«, sagte Kovalenko. »Alpha kann Gas einsetzen, eines, das wesentlich effektiver ist als damals bei der Geiselnahme in dem Moskauer Theater. Der Alpha-Kommandant möchte Ihnen gern die Taktik vorstellen, für die Sie sich zum Erobern des Schiffes entschieden haben. »Sag es Ihnen direkt, und zwar jetzt«, raunte Timo Kanerva zu. »Nur nichts überstürzen. Wir hören uns zuerst in Ruhe an, was Sie vorschlagen.« Gegen Abend hatte die Bewölkung zugenommen. Vor den Fenstern der Kommandobrücke auf der Ocean Emerald wurde mit zunehmender Dunkelheit auch der Nebel dichter. »Kapitän Hagen«, sagte Delacroix am Kartentisch, »zeigen Sie mir unsere genaue Position.« Hagen beugte sich vor und zeigte mit dem Teleskopstab auf einen Punkt vor der südlichen Spitze der kurischen Nehrung. »Bis zum Festland sind es sechs Meilen«, sagte Hagen zögernd. »Bald würde etwas passieren.« Das merkte man am Verhalten der Entführer, in das eine neue Entschlossenheit eingekehrt war. Delacroix zeigte mit einem Stift auf einen Punkt westlich der russischen Ortschaft Pionerski, nördlich der Danziger Bucht, etwas südlich der derzeitigen Position des Schiffes. »Stoppen Sie das Schiff an der Spitze der Halbinsel.« Hagen warf ihm einen Blick zu. »Bis Kaliningrad sind es noch mindestens fünf Stunden. Wir müssen in Baltisk den Lotsen nehmen. Gehorchen Sie und stellen Sie keine Fragen. Verankern Sie das Schiff und schaffen Sie die Leute von Bord.« Hagens Stirn legte sich in tiefe Falten. »Was meinen Sie damit?« »Auf diesem Schiff sind fast 1600 Menschen, die mit Rettungsbooten an Land gebracht werden oder schwimmen müssen, falls es Ihnen nicht gelingt, sie in die Boote zu bekommen. Fangen Sie an, Sie haben eine halbe Stunde Zeit«, sagte Delacroix kühl. »Eine halbe Stunde?« wiederholte Hagen außer sich. Delacroix wandte sich ab. Hagen eilte in den hinteren Bereich der Kommandobrücke und griff zum Mikrofon. »Achtung! Hier spricht Kapitän Hagen.« Er versuchte, ruhig zu bleiben, merkte aber selbst, dass ihm das nicht sonderlich gut gelang. Die Müdigkeit und die enorme Anspannung forderten ihren Tribut. »Ich muss Sie alle bitten, sich für die Evakuierung des Schiffes an den Bootsstationen der Emerald einzufinden. Nehmen Sie Ihre Rettungsweste, warme Kleider und eventuell notwendige Medikamente mit. Sie werden mit Rettungsbooten an Land gebracht. Ich bitte Sie, sich zu beeilen. Ich bedauere dies alles zutiefst, aber leider steht es nicht in meiner Macht, etwas an der Situation zu ändern.« Die Luxuskabine auf Deck 7 war komfortabel, gehörte aber nicht zu den teuersten auf der Ocean Emerald. David C. Rubinstein hatte eine relativ preiswerte Kabine gewählt, obwohl er genug Geld hatte, um das gesamte Schiff kaufen zu können. Eilig nahm er einen Schluck Kognak aus dem Glas, das neben ihm auf dem Tisch stand. Da hörte er ein Geräusch an der Tür. Rubinstein fuhr zusammen. Jemand bewegte den Türgriff, aber es war abgeschlossen. Verzweifelt blickte sich Rubinstein um. Im selben Moment hörte er ein energisches Klopfen. Rubinstein wollte schon ins Badezimmer stürzen, aber das wäre sinnlos gewesen. Das Klopfen wiederholte sich, diesmal stärker. »Herr Rubinstein«, rief eine Frauenstimme, »wenn Sie nicht aufmachen, schießen wir das Schloss kaputt.« Rubinstein richtete sich auf und nahm all seine Kräfte zusammen, um sich als das zu geben, was er war, ein knallharter Geschäftsmann. Er nahm noch einen Schluck Kognak, dann öffnete er die Tür. »Was wollen Sie?« fragte er die Frau, die ihm eine Waffe entgegenhielt. »Kommen Sie mit, Herr Rubinstein.« Rubinstein hustete sich grell die Kehle frei und deutete auf die Flasche. »Darf ich Ihnen etwas anbieten?« »In meinem Beruf muss man auf Alkohol verzichten,« sagte Juliette. »Sie werden sicher verstehen, dass Sie durch Ihre Position wichtig für uns sind. Sie müssen mitkommen und unser Gast sein, solange es nötig ist.« Rubinstein wurde mit einem Mal kreideweiß. »Ich verfüge über keinerlei Mittel, mich Ihnen zu widersetzen, gnädige Frau, aber ich muss meine Medikamente mitnehmen. Sogar der Kapitän hat gesagt, Tempo«, fuhr Juliette ihn an und riss ihn am Ellbogen auf den Gang. Auf dem Bootsdeck schlängelte sich Aro zwischen aufgeregten Passagieren hindurch. Aus den Lampen fiel blasses Licht, das vom Nebel rund um das Schiff reflektiert wurde. Die Crew lenkte die Passagiere zu den Bootsstationen. Das Mündungsfeuer einer Maschinenpistole leuchtete auf, als Warnschüsse zum Himmel abgegeben wurden. »Bleiben Sie ruhig!«, brüllte einer der Entführer, wenn entgleich sein Verhalten natürlich überhaupt nicht dazu beitrug, dass die Passagiere sich beruhigten. Aro begriff, dass es jetzt ernst wurde. Was aber hatten die Entführer vor? Er konnte nichts dagegen tun, dass er ständig Angst hatte, jede Sekunde könnten die auf dem Schiff versteckten Sprengsätze explodieren. Die Besatzungsmitglieder öffneten die Pforten in der Reling und setzten die Davids in Bewegung, mit denen die 15 Meter langen, zweimotorigen Rettungsboote zu Wasser gelassen wurden. Zuerst wurden sie auf die Höhe des Decks herabgelassen. Die Besatzung testete den Motor jedes Bootes, Dieselgestank vermischte sich mit dem Nebel und der Motorenlärm kompletierte das Allgemeine durcheinander. Dann half die Crew den Passagieren in die Boote und sobald eines voll war, wurde das Boot von dem David mit Hilfe eines Elektromotors an Stahlseilen zu Wasser gelassen. Juliette begleitete den amerikanischen Millionär, der ganz grau im Gesicht war, zu einem der Boote. In dasselbe Boot wurden die Säcke geladen, in denen der Schmuck und die Uhren der Passagiere klimperten. »Ich gehe zuerst!« posaunte eine bekannte Stimme an einer anderen Bootsstation. »Ich bin ein Repräsentant der Reederei! Lassen Sie mich durch!« Max Launay Junior drängte sich frech vor und schien kein bisschen daran interessiert zu sein, seine etwas weiter weg schlotternde Stiefmutter in Sicherheit zu bringen. Unter den aufgeregten Personen erspärte Aro einen verdächtig ruhigen Passagier, den großen, blonden Mann, von dem er vermutet hatte, er könnte einer der Entführer sein. Der Mann gab ein ermutigendes Beispiel und stieg ins Boot. Eine Gruppe hysterischer Frauen wurde gezwungen, ihm zu folgen, aber eine von ihnen entglitt im Griff des helfenden Crewmitglieds und ihr Bein geriet in den dreißig Zentimeter breiten Spalt zwischen Schiff und Boot. Sie verlor das Gleichgewicht und stürzte auf den Bootsrand. Aber man half ihr auf und hievte sie ins Boot. Eine andere Frau bückte sich auf dem Deck nach ihrem heruntergefallenen Schmuck, der vor den Füßen der hysterisch drängenden Menschen immer weiter von ihren zitternden Händen weggestoßen wurde. Die Frau war nicht mehr fähig, das Wesentliche vom Unwesentlichen zu unterscheiden. Da tauchten andere kleine Hände neben dem Schmuck auf und brachten ihn vor den trampelnden Füßen in Sicherheit. Im Nu flammte der Blick der Frau in heißem Zorn auf. Sie packte die fremde Hand und riss an der Perlenkette, die diese erwischt hatte. Jetzt erkannte Aro, wem die Hände gehörten. Rosita. Das Mädchen versuchte, der aggressiven Frau etwas zu erklären, aber die zerrte nur in blindem Zorn an ihrem Eigentum. Da riss die Kette entzwei und die Perlen rollten in die Menschenmenge. Die Frau begann zu schreien und zog Rosita wütend an den schwarzen Haaren. Rosita schrie zurück und packte ihrerseits die Angreiferin an den roten Locken. Aro schob sich durch das Gedränge zu den Kontrahentinnen durch und versuchte, sie zu trennen. Ein plötzlicher Schlag mit der flachen Hand ins Gesicht ließ Rosita auf die Knie fallen und im selben Moment beruhigten sich die beiden Frauen. Es war Juliette, die zugeschlagen hatte. Aro bemerkte, dass aus Rositas Nase Blut ran und an ihrer gerupften Erscheinung sah man, dass der Kampf schlimmer gewesen war, als es aus der Entfernung den Anschein gehabt hatte. »Ich, ich wollte doch nur helfen«, kreuchte Rosita. »Du hast versucht, unser Eigentum zu stehlen«, schnauzte Juliette sie an und warf Emilio die Schmuckschatulle der Frau zu. Emilio steckte sie sofort in einen Plastiksack zu den anderen Wertsachen. Die Bootsstation leerte sich inzwischen rasch, weil die Leute entweder selbst in das auf Decksniveau herabgelassene Boot gestiegen oder aber mit sanfter Gewalt von Besatzungsmitgliedern hineingezerrt worden waren. Aro versuchte, Rosita zu helfen, die auf dem Deck stehen blieb, aber ein Matrose zog ihn ins Boot. »Jetzt gibt es keine Zeit zu verlieren, mein Junge«, sagte der asiatisch aussehende Mann streng. Aro geriet in den Innenbereich des Bootes zwischen schluchzende Frauen und ungläubige Männer. Der Mann, der ihn hineingezogen hatte, stand immer noch an der offenen Tür und machte Zeichen zum Schiff hin. Dann gab es einen Ruck und das Boot senkte sich dem Wasser entgegen. Aro bekam einen Sitzplatz neben dem Fenster. Einen Moment lang schaute er verdutzt zum Schiffsdeck, das jetzt zwei Meter über ihnen lag. Da tauchte an der Reling der Rücken einer dunklen, männlichen Gestalt auf, die etwas an die Pforte zu schleifen schien. Rosita. Aro's Herz machte heftige Sprünge, als er sah, wie der Mann sich an der Pforte umdrehte und Rosita über Bord stieß. Das Mädchen fiel auf das Dach des Rettungsbootes und durch den Aufprall erschraken die ohnehin schon verängstigten Passagiere noch mehr. Der Matrose in der Steuerkabine machte die Tür auf und eilte nach draußen, obwohl sich das Boot ständig weiter auf die Wasseroberfläche zubewegte. Auch Aro stürzte zur Tür, wenngleich es wegen der vielen Menschen und dem allgemeinen Durcheinander schwierig war, sich auf dem Boot zu bewegen. Die Bootsbesatzung half Rosita herein und legte sie hinter der Steuerkabine, die sich etwas oberhalb der Passagierkabine befand, auf den Boden. Aro kauerte nieder und schaute besorgt auf Rosita. An ihrem Hinterkopf war eine blutige Wunde zu erkennen, aber sie hatte nach wie vor ihre Grübchen im blassen Gesicht. »Sobald wir an Land sind, wirst du ins Krankenhaus gebracht«, sagte Aro heiser. »Ich komm dich besuchen.« Rosita sah erschreckend weiß und leblos aus. Auch schien sie nicht zu hören, was er sagte. Zu Aros Erleichterung bewegte sie sich aber ganz leicht. »Nimm das hier«, sie nahm sich das Lederband mit dem Amulett vom Hals. »Das habe ich in einer Ruine von den Azteken gefunden. Es bringt Glück. Das brauchst du selbst. Nein, du brauchst es jetzt viel mehr als ich.« Aro nahm das Amulett aus Rositas Hand, die sich kalt und feucht anfühlte. Er umschloß es mit der Faust und biss die Zähne zusammen. Jetzt war nicht der richtige Augenblick, um loszuheulen. »Es sind Menschen über Bord gegangen«, ereiferte sich der Kapitän lautstark gegenüber Delacroix, der auf der Kommandobrücke stand und sich das Chaos draußen ansah. »Sie sind ein Mörder!« »Die Leute sind hysterisch und rutschen leicht aus, aber ihre Leute angeln sie schon wieder aus dem Wasser und bringen sie in Sicherheit«, erwiderte Delacroix kühl, ohne den Blick auf den Kapitän zu richten. »Ein kleines Bad bringt einen nicht um. Es beruhigt höchstens. Das weiß ich aus Erfahrung, Herr Kapitän. Das ist kein Spiel«, fuhr der Kapitän ihn an. »Ich bin für meine Passagiere verantwortlich, und Sie behandeln sie wie Vieh.« »Ihre Passagiere sind in Panik. Da helfen nur Kraft und Entschlossenheit. Sie müssen ihnen mit gutem Beispiel vorangehen. »Meinen Sie damit, der Kapitän soll sich vor dem letzten Passagier in ein Rettungsboot flüchten?«, fragte Hagen ehrlich verdutzt. »Sie sind nicht mehr, Kapitän.« »Sie sind wahnsinnig«, regte sich Hagen auf. »Ein Kapitän verlässt sein Schiff nicht.« Delacroix drehte sich um und sah dem Kapitän direkt in die Augen. »Sie müssen.« »Sie bekommen mich nur in Stücken von diesem Schiff.« »Schlucken Sie endlich Ihren Stolz herunter und tun Sie, was man Ihnen befiehlt. Das ist Ihre Pflicht gegenüber den Passagieren. Sie haben den Ernst der Lage noch nicht begriffen. »Ich werde bis zum Schluss auf der Brücke stehen.« Vergessen Sie diese verschimmelten Klischees. Sie machen sich nicht zum Helden, sondern zum traurigen Nachen. »Haben Sie vor, mich umzubringen?« »Ich versuche, Ihr Leben zu retten.« »Mein Leben ist hier auf der Brücke.« »Ich bitte Sie nun, sich zu entfernen.« Im fahlen Licht der batteriegetriebenen Innenbeleuchtung des Rettungsbootes warf Aro einen Blick auf den blonden Mann, von dem er vermutete, dass er zu den Entführern gehörte. Der Mann trug ein ordentliches Tweetsacko und saß ruhig zwischen den anderen Passagieren auf seinem Platz. Hatte er die ganze Zeit den zweiten Funkauslöser bei sich gehabt? Aro schaute aus dem Fenster. Aber in dem Gemisch aus Nebel und Dunkelheit war nichts zu erkennen. Der Matrose, der das Rettungsboot steuerte, drosselte die Geschwindigkeit und rief, »Machen Sie sich bereit, an Land zu gehen. Am Ufer gibt es keinen Steg. Sie werden also leider nasse Füße bekommen. Aber ich fahre so dicht wie möglich heran.« Der Mann stoppte das Rettungsboot und half den Passagieren hinaus. Aro wartete mit den anderen ans Ufer und behielt dabei den mutmaßlichen Entführer im Auge. Die Atmosphäre inmitten des Nebels war unwirklich. Automatisch sprachen alle im Flüsterton miteinander. Aus dem Nebel näherten sich die Passagiere aus dem zweiten Rettungsboot dem Ufer. Aro sah, wie der mutmaßliche Entführer sich unauffällig von den anderen entfernte und schließlich davonging. Seine Schritte waren zu zielstrebig, um vom Zufall gelenkt zu sein. Aro folgte dem Mann in ein kümmerliches Uferwäldchen, dessen Bäume der Seewind gebeugt hatte. Kapitän Hagen stand auf der Kommandobrücke und blickte in Richtung Ufer, aber durch den Nebel war nichts zu erkennen. Er wusste, dass er allein auf dem ganzen Schiff war, und darauf war er insgeheim stolz. Er hatte den Behörden sofort die Position der Ocean Emerald mitgeteilt und berichtet, was geschehen war. Präsident Launy hielt sich noch immer in Helsinki auf. Den Entführern war natürlich klar, dass der Kapitän nun unbehelligt Informationen weitergeben konnte. Sie schienen sich jedoch nicht darum zu kümmern. Warum nicht? Da rauschte es im Funkgerät und die ernste, metallische Stimme von Delacroix drang auf die Kommandobrücke. Dies ist die letzte Mitteilung, Kapitän Hagen. Verlassen Sie das Schiff. Es wird in wenigen Augenblicken explodieren. Hagen griff zum Mikrofon, um zu antworten, aber die Verbindung war bereits unterbrochen. Warum wollten Sie jetzt noch die Ocean Emerald in die Luft sprengen? Er nahm Kontakt zu Präsident Launy auf. Hier spricht Kapitän Hagen. Die Entführer haben gerade erklärt, sie würden das Schiff in die Luft sprengen. Das ist Wahnsinn. Sie haben doch alles bekommen, rief der Räder erschüttert aus. Sind alle Passagiere evakuiert worden? Das Schiff ist leer. Nur ich bin noch an Bord. Verlassen Sie das Schiff. Sie haben bereits mehr als genug geleistet. Ich bleibe lieber hier und warte auf das Sondereinsatzkommando. Ich glaube nicht, dass Sie die Sprengladungen zünden. Wahrscheinlich wollen Sie nur Verwirrung stiften, damit Sie in Ruhe entkommen können. Dem Team von Thompson ist es gelungen, zumindest einen Teil der Sprengsätze zu entschärfen. Es ist sinnlos, ein Risiko einzugehen. Verlassen Sie das Schiff. Ich verfolge die Situation und werde dementsprechend handeln. Das Knacken eines Astes ließ Aro zur Salzsäule erstarren. Er hielt den Atem an, in der Angst entdeckt zu werden. Hinter einer buschigen Fichte bewegte sich etwas hin und her. Der Entführer lauschte in alle Richtungen auf die gedämpften Geräusche des Waldes. Offenbar hielt er das Knacken für ein natürliches Geräusch, denn er setzte seinen Weg fort, tiefer in den Mischwald hinein. Aro wartete einen Moment ab, dann folgte er dem Mann in einem Abstand, den er für sicher hielt. Der Sand auf der kleinen, unbefestigten Straße, die sich durch den Wald schlängelte, knirschte unter den Füßen des Entführers, der immer zielstrebiger in eine Richtung ging. Bald erkannte Aro in der Ferne rote Punkte. Das konnten die Rücklichter eines Autos sein. Er schlich sich hinter einen mit Moos bewachsenen Steinbrocken und hörte gedämpfte Stimmen. Vorsichtig spähte er hinter dem Stein hervor. Freialte Fichten boten ihm Deckung, aber sie versperrten auch die Sicht. Immerhin erkannte er hinter den schwankenden unteren Ästen einen Geländewagen, um den sich ein halbes Dutzend Leute versammelt hatte. Aro glaubte, einige Gesichter zu erkennen, zumindest das von Juliette und Emilio. Und da war auch Rubinstein. Warum hatten die Entführer ihn mitgenommen? Auf einmal sah er Delacroix, der ein Funkgerät in der Hand hielt. »Kapitän Hagen, dies ist Ihre letzte Chance!« Die tiefe Stimme war deutlich im stillen Wald zu hören. Aro kniff die Augen zusammen. Delacroix hielt in der linken Hand ein schwarzes Gerät, an dem ein kleines rotes Licht brannte. Der Funkauslöser für die Sprengladungen. Aro schluckte. Er ging wieder hinter dem Stein in Deckung und versuchte, seinen Atem zu beruhigen, aber es wollte ihm nicht gelingen. »Das Schiff explodiert in 30 Sekunden, Kapitän. Entfernen Sie sich unverzüglich!« Der Kapitän starrte durch die Fenster der Kommandobrücke auf den erleuchteten Schiffsbuk. »Zwanzig Sekunden! Verschwinden Sie! Seien Sie nicht verrückt!« Ungläubig blickte Hagen auf die Schweizer Wanduhr, deren Sekundenzeiger in regelmäßigem Takt weiterrückte. Sein Blick fiel auf das Foto von seiner Frau und seiner Tochter, die Arm in Arm in die Kamera lachten. »Sie sind immer noch dort, Kapitän? Sie haben noch 15 Sekunden Zeit!« Hagen starrte auf das Bild. Plötzlich stürzte er zur Tür, packte den Türgriff und drehte daran. Die Tür ging nicht auf. »Die Sicherheitsverriegelung!« Sein Blick richtete sich auf das Fenster, das als Notausstieg diente. »Zehn Sekunden!« Der Kapitän drehte am Fenstergriff. Der Mechanismus war schwergängig und gehorchte nicht. Mit beiden Händen packte der Kapitän zu und fluchte laut. »Fünf Sekunden, Herr Kapitän! Das ist kein Spiel!« Der Kapitän drehte mit aller Kraft an dem Griff und bekam schließlich das Fenster auf. Er stellte einen Fuß auf das Geländer davor, stieß sich ab und stürzte in die Finsternis. In dem Moment, in dem er auf der Wasseroberfläche aufschlug, fuhr eine Druckwelle über ihn hinweg. Aus den Kabinenfenstern brachen gewaltige Flammen, die weit in die Höhe reichten. Eine Serie von dumpfen Explosionen erschütterte die Ocean Emerald. Innerhalb von Sekunden war sie von schwarzem Qualm eingehüllt, aus dem hier und da Flammen schlugen. Erschüttert spuckte der Kapitän das Meerwasser aus und schwamm kraulend von dem sinkenden Riesen davon. Sie hatten es wirklich getan. Aber warum nur? Warum? Es war, als hätte die Erde unter Aros Füßen gebebt. Dumpfe Donnerschläge dröhnten über das Meer und im Nebel breitete sich ein rotes Lodern aus. Aro blickte über den Moosteppichen weg und sah Delacroix den Funkauslöser auf die Rückbank des siebensitzigen Landcruisers werfen. Die Entführer nahmen ihre Plätze ein, dann fielen die Türen ins Schloss. Aro schob zwei Finger in seine Brusttasche und zog einen zerknitterten Zettel mit dem Logo der Ocean Emerald und einem Reklame-Kuli der Reederei heraus. Er reckte sich, um besser sehen zu können. Das Nummernschild mit dem Buchstaben D unter dem Ring von gelben Sternen verriet, dass der Wagen in Deutschland zugelassen war. Aro kritzelte das Kennzeichen auf den Zettel, der mehrere Löcher bekam, weil sich die Kugelschreiber-Spitze auf dem weichen Moosteppich durch das Papier bohnte. »Alles notiert?« Aros Herz hörte vor Schreck aufzuschlagen. Er drehte den Kopf und sah Juliette hinter sich stehen. Das brennende Wrack der Ocean Emerald ist gerade dabei, in der Ostsee zu versinken, sagte eine schockierte Stimme über das Funkgerät. Timo Nortamo hatte das Gefühl, als würden seine Beine versagen, aber mit aller Willenskraft gelang es ihm, sich aufrechtzuhalten. »Am Ufer sind Rettungsboote und Menschen, viele Menschen«, fuhr die Stimme des Beamten von der litauischen Küstenwache fort. Diese Worte flößten Timo Hoffnung ein. Aro war also doch gerettet. Es durfte nicht anders sein. Timo stand mit acht weiteren Beamten im Büro der Flugleitung auf dem Flughafen Kaliningrad. Der hohe Raum war kahl, an der Wand hing eine große Karte, auf der ein roter Reißnagel die Position der Ocean Emerald markierte. Sämtliche Namen waren mit kyrillischen Buchstaben geschrieben. »Die Verbindung zu den Entführern steht«, sagte KRP-Vize-Chef Kanerwa aufgeregt, vor dem mobilen Kommunikationszentrum, das sie in einem Aluminiumkoffer aus Helsinki mitgebracht hatten. Timo war mit wenigen Schritten bei ihm und setzte sich das Headset auf. Er merkte, dass Michael Kovalenka ihn dabei aufmerksam beobachtete. »Warum haben Sie das Schiff gesprengt?«, fragte Timo, ohne seine Aufregung bändigen zu können. »Sind alle, spreche ich mit Timo Nortamo«, unterbrach ihn Delacroix. »Ja, sind alle Passagiere in Sicherheit?« »Das sind sie, speziell zwei von ihnen, ein amerikanischer Milliardär und ihr Sohn.« »Was wollen Sie damit sagen?«, fragte Timo mit erstickter Stimme. Aro saß als achter Fahrgast zusammengedrängt auf der Rückbank des siebensitzigen Geländewagens. Er begriff, dass er den Fehler seines Lebens begangen hatte. Um sich Delacroix gegenüber wichtig zu machen und seinen Worten mehr Nachdruck zu verleihen, hatte er während seiner Gefangenschaft auf der Ocean Emerald seinen Vater erwähnt und damit den Entführern einen echten Trumpf in die Hand gespielt. Timo Nortamo würde das Leben seines Sohnes auf keinen Fall gefährden, wenn er wüsste, dass dieser als Geisel genommen worden war. Delacroix saß neben Aro, hatte einen Kopfhörer auf und sprach mit seinem Vater. »Herr Nortamo, es wird Sie bestimmt interessieren, Folgendes zu erfahren. Es wird Ihrem Sohn gut gehen, solange Sie unsere Anweisungen befolgen.« Aro biss sich auf die Lippen. Er konnte die Antwort seines Vaters nicht hören, und er wollte es auch gar nicht. Er schämte sich für seine Blödheit. Zum Glück erzählte Delacroix seinem Vater nicht, von wem er erfahren hatte, dass Aro der Sohn eines EU-Polizisten war. »Wie gesagt, die Passagiere sind an Land in Sicherheit, auch wenn das Schiff explodiert ist. Sie können sie mit Schiffen und Hubschraubern abholen, sobald wir die Erlaubnis dazu erteilen. Ich werde mich demnächst wieder melden.« »Wo bringen Sie mich hin?«, fragte der ältere, nach Alkohol riechende Amerikaner, der neben Aro saß mit vor Angst dünner Stimme. Er sah seltsam grau im Gesicht aus. »Rufen Sie meinen Hauptbuchhalter an. Er wird Ihnen so viel Geld, wie Sie wollen, auf Ihr Konto überweisen. Aber lassen Sie mich hier raus. Hören Sie auf zu wimmern,« fuhr Delacroix ihn an. »Nehmen Sie sich ein Beispiel an dem Jungen.« Aro war nicht sicher, ob das als Kompliment oder als Beleidigung gemeint war. »Meine Medikamente sind in der Kabine geblieben. Halten Sie jetzt endlich die Schnauze,« fiel ihm Delacroix ins Wort. Der Amerikaner verstummte. Die kleine Nebenstraße, die sich durch die neblige Waldlandschaft schlängelte, sorgte dafür, dass es Aro schlecht wurde. Niemand sagte ein Wort. Das Schweigen der Entführer war unnatürlich und verlieh ihnen einen noch unmenschlicheren Anschein. Die Scheinwerfer strichen über die feuchten Stämme krummer Bäume, die aus dem Nebel ragten. Aro fragte sich, wie es Rosita ergangen war und wie es ihm selbst ergehen würde. Dann merkte er, wie sich Rubinstein mit geschlossenen Augen an ihn lehnte. Wie konnte jemand in so einer Situation und bei so unruhiger Fahrt schlafen? Die Scheinwerfer wischten über einen rostigen Drahtzaun. Spitze, verbogene Pfosten ragten aus der Erde und einzelne Stacheldrahtrollen bewegten sich im lauen Wind. Das Auto fuhr durch ein windschiefes Tor. War das der Stützpunkt der Piraten? Wussten sie nicht, dass man die ganze Gegend nach ihnen absuchen würde? Die Tür eines kleinen Lagergebäudes hing schief in den Angeln. Kaputte Fensterscheiben starrten ins Nichts. Glasscherben auf dem Boden blinkten auf, als das Scheinwerferlicht sie traf. Der Geländewagen fuhr über eine Bodenwelle und Rubinstein seufzte bedrohlich auf. Rostige Fässer sahen aus wie große, zerdrückte Getränkedosen. Erst da erkannte Aro, wo sie waren. Auf einem verlassenen Flugplatz. Auf einmal drosselte der Fahrer energisch das Tempo. Aro's Augen verengten sich zu schmalen Schlitzen. Im Licht der Scheinwerfer schimmerte ein vor Nässe glänzender, weinroter Learjet. Er sah aus, als wäre er aus einer anderen Welt hierher geraten. Und er ähnelte dem Miniaturmodell eines großen Düsenflugzeugs. Der Wagen hielt unmittelbar vor der kurzen Gangway der Maschine an. Die Entführer stiegen schnell, fast hektisch aus. »Raus!« trieb Juliette auch die beiden Geiseln an. Aro stand auf und stellte zu seinem Erstaunen fest, dass der alte Amerikaner weiterhin in tiefem Schlaf auf seinem Platz hing. Nicht einmal der Lärm des Düsenmotors in unmittelbarer Nähe schien ihn zu stören. Delacroix rüttelte den Mann an der Schulter, aber dieser wachte nicht auf. Daraufhin fühlte Delacroix dem Amerikaner den Puls. »Eine Lampe!« rief er Juliette über den Lärm des Learjets hinweg zu. Juliette reichte ihm eine Taschenlampe, und Delacroix richtete sie auf das Gesicht des Mannes, wobei er ein Augenlid anhob. »Er ist bewusstlos. Ein Anfall!« sagte Delacroix. »Er hat nicht umsonst nach seinen Medikamenten verlangt.« In Juliettes Stimme lag ein vorwurfsvoller Unterton. Delacroix wirkte nicht erschrocken, sondern eher nachdenklich. »Was machen wir jetzt?« fragte Juliette. »Er kann von mir aus ins Krankenhaus kommen,« stellte Delacroix gelassen fest und schaute Aro an. »Wir haben eine bessere Geisel.« Die Entführer zerrten Aro ins Flugzeug und stießen ihn in einen tiefen, cremefarbenen Ledersitz. Die enge Kabine war mit Edelholz, dunkelgrauem Velour und verzierten Chromleisten ausgekleidet. Wäre die Situation eine andere gewesen, hätte es Aro ziemlich gut gefallen, mit einer so außergewöhnlichen Maschine zu fliegen. Jetzt aber jagte es ihm nur zusätzliche Angst ein. Was würde passieren, wenn sie auch die letzte Geisel nicht mehr brauchten? Die Geisel, die gesehen hatte, wohin die Entführer geflohen waren. Timo schaute aus dem Fenster des russischen Militärhubschraubers auf den Ölfleck, der im Kegel des Suchscheinwerfers auf dem Meer glänzte. Kurz zuvor war an derselben Stelle noch ein 240 Meter langes Luxuskreuzfahrtschiff gewesen. Der unheilvolle Anblick ließ Timo die Fäuste ballen. Sie hatten es mit einer Bande von Entführern zu tun, die zu allem fähig waren. Und diese Leute hatten Aro als Geisel. Wenn Aro bloß nicht versuchte, besonders clever zu sein. Andererseits hatte der Junge ab und zu recht geniale Einfälle. Er besaß ein gutes Gespür für die jeweilige Situation und verfügte über die angeborene Fähigkeit, Erwachsene zu manipulieren. Nur zu oft war es ihm gelungen, seine Mutter, seine Großeltern und sogar Timo selbst mit allerlei Tricks in die von ihm gewünschte Richtung zu lenken. Und mit wildfremden Menschen machte er es, wenn nötig, genauso. Timo und der neben ihm sitzende Vizechef der KRP sahen sich an. Beide trugen einen Helm, aus deren Kopfhörern der russische Wortwechsel der Besatzung drang. Timo konnte von seinen Jahren in St. Petersburg her leidlich russisch. Der Helikopter flog dem Ufer entgegen. Seine Kabine war äußerst karg eingerichtet. Nirgendwo gab es überflüssige Wandverkleidungen oder Polster. Im Lichtgegel des Suchscheinwerfers tauchten unter ihnen jetzt orangene Rettungsboote auf, die vor dem Ufer trieben. Und gleich darauf an Land eine bunte Schar winkender Menschen. Es waren unglaublich viele. Der Pilot landete auf einer Wiese etwa 30, 40 Meter vom Strand entfernt, damit der Motor nicht durch aufwirbelnden Sand beschädigt wurde. Timo öffnete den Sicherheitsgurt und wollte gerade aufstehen, als Michael Kovalenko die Hand hob. Vom verlassenen Militärflugplatz Romanovo ist offenbar eine Maschine gestartet, die sich bislang geweigert hat, Kontakt mit der Flugleitung in Kaliningrad aufzunehmen, sagte er in sein Halsmikrofon, sodass Timo es aus dem Kopfhörer in seinem Helm hören konnte. Wir haben den starken Verdacht, dass es sich um die Maschine der Entführer handelt. Glauben Sie wirklich, Sie könnten entkommen? fragte Timo ungläubig. Kontaktaufnahme von der unidentifizierten Maschine zur Flugleitung, teilte einer der russischen Beamten aus dem Cockpit mit. Wird an uns durchgestellt. Legt es auf alle Kopfhörer, sagte Kovalenko und richtete sich in seinem Sitz auf. Hört Kaliningrad? fragte eine rauschende Stimme auf Englisch. Wir hören, antwortete Kovalenko. Ich muss wohl nicht eigens erwähnen, was mit der Geisel geschieht, wenn auch nur ein Flugzeug versucht, uns zu folgen, oder wenn unser Flug in irgendeiner Weise behindert wird. Wir werden unsere Forderung an unserem Zielflughafen stellen, den wir später mitteilen. Bis dahin halten wir Funkstille. Die Verbindung brach ab, wurde aber sofort wiederhergestellt. Auf dem alten Militärflughafen Romanovo befindet sich ein Amerikaner, der einen Anfall erlitten hat. Sie können ihn ins Krankenhaus bringen. Dann brach die Verbindung endgültig ab. Wir müssen sofort etwas unternehmen, sagte Kovalenko. Wir schicken ihnen MIG-Kampfflugzeuge hinterher und zwingen sie zum Landen. Wir pflücken sie wie reife Früchte vom Himmel. Nein, sie müssen unsere gemeinsame Entscheidung abwarten, sagte Timo und warf einen Blick auf den KRP-Vize-Chef, der allerdings schwieg. Genau diese Einstellung ist eure größte Schwäche, schnaubte Kovalenko. Ihr Leute aus dem Westen wartet immer nur ab und zerbrecht euch den Kopf, wenn man eigentlich handeln müsste. Die Uhr läuft für die Entführer. Ein Amerikaner mit massivem Kinn kam auf Timo zugelaufen. Seine Hosenbeine waren bis oben hin feucht. Ich bin Craig Thompson, der Sicherheitschef der Ocean Emerald, rief er über den Autorenlärm hinweg. Wer von Ihnen ist für den Einsatz verantwortlich? Ich, sagte Timo und blieb vor Thompson stehen. Timo Nortamo. Nortamo? Das kommt mir bekannt vor. Auf dem Schiff war ein finnischer Junge, ein zäher Bursche. Das ist mein Sohn, den die Entführer, wie sie uns mitteilten, jetzt als Geisel bei sich haben. Sind alle Passagiere in Sicherheit? Die Entführer haben einen reichen Amerikaner als Geisel genommen, antwortete Thompson. Und offensichtlich auch ihren Sohn, falls ihre Informationen stimmen. Seit wir an Land sind, habe ich ihn nicht mehr gesehen. Wir haben ein paar Passagiere, die sich bei der Evakuierung Schrammen zugezogen haben, und eine etwas schwerer verletzte junge Frau, die ins Krankenhaus gebracht werden muss. Kapitän Hagen konnte sich im letzten Moment retten und ruht sich gerade aus. Aus der Dunkelheit näherten sich zwei weitere Hubschrauber und suchten nach einem Landeplatz. Hinter Thompson kam ein dicker junger Mann angekeucht. Gut, noch mehr Helikopter. Ich bin Max Launey Junior, der Sohn des Präsidenten der Rederei. Ich muss so schnell wie möglich mit meinem Vater reden. Wenn es soweit ist, kommen Sie mit allen anderen hier weg, fertigte Thompson ihn ohne das geringste Mitleid ab. Gab es etwas am Verhalten der Entführer, aus dem man schließen kann, wo sie hinwollen, fragte Timo. Nein, meiner Meinung nach sind sie völlig unberechenbar. Wer von ihnen hat am meisten mit den Entführern zu tun gehabt? Der Kapitän und ich, und in gewissem Maße auch das Küchenmädchen, das darauf wartet, ins Krankenhaus gebracht zu werden. Ich möchte kurz in Ruhe mit ihnen drei sprechen. Aro schluckte, um seine Ohren aufzubekommen. Heftige Turbulenzen erschütterten die Maschine und das grelle Motorgeräusch überlagerte sämtliche Gedanken. Das Lederband mit dem Amulett rieb an seinem Hals und erinnerte ihn an Rosita. Ob sie rechtzeitig ins Krankenhaus kommen würde? Aro war sich nicht sicher, wie lange sie schon in der Luft waren, vielleicht eine Stunde. Er blickte sich um. Delacroix hatte sich zurückgelehnt, als wollte er schlafen, aber seine Augen waren offen. Im Gesicht von Juliette, die Aro gegenüber saß, waren wieder Anzeichen von Nervosität zu erkennen, und das machte Aro Angst. Auf dem Klapptisch vor Delacroix lag das Notizbuch, das Aro kannte. Wo landen wir? erkundigte er sich. Frag nicht so viel, schlaf und kümmere dich nicht um Dinge, die du doch nicht beeinflussen kannst. Juliette war kalt wie zuvor. Aro hasste alles an der Französin, besonders ihren durchdringenden, schneidenden Blick. Auch jetzt spürte er, wie ihr unnatürliches Starren sich tief in ihn hineinbohrte. Er schloss die Augen, dachte aber nicht daran, zu schlafen. Es war klar, dass die Behörden ihren Flug zumindest per Radar verfolgten. Und wenn sie landeten, würde man dort bis an die Zähne bewaffnete Sonderkommandos einfliegen. Falls der Flughafen allerdings weit abgelegen sein sollte, bekäme Delacroix einen Vorsprung. Außerdem stellte sich die Frage, ob der Start der Maschine überhaupt bemerkt worden war. Ein kleiner grüner Punkt kroch auf dem Radarschirm über Polen hinweg und sorgte dafür, dass sich Timos Herzfrequenz im Radarraum der Flugleitung in Kaliningrad beschleunigte. Er war gerade erst nach Kaliningrad zurückgekehrt, nachdem er mit den Crewmitgliedern der Ocean Emerald, die mit den Entführern zu tun gehabt hatten, gesprochen hatte. Weder der Kapitän noch der Sicherheitschef wussten etwas, das geholfen hätte, die Absichten der Entführer zu erahnen. Aber von der Skrupellosigkeit und der fehlenden Moral der Bande um Delacroix hatte Timo ein ausreichend deutliches Bild erhalten, nachdem man ihm erzählt hatte, wie sie auf dem Schiff vorgegangen waren. Als das Küchenmädchen Rosita ihm von Aros beherztem Eingreifen und guten Ideen erzählt hatte, waren Timo Tränen in die Augen getreten. Bald würde das Flugzeug der Entführer aus dem Bereich des Frühwarnradars verschwinden und die deutsche Grenze überfliegen, weshalb die GSG 9 in St. Augustin bei Bonn in verschärfte Alarmbreitschaft versetzt wurde, für den Fall, dass die Maschine auf einem deutschen Flugplatz landete. Die Terra verfügte über keine eigene operative Einheit, ja nicht einmal über die Befugnis, jemanden festzunehmen, sondern stützte sich auf die Polizeikräfte des jeweiligen EU-Mitgliedstaates, in dem sie tätig wurde. Auf dem Flughafen Kaliningrad wartete startbereit ein unmarkiertes kleines Jagddüsenflugzeug der russischen Luftwaffe, aber es hatte keinen Sinn, den Entführernhals über Kopf hinterher zu fliegen. Eine zweite Maschine wartete ebenfalls auf Passagiere. Max Lowney Jr., der Sohn des Präsidenten von Emerald Cruises, hatte auf eigene Kosten bei einer Kaliningrader Geschäftsfluggesellschaft einen Flug in eine zivilisierte Gegend gebucht, wo immer die sich auch befinden mochte. Kovalenko räusperte sich. Wir schlagen vor, dass unsere Kampfflugzeuge die Maschine der Entführer zwingen, auf dem Flughafen von Danzig zu landen. Wir schicken das Alpha-Team dorthin. Das wäre voreilig, sagte Timo strikt. Er machte sich große Sorgen, weil Kovalenko so versessen darauf war, mit Gewalt einzugreifen. Zum Glück würden auch die Deutschen bald ein Wörtchen mitzureden haben. Ein Vertreter des Bundeskriminalamts war bereits über das Konferenztelefon zugeschaltet, wohingegen KRP-Vize-Chef Canerwa nach Helsinki zurückgeflogen war, denn die Operation lag nun nicht mehr im Verantwortungsbereich Finnlands. Sie lag jedoch im Verantwortungsbereich der Terra und deren Vertreter war Timo Nortamo. Timo starrte auf den grünen Punkt, der über den polnischen Luftraum kroch und dessen Kurs sich jetzt änderte. Er bewegte sich in einem Bogen in Richtung Tschechien. Was haben sie vor? sagte Timo mehr zu sich selbst als zu den anderen, die neben ihm auf den Radarschirm schauten. Bald verschwand die Maschine aus dem Bereich des Radars und Timo trat vor die Karte. Sie würden von den Flugleitungen verschiedener Zonen Informationen über die Route des Flugzeugs erhalten. Timo schaute auf die Europakarte und überlegte, was die Entführer im Schilde führen könnten. Sie müssten zumindest binnen weniger Stunden einmal zum Tanken landen. Vielleicht haben sie vor, sich die Radarschatten in den Alpen zunutze zu machen und dort vor unseren Augen zu verschwinden, sagte der Deutsche. Inwieweit gibt es in den Alpen Flugplätze oder andere Landemöglichkeiten, die man im Radarschatten anfliegen kann? fragte Timo. Es gibt einige dafür geeignete Täler. Wir werden dort sicherheitshalber Streifen hinschicken. Erneut blickte Timo auf die Karte. Ich schlage vor, dass wir unverzüglich aufbrechen. Wir müssen näher an die Gegend heran, die von den Entführern offensichtlich angesteuert wird. Eine besonders starke Turbulenz erschütterte Aros Sitz. Er befürchtete, ihm würde bald schlecht werden, aber die Übelkeit hatte auch ihre Vorteile. Sie drängte die wachsende Angst in den Hintergrund, weil Aro sich ganz darauf konzentrieren musste, sich möglichst nicht zu übergeben. Aro schaute aus dem Fenster, aber draußen war nichts als Finsternis zu erkennen. Er hatte keine Ahnung, in welche Richtung sie flogen, aber da sie bald drei Stunden unterwegs waren, musste das Ziel eigentlich recht nahe sein. Der Treibstoff konnte schließlich nicht ewig reichen. Delacroix stand auf und öffnete die Ablage über den Sitzen. Es war deutlich zu spüren, dass die anderen Entführer unruhig wurden. Delacroix nahm einen Rucksack aus der Ablage und stellte ihn auf den Boden ab. Emilio und Juliette taten dasselbe und kurz darauf auch Helmut. Irritiert beobachtete Aro die Entführer. Warum nahmen sie die Rucksäcke heraus, wo sie doch noch nicht einmal gelandet waren? Sein Blick heftete sich auf einen blaugrauen, stramm gepackten Rucksack, der bei näherer Betrachtung gar kein Rucksack war. Und auf einmal dämmerte Aro die schaurige Wahrheit. Das waren Fallschirme. Mit der trügerischen Ruhe, die bis dahin in der Maschine geherrscht hatte, war es mit einem Mal vorbei. Die Entführer wechselten einige Worte, von deren Inhalt Aro nichts verstand. Die Tür zum Cockpit ging auf und der Pilot rief einige scharfe Sätze in die Kabine. Aro begriff, dass sie mit der Position der Maschine zu tun hatten. Er sah erneut aus dem Fenster und diesmal erschrak er. In der Dunkelheit unter ihnen leuchteten majestätisch einige verschneite Berggipfel. Das mussten die Alpen sein. Oder waren sie doch in eine ganz andere Richtung geflogen, zum Kaukasus oder bis zum Ural oder in eine noch fremdere Gegend? Äußerlich vollkommen ruhig zog sich Delacroix einen graugrünen Overall über, schnallte sich den Fallschirm auf den Rücken und zog die Gurte an den Schenkeln fest. Würgende Panik erfasste Aro. Hatten die Entführer vor, ihn allein in der Maschine zurückzulassen, damit er mit ihr abstürzte? Voller Entsetzen schaute Aro den Entführern und den Piloten bei der Vorbereitung ihres Fallschirmsprungs zu. »Was habt ihr vor?«, rief er Juliette über den Motorlärm hinweg zu. »Ihr könnt mich doch nicht alleine...« »Beruhige dich! Er wird dir gleich zeigen, was du tun musst.« Juliette, die wie die anderen in dem engen Gang stand, machte eine Kopfbewegung in Delacroix-Richtung. Aro saß wie gelähmt auf seinem Platz. Der Pilot kehrte mit dem Fallschirm auf dem Rücken ins Cockpit zurück. Die Flugrichtung endete sich leicht, außerdem schien die Maschine an Höhe zu verlieren. Aro sah aus dem Fenster. Hier und da waren im Mondschein leuchtende Schneegipfel von Bergen zu erkennen. Dazwischen war nichts als schwarz. Aro hatte immer stärker das Gefühl, mitten in einen Albtraum geraten zu sein. Allerdings würde er aus diesem Traum nicht in seinem eigenen Bett aufwachen. Delacroix beugte sich in seinem Overall und mit dem Fallschirm auf dem Rücken über ihn. »Du wirst mit mir springen.« »Was?«, fragte Aro mit zitternder Stimme. »Wir machen einen Tandemsprung.« »Das ist Routine, keine Angst. Du brauchst überhaupt nichts zu tun.« In Wahrheit hatte Aro eine solche Angst, dass er am liebsten geheult hätte. Aber er hatte keine Wahl. Er stand auf und zog den Overall an, den Delacroix ihm gab. Ärmel und Hosenbeine musste er mehrmals umschlagen. Dann legte Delacroix ihm die Gurte um. »Für dich wird das leichter, als es für Rubinstein gewesen wäre«, sagte Delacroix. Das kühle Einschnappen der Verschlüsse band Aros Schicksal an das von Delacroix. Falls irgendwas schief ginge, würden sie gemeinsam abstürzen. Aros Herz hämmerte wie verrückt. Wie ein willenloses Kind war er diesem Delacroix mit Gurten auf den Bauch geschnallt worden. Ebenso ging es den vier miteinander verbundenen Säcken, die den Schmuck der Passagiere enthielten. Sie bekamen einen eigenen Fallschirm, der mit der Notleine am Flugzeug befestigt wurde. Emilio stand neben der Türöffnung und Juliette sprach aufgeregt und angespannt über das Funkgerät in ihrer Hand mit jemandem, der sich vermutlich am Boden befand. Man merkte deutlich, dass diese Aktion mehrmals geübt worden war. Jetzt aber wurde es ernst und das verlieh allem eine ganz andere Brisanz. Wussten Sie, fing Aros halblaut an, ohne sich darum zu kümmern, ob ihm Delacroix überhaupt zuhörte, dass der längste freie Fall ohne Fallschirm, halt dich am Sitz fest, sagte Delacroix hinter ihm. Aros wunderte sich kurz über die Aufforderung, verstand sie aber im selben Moment, in dem Emilio die Tür der Maschine öffnete. Ein unfassbar starker Luftzug wollte alles, was in der Maschine war, nach draußen saugen. Los, rief Delacroix, nur mit Mühe und Not gelang es Aros, seine vor Angst gelähmten Beine in Bewegung zu setzen und in Gleichschritt mit dem Entführer zu bringen. Delacroix half seiner Nutzlast an die Tür, wo der Luftzug so stark war, dass es Aros den Atem raubte. Ohne auch nur einen weiteren Moment zu zögern, stieß sich Delacroix ab und sie stürzten in die Dunkelheit. Auf deren Grund helle Flecken mit scharfen Spitzen schimmerten. Aro spürte ein Sausen im Magen. Der Lärm des Flugzeugs blieb zurück und für einige Sekunden fühlte sich der freie Fall trotz der Situation irrsinnig toll an. Eigentlich hatte man weniger das Gefühl zu fallen als zu fliegen, weil die Luft wie ein Kissen Widerstand bot. Dann aber packte Aro erneut die Angst. Was, wenn sich der Schirm nicht öffnen würde? Sogleich hörte man das Knattern eines Stoffes. Aro blickte nach oben, wo sich ein breiter, luftmatratzenartiger Fallschirm öffnete und den heftigen Fall zu einem sanften Schweben abdämpfte. Für einen Moment wurde Aros Angst von der Begeisterung über die neue Erfahrung in den Hintergrund gedrängt. Aro und Delacroix setzten im Dunkeln auf einer leicht abschüssigen Alpenwiese auf und torkelten ins Gras, wo sie wenige Sekunden liegen blieben. Dann hörte es Aro zweimal klicken und er konnte sich aus den Gurten befreien. Delacroix fing an, den Schirm zusammenzurollen. Zieh den Overall aus. Wir müssen weiter. Intuitiv sah sich Aro verstohlen nach Fluchtmöglichkeiten um. Das von schwachem Mondlicht erleuchtete Tal war von steilen Bergen umgeben, deren untere Hänge bewaldet waren. Von Genf aus war Aro ein paar Mal zum Skifahren gewesen. Darum wusste er, dass es in abgelegenen Winkeln der Alpen mitunter zig Kilometer bis zum nächsten Haus sein konnte. Die Entführer dürften kaum eine allzu dicht besielte Gegend für ihren Absprung gewählt haben. Jeder Versuch, davon zu rennen, wäre zum Scheitern verurteilt. Jemand, vielleicht war es Emilio, schwebte in wenigen hundert Metern Entfernung auf die Erde herab und eine weitere Person rollte weiter oben am Hang bereits ihren Fallschirm ein. Die Stille und das Vollmondlicht waren wie in einem Traum. Ein dritter Schatten schwebte noch in der Luft. Der Frachtschirm war als erster auf der Erde angekommen. Was aber würde mit dem Flugzeug geschehen, von dem nichts mehr zu hören und zu sehen war? Delacroix sprach kurz in sein Funkgerät. Eine der weiter weggelandeten Personen gab mit einer hellen Lampe Lichtsignale, nicht in Richtung der anderen Entführer, sondern weiter ins Tal hinunter. Der Grund wurde sogleich ersichtlich. Man hörte ein tiefes Motorgeräusch und dann näherten sich silbern leuchtende Xenonscheinwerfer, ein Geländewagen. Er fuhr mit ziemlich hoher Geschwindigkeit und Delacroix faltete immer schneller seinen Schirm zusammen. Der Augenblick, in dem die Entführer in Sicherheit wären, rückte bedrohlich näher. Bald würden sie ihre Geisel nicht mehr brauchen. Der bullige Porsche Cayenne kam auf der Wiese mühelos voran und blieb schließlich vor ihnen stehen. Der Fahrer ließ den Motor laufen, sprang aus dem Wagen und begrüßte Delacroix auf Französisch. Ohne Zeit zu verlieren, öffnete der Fahrer die Heckklappe und die beiden Männer luden zusammen den gefalteten Seidenfallschirm ein. Aro starrte auf die offengebliebene Fahrertür und dann auf die beiden Männer am Kofferraum. Mehr von seinem Instinkt als von der Vernunft gesteuert, sprang er hinter das Lenkrad und zog die Tür zu. Ein paar Mal nur hatte er auf dem Schoß seines Vaters Auto fahren dürfen, aber dafür war er umso öfter mit dem Joystick in der Hand die Rallye Dakar oder in Dayton und Hockenheim gefahren und durch die Schluchten von Großstädten gedüst. Er stellte den Hebel der Automatikschaltung von Parken auf Fahren und sah im Seitenspiegel Delacroix auf die Fahrertür zustürzen. Aro trat aufs Gas und der Offroader mit dem bärenstarkem Motor raste los. Der Bordcomputer gab grelle Signaltöne von sich, weil die Heckklappe geöffnet war. Wegen der heftigen Beschleunigung verlor Aro gleich zu Beginn die Kontrolle über den Wagen, aber im letzten Moment bekam er ihn in den Griff. Die Ingenieure, die sich das Fahrstabilisierungssystem ausgedacht hatten, waren wohl kaum von einem 14-jährigen Fahrer auf der Flucht vor Piraten ausgegangen. Aber das System funktionierte auch unter diesen Bedingungen ausgezeichnet. Aro kam nicht dazu, in den Rückspiegel zu schauen, denn er konzentrierte sich mit jeder Körperzelle darauf, von der Wiese wegzukommen. Er hatte sich vorgestellt, den Wagen auf eine weiter unten verlaufende Straße zu lenken, aber plötzlich wurde ihm zu seinem Entsetzen bewusst, dass es diese Straße gar nicht unbedingt geben musste. Womöglich war mit dem Cayenne kilometerlang querfeld eingefahren worden. Aro hielt das Lenkrad umklammert und den Blick fest auf die bläulich schimmernde Landschaft im Licht der Scheinwerfer gerichtet. Rechts ragte ein steiler Hang auf und links wurde die Wiese von Wald gesäumt. Der Streifen, auf dem man fahren konnte, wurde ständig schmaler. Aber aus dieser Richtung war das Auto gekommen. Aros Blick fiel auf den GPS-Navigator am Armaturenbrett, der eine farbige Karte zeigte. Im selben Moment prallte etwas gegen die Front des Autos und Aro musste vom Gas gehen. Die Wiese wurde uneben und die Fahrrinne abrupt enger. Es ging in einen lichten Wald hinein, in dem Aro zum Glück jedoch einen Weg erkennen konnte. Ein Gefühl der Erleichterung durchflutete ihn. Dieser Weg würde mit Sicherheit zu einer Straße führen. Der Weg machte zwischen den Bäumen eine scharfe Rechtskurve, die Hinterräder ließen Erde aufspritzen und Aro hatte fast das Gefühl zu fliegen. Er löste den Griff um das Lenkrad und ließ den Wagen kurz dem Gelände folgen. Wäre die Situation eine andere gewesen, hätte er gerufen, »Schaut nur! Freihändig!« Das hatte er auch als Kind beim Fahrradfahren sofort versucht, nachdem die Stützräder abmontiert worden waren. Eine Mischung aus Angst und Erleichterung pulsierte mit reichlich Adrenalin in Aro's Adern. Von draußen drang ihm der Duft des weichen Waldbodens in die Nase. Verschwand aber bald, da der Untergrund steiniger wurde. Man hörte Kieselsteine hinter dem Wagen in die Höhe schießen. Es würde Verfolger nicht gut tun, so unter Beschuss genommen zu werden. Auch das erleichterte Aro. Er seufzte auf, ging etwas vom Gas und erlaubte sich ein breites Lächeln. Das rächte sich sofort. Mit einer panikartigen Bewegung musste er einem großen Steinbrocken ausweichen. Die linken Räder des Geländewagens gerieten auf dem Kies ins Rutschen und Aro begriff, dass er die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Im letzten Moment griffen die Räder wieder und Aro lief kalter Schweiß von der Stirn. Sein blitzschnelles Reagieren hatte ihn davor bewahrt, in die Schlucht zu stürzen, die sich unmittelbar am Wegrand im Mondlicht auftat. Aus dem Augenwinkel warf Aro einen Blick in die Tiefe. Jetzt konnte er sich keine falsche Bewegung erlauben und er hatte überhaupt keine Lust mehr, die Hände vom Lenkrad zu nehmen. Stattdessen hielt er es jetzt so fest umklammert, dass die Knöchel an den Händen weiß hervortraten. Das Tempo war zu hoch, aber eine Vollbremsung konnte das Auto auch in den Abgrund schleudern. Aro nahm den Fuß vom Gaspedal und drosselte stufenweise das Tempo. Er schaute geradeaus auf den Weg im Scheinwerferlicht, der tückisch und mit vielen Schlaglöchern durch die wilde Landschaft führte. Aro musste an den Corsica-Abschnitt der Colin-McRae-Rallye denken. Allerdings hämmerte sein Herz nicht gerade vor Todesangst, wenn er vor dem Computer saß. Er stellte sich den Moment vor, in dem die Räder des Geländewagens sich vom Rand der Schlucht lösten und der Sturz in die Tiefe begann. Was würde man in dem Moment denken? Lief das Leben wie ein Film vor einem ab, wie es immer hieß? Kamen einem die Sekunden länger vor als das gesamte bisherige Leben, wie in Zeitlupe? Aro hielt das Lenkrad umso entschlossener umklammert. Der Weg wurde noch schmaler, obwohl Aro davon ausgegangen war, er würde breiter und besser werden. Links stieg ein Steilhang an und bis zum Abgrund auf der rechten Seite blieben nur wenige Meter. Ein tiefes Schlagloch schleuderte ein Vorderrad in die Luft und die linke Seite des Geländewagens wurde gegen die Felswand geworfen. Man hörte ein metallisches Wimmern und dazu sprühten Funken auf. Kleine Steine regneten vom Felsen auf die Motorhaube und Aro hatte Angst, ein größerer Brocken könnte den Wagen mit einem Schlag in die Tiefe befördern. Zu seinem Entsetzen sah er, dass seine Befürchtung sich bewahrheitete und er sah, dass er nichts mehr machen konnte. Mit wahnsinnigem Tempo kam ein Stein den Hang herab und bevor Aro reagieren konnte, hatte der Brocken schon die Motorhaube ramponiert und war von dort in die Schlucht gesprungen. Aro trat das Bremspedal bis zum Anschlag durch und hoffte einfach nur, dass er Glück hatte. Mehr konnte er nicht tun. Das Auto rumpelte bei abnehmender Geschwindigkeit weiter und prallte plötzlich gegen etwas. Die Scheinwerfer zersplitterten, Blech wurde zerknautscht. Gleichzeitig ertönte ein scharfer Knall und die Welt vor Aro wurde weiß. Sein Kopf schlug gegen den Airbag, der aus der Mitte des Lenkrads herausgeschossen war. Er hatte immer geglaubt, ein Airbag sei weich, aber jetzt dauerte es eine Weile, bis er sich von dem harten Schlag erholte. Langsam entwich die Luft aus dem Airbag. Als Aro die Augen öffnete und den Kopf hob, wurde er von hellen Lichtern geblendet. Er schützte die Augen mit den Händen und dann verwandelte sich der schrille Ton in seinen Ohren allmählich in verständliche, menschliche Stimmen. Und nun ging Aro auf, was passiert war. Er war mit einem anderen Auto zusammengestoßen. Erleichterung überwältigte ihn. Bestimmt hatte der Fahrer ein Handy, mit dem sie die Polizei verständigen konnten. »Raus«, befahl eine überraschend barsche Stimme, die gleich darauf in ein Funkgerät sprach. »Wir haben ihn. Das Auto scheint fahrtüchtig zu sein.« Erst da begriff Aro, dass die Entführer mit zwei Fahrzeugen abgeholt worden waren und er mit dem zweiten zusammengeprallt war. Im Kontrollturm des Flughafens Kloten am Rand von Zürich versetzte Timo die Stecknadel, die die Position des Flugzeugs anzeigte. Die Entführer flogen direkt über die Alpen nach Westen, in Richtung Frankreich. »Ein Sonderkommando der Polizei ist auf dem Flughafen Orly einsatzbereit«, teilte der Beamte, der in Paris die Operation leitete, über den Lautsprecher des Konferenztelefons mit. Allmählich kristallisierte sich heraus, dass das Ziel der Entführer in Frankreich lag. Ihr Treibstoff würde noch eine oder höchstens zwei Stunden reichen. »Wir haben wiederholt versucht, Kontakt zur Maschine aufzunehmen, aber ohne Erfolg«, fuhr der Franzose fort. »Das ist keine Überraschung«, sagte Timo müde. »Es wäre eher eine Überraschung, wenn sie darauf reagierten.« »Die Maschine scheint Lyon im Norden zu passieren und in Richtung Dordogne weiter zu fliegen«, sagte der Franzose. Timo versetzte die Stecknadel wieder ein Stück und schaute noch besorgter als zuvor auf die Karte. Die Alpenstraße, auf der sie fuhren, war extrem kurvenreich, aber asphaltiert. Aro saß auf dem Rücksitz neben Juliette und er war sich bewusst, dass sich seine Lage durch den Fluchtversuch weiter verschlechtert hatte. Von dem Porsche Cayenne, den Aro zerbeult hatte, waren sie in den Range Rover umgestiegen, der einigermaßen heil geblieben war. Aro war todmüde, aber an Schlafen war nicht zu denken. Wegen der kurvenreichen Fahrt und wegen seiner Gemütsverfassung. Anfangs hatte er die Abfahrten und Anstiege gezählt, aber schließlich gemerkt, wie sinnlos es war, auf diese Weise herausfinden zu wollen, wo sie sich befanden. Das Gebirge schien endlos zu sein. Plötzlich erreichten sie eine Kreuzung. Auf dem Wegweiser, der nach rechts zeigte, stand Le Rocher. Waren sie in Frankreich? fragte sich Aro verdutzt. Wo sonst konnte es einen solchen Ortsnamen geben? Nur noch in der französischsprachigen Schweiz. Die Straße wurde breiter und gerade. Der Fahrer beschleunigte stark. Ein Auto kam ihnen entgegen, was Aro einen Funken Hoffnung gab. Wo Menschen wohnten, bestand wenigstens eine geringe Chance auf eine überraschende Wendung, anders als in der totalen Wildnis. Timo presste die Stecknadel fest zwischen den Fingern, damit man nicht sah, wie seine Hand zitterte. Er steckte die Nadel an die Stelle, die ihm der französische Beamte per Telefon nannte. Laut Flugleitung in Bordeaux hatte die Maschine der Entführer gerade diesen Radarkontrollpunkt passiert. Zur Erschütterung aller Anwesenden befand sich diese Stelle bei der Kleinstadt Cap Ferret an der Atlantikküste. Die Maschine hatte Frankreich auf dem direkten Weg überquert und steuerte nun die Biscaya an. Unter Einsatz seiner gesamten Willenskraft zwang sich Timo mit ruhiger Stimme zu sprechen. Gibt es vor der Küste eine Insel, wo man landen kann? Nein, sagte der Franzose über das Konferenztelefon. Als nächstes kommen die Azoren mitten im Atlantik. Timo spürte einen Würgegriff um seinen Hals. Auf der Route des Flugzeugs lag keine einzige Insel, wo die Entführer landen konnten, um zu tanken. Aber der Treibstoff musste ihnen jeden Moment ausgehen. Warum brachten sich die Verbrecher nach einer so groß angelegten und exakt geplanten Aktion in eine Lage, in der sie womöglich selbst im Meer untergehen würden? Einen vernünftigen Grund dafür gab es nicht. Die einzig vorstellbare rationale Erklärung lautete, die Entführer hatten die Maschine bereits verlassen. Und da das Flugzeug nicht einmal in einem langen Radarschatten hatte landen können, mussten sie mit Fallschirmen abgesprungen sein. Was aber war mit der Geisel? War sie in der Maschine zurückgeblieben? Die Vorstellung, Aro könnte allein in dem zum Untergang verdammten Flugzeug sitzen, war so niederschmetternd, dass Timo gar nicht weiter daran zu denken wagte. Aro spürte, dass sie sich ihrem Ziel näherten, und je näher sie kamen, umso unruhiger schlug sein Herz. Von der Hauptstraße waren sie wieder in eine Nebenstraße eingebogen, die sich unzählige Male verzweigt hatte und dabei immer weiter angestiegen war. Die dunklen Wälder waren mit zunehmender Höhe spärlicher geworden und die schlafenden Dörfer kleiner, bis nur noch ein steiler Weg im Zickzack nach oben führte. Die Geschwindigkeit wurde immer weiter gedrosselt und schließlich blieb der Wagen vor einer massiven Ruine stehen. Das Fahrlicht wurde ausgeschaltet und alle stiegen aus. Aro sog die feuchtkühle, dünne Gebirgsluft ein. Es herrschte vollkommene Stille. Nur das Knacken des heißen Motors war zu hören. Aro neigte den Kopf, bis er die Silhouette des burgartigen Gebäudes auf dem Gipfel des steilen Felshangs im Blickfeld hatte. In den Fels waren Stufen gehauen worden. Sie wirkten uralt. Warum hatte jemand vor langer Zeit seine Kräfte geopfert, um in einem so abgelegenen und schwer zugänglichen Winkel ein Gebäude zu errichten? Dann fiel sein Blick auf eine kreuzförmige Furche im Fels, unter der eine lateinische Inschrift zu erkennen war. War das sie ein Kloster, in das sich Mönche, die das weltliche Leben hinter sich lassen wollten, zurückgezogen hatten? Delacroix zog eine Magnetkarte, die aussah wie eine Kreditkarte aus der Tasche und schob sie in einen Schlitz im Fels. Aro wurde noch aufmerksamer. Neben dem Schlitz leuchtete eine rote LED-Anzeige auf, blinkte ein paar Mal und erlosch. Aro sah sich die vom Vollmond erleuchtete Umgebung genauer an. Erst jetzt bemerkte er, dass der Fels hier und da mit Beton ausgebessert worden war und dass an manchen Stellen stützende Stahlträger zu erkennen waren. Ohne sie wäre das Gebäude wahrscheinlich längst in den Abgrund gestürzt. »Willkommen in Sord de la Baye«, sagte Delacroix und fing an, die in eine Felsspalte gehauene Treppe hinaufzusteigen. »Benediktinermönche haben dieses Kloster im 14. Jahrhundert erbaut. 200 Jahre später wurde es verlassen und der Herzog von Savoyen wählte es als Versteck, als die Berner ihm zusetzten.« Entlang der Treppe ging eine Beleuchtung aus Faserlampen an. Sie half die Stufen zu erkennen, ohne dass ihr Schein zu weit reichte. Juliette bedeutete Aro voranzugehen, Emilio und der Fahrer gingen als Letzte. Aro hatte innerlich gefläht, dass man ihm die Augen verbinden würde, aber nichts geschah. Das hieß, dass es den Entführer nichts ausmachte, wenn er den Fluchtort sah. Sie würden ihm schlicht und einfach keine Gelegenheit geben, jemandem etwas zu erzählen. Die Treppe wollte kein Ende nehmen. Endlich erreichten sie eine gotische Tür mit einem Spitzbogen, an der ein grau oxidierter, riesenhafter Türklopfer angebracht war. Delacroix schob seine Magnetkarte in einen Spalt rechts von der Tür. Es ertönte ein gedämpftes Piepsen und das Surren eines elektronischen Schlosses. Hinter der Tür war die Treppe überdacht und setzte sich ohne Beleuchtung fort. Rostige Halterungen, in denen einst Fackeln gesteckt hatten, ragten aus der Wand. Aro hatte einen muffig-feuchten Kellergeruch in der Nase. Der Aufstieg brachte ihn immer mehr zum Keuchen, aber auch Delacroix schien nicht mehr besonders leichtfüßig zu gehen. In der Mauer wechselten sich Naturstein und Ziegelsteine ab und es gab keinerlei Öffnungen. Schließlich war die Treppe zu Ende und es folgte ein kurzer Gang. Zwischen den Entführern überquerte Aro einen Abschnitt, der aus Brettern gemacht war und es kam ihm vor, als würden sie ein klein wenig unter ihm nachgeben. Delacroix öffnete eine zweite Tür auf die gleiche Weise wie die erste. Dahinter war es warm und trocken und anstelle feuchten Muffs lag ein dezenter Duft nach Zigarren und Parfüm in der Luft. Der Raum erinnerte an eine Vorhalle. Er war hoch und wurde durch einen elektrischen Kronleuchter erhellt. Auf dem dunklen, sauberen Dielenboden lagen orientalische Teppiche. Das Außergewöhnlichste waren jedoch die sauber verputzten Natursteinwände, an denen eine riesige Menge wertvoll aussehender Gemälde in goldenen Rahmen aufgehängt war. Aro's Blick heftete sich auf ein Bild, das aus der Eremitage in St. Petersburg gestohlen worden war und das er im Sommer in der Zeitung gesehen hatte. Waren die anderen Werke etwa auch gestohlen? Konnte Delacroix sie hier ohne Risiko genießen? Warum waren sie nicht auf dem Schwarzmarkt verkauft worden? War Kunst kostbarer als Geld? »Bring ihn ins alte Badezimmer«, sagte Delacroix. Juliette wies Aro mit einer Handbewegung den Weg. Auf der anderen Seite der Halle war ein Gang mit mehreren uralten Türen. Die letzte Tür war niedriger als die anderen, und hatte eine hohe Schwelle. Juliette stieß Aro in den winzigen, dunklen Raum und schlug die Tür hinter ihm zu. Aro drückte das Ohr an die grob gezimmerte Tür, um zu hören, was draußen gesprochen wurde. »Wie lange halten wir ihn fest?«, fragte Juliette. »Höchstens bis morgen Abend. Dann ist die Polizei hier, falls sie überhaupt kommt«, hörte Aro Delacroix sagen. Dieser Satz lähmte Aro. Er bestätigte seine Vermutung auf die grausamste Weise. Man hatte ihm erlaubt, die Geheimnisse der Entführer unverhüllt zu sehen. Darum konnte man ihn nicht mehr laufen lassen. Spätestens am nächsten Abend würde man ihn töten. Die angekreuzte Stelle befand sich im Atlantik, in der Biscaya, knapp 100 Kilometer westlich von Cap Ferré. Timo schaute auf die Karte und ballte die Fäuste. Laut Radar war die Maschine der Entführer an der gekennzeichneten Stelle ins Meer gestürzt. »Die ersten Rettungshubschrauber sind vor Ort. Bis jetzt gibt es keine Spuren von Überlebenden«, meldete der Franzose über das Telefon. Timo richtete seine Aufmerksamkeit auf die Filzstiftlinie, die auf der Karte die Route des Flugzeugs darstellte. An einigen Punkten in der Alpenregion war die Linie nicht durchgezogen, sondern nur gestrichelt. In diesen Gegenden hatte sich die Maschine im Radarschatten befunden. Irgendwo dort mussten die Entführer die Maschine verlassen haben. Und Aro mit ihnen. Timo biss die Zähne zusammen. Es musste einfach so gewesen sein. Niemand würde eine so planmäßig durchgeführte Aktion mit einem Sturz ins Meer beenden. Aro untersuchte immer wieder von neuem sein Gefängnis, denn er konnte einfach nicht schlafen. Er ließ den Blick durch den halbdunklen Raum schweifen, der eigentlich nur ein Verschlag war. Eine Seite wurde von einem breiten Kasten aus Brettern eingenommen, in dessen Mitte sich ein runder Deckel befand. Aro hatte versucht, den Deckel zu öffnen, aber er ließ sich nicht bewegen. Jetzt versuchte er es erneut, aber der Deckel rührte sich weiterhin nicht vom Fleck. Aro sah sich die Ränder genauer an und stellte fest, dass zwei gebogene Nägel die runde Holzscheibe festhielten. Mit den Fingern würde er die nicht gerade biegen können. Er hatte nichts zur Hand, womit er die Nägel am Rand des Deckels herausziehen oder gerade biegen konnte. Er kratzte sich im Nacken. Dabei berührte er mit dem Finger das Lederband von Rositas Amulett und im selben Moment riß er sich das Schmuckstück vom Hals. Er schob den flachen Metallrand des Amuletts unter einen der rostigen Nägel und versuchte, ihn als Hebel zu verwenden. Der Nagel bog sich, dann sprang ein Stück vom Amulett ab. Es war schade, es zu beschädigen, aber jetzt ging es um Leben und Tod. Aro schob die unbeschädigte Seite des Amuletts unter den Nagel und versuchte es erneut. So vorsichtig wie möglich bog er den Nagel nach oben, ständig in der Angst, es könnte das Gleiche passieren wie zuvor. Aber zu seiner Erleichterung löste sich nun der Nagel so weit aus dem Holz, dass Aro den Finger darunter schieben und ihn zur Seite drehen konnte. Beim zweiten Nagel auf der gegenüberliegenden Seite des Deckels funktionierte es genauso. Nun ließ sich der Deckel entfernen und darunter tat sich ein schwindelerregender Blick ins Morgengrauen auf. Ein Steilhang von zig Metern, der sich in der Schlucht unterhalb der Fundamente der Burg fortsetzte. Kein Wunder, dass man sich keine Mühe gegeben hatte, den Deckel massiver zu verschließen. Aro würde am Felsen zerschmettert werden. Er schloss den Deckel und setzte sich noch ängstlicher als zuvor daneben. Der einzige Weg nach draußen war die Tür, aber davor waren die Entführer und moderne Überwachungstechnik. In der Morgendämmerung wurde der Betrieb auf dem Zürcher Flughafen Kloten allmählich lebhafter. In gleichmäßigen Abständen drang das Donnern der startenden Maschinen an Timos Ohren. Er schaute auf die Karte, auf der die Flugroute der Entführer eingezeichnet war. Sie überquerte die Schweiz längs der Alpenkette. Timos Aufmerksamkeit lag bei einem Kreis, der unweit der Schweizer Grenze um das französische Dijon gezogen worden war. Diese Stadt war der zuletzt gemeldete Wohnort von Delacroix gewesen. Andererseits deutete auch die Herkunft von Juliette Dupont auf Frankreich hin, wie immer die Frau auch in Wirklichkeit heißen mochte. Zum Wer-weiß-wie-vielten-Mal las Timo das Material durch, das die französische Polizei und Interpol über Delacroix hatten. Der Mann war ein Berufsverbrecher, der sich zu Beginn seiner Laufbahn mehrerer bewaffneter Banküberfälle schuldig gemacht hatte, mit den Jahren jedoch zum Kunstraub und schließlich zum internationalen Kunsthandel übergegangen war. Bei seinen Kunstdiebstählen hatte Delacroix mehr den Verstand und Spitzentechnologie eingesetzt als Gewalt. Mit anderen Worten, der Mann vereinigte in sich Härte und eine gewisse Feinsinnigkeit. Das war eine schwierige Kombination. Caro begriff, dass er nicht einfach warten konnte, bis sie ihn holten. Noch war es fast dunkel. Bei Tageslicht wäre es wesentlich schwieriger, etwas zu unternehmen. Er musste jetzt handeln, egal wie es ausging. Und es gab nur eine Möglichkeit. Er holte tief Luft und trat an den Holzdeckel des Aborts. Ruhig hob er ihn an und legte ihn zur Seite. Dann steckte er den Kopf durch das Loch, um zu sehen, ob es draußen etwas gab, an dem er Halt finden könnte. Aber es war zu dunkel unter der Klo-Konstruktion. Er richtete sich auf, schob ein Bein durch das Loch und suchte mit dem Fuß nach einem Halt. Der zuckende Fuß fand einen uralten Balken, auf den man sich vermutlich mit dem Gewicht des ganzen Körpers hinablassen konnte. Aro schob auch das zweite Bein durch die Öffnung und hielt sich krampfhaft am Brettrand fest. Ohne nach unten ins Leere zu blicken, bückte er sich unter die Stützkonstruktion. Links schimmerte eine Reihe Fenster, deren fahler Lichtschein kaum durch die Vorhangspalten hinausdrang. Vor den spitzburgigen Fenstern befand sich ein Mauervorsprung von der Breite einer halben Treppenstufe. Aro beschloss, es zur Wand hinüber zu versuchen. Gerade als er den zweiten Schritt auf den schräg angebrachten, die Abortkonstruktion zusammenhaltenden Balken zumachen wollte, hörte er unter sich ein fieses Krachen. Instinktiv griff er zum Rand der Kloöffnung und hielt sich mit aller Kraft fest, als der erste Balken brach und in den Abgrund stürzte. Aro schnappte nach Luft und versuchte mit seinen Füßen irgendwo Halt zu finden, aber die Wand war zu weit weg und der schräge Stützbalken sicherlich auch morsch. Jetzt gab es nicht mehr viele Alternativen, weshalb er sich auf die einzig mögliche Stützen und das Beste hoffen musste. Aro schwang sich in Richtung Stützbalken und ließ gleichzeitig den Rand der Kloöffnung los. Er landete auf dem Balken und schloß die Augen. Falls dieser Balken ebenso schwach war wie der erste, war dies der letzte Augenblick seines Lebens. Er wagte nicht zu atmen, geschweige denn, sich zu rühren. Aber der Balken hielt. Kühler Wind strich über Aro's Haut. Die Fenster schimmerten nur noch eine Armlänge entfernt und mit vorsichtigen Schritten bewegte er sich an der Wand entlang. Nach unten wollte er nicht schauen, denn das hätte seine Angst nur weiter vergrößert. Schritt für Schritt bewegte er sich an den Fenstern vorbei, ohne darüber nachzudenken, ob jemand von drinnen seine langsam vorrückende Gestalt sehen könnte. Durch die Glasmalereien sickerte rötliches, gelbliches und grünliches Licht. In der Mitte der Fensterreihe befand sich ein Absatz von einem halben Meter Breite und Aro blieb einen Moment stehen, um sich auszuruhen. Er spitzte die Ohren. Ihm war, als hörte er ganz weit unten das Motorengeräusch eines Autos. Mit der Stirn lehnte sich Aro an das Bild eines Heiligen, der in der Glasmalerei verewigt war und atmete schwer. Auf einmal merkte er, dass er durch den Vorhangspalt direkt in einen großen Saal schaute. Der Anblick kam ihm unwirklich vor und Aro hatte Angst, entdeckt zu werden, bis er begriff, dass man aus einem erleuchteten Raum nicht in die Dunkelheit hinaussehen konnte. Er erkannte Delacroix, der im Saal mit einer Person sprach, die hinter einer großen chinesischen Vase stand. Die Worte waren gedämpft zu hören, aber trotzdem zu verstehen. Weißt du, was der Unterschied zwischen uns beiden ist? fragte Delacroix, auf Englisch, ohne die Antwort abzuwarten. Wir schätzen unterschiedliche Dinge. Die Gestalt hinter der Vase erwiderte nichts. Für dich ist das alles hier ein Rätsel, fuhr Delacroix fort und machte eine ausladende Handbewegung. Die Bilder, die Skulpturen, die Gobelons, die Vasen. Das ist alles überflüssiges Zeug, schnaubte die andere Person. Das Einzige, das mich interessiert, ist Geld. Wir sind wirklich sehr verschieden, sagte Delacroix. Dir fehlt der Sinn für das Schöne. Hinter der Vase ertönte ein höhnisches Lachen, das Aro zu seiner Verwunderung bekannt vorkam. In dem Moment trat die Gestalt nach vorne. Aros Augen weiteten sich, als er sah, mit wem Delacroix gesprochen hatte. Im Saal stand Max Launy Junior. Aro war vor dem Anblick so schockiert, dass er fast in den Abgrund hinter sich gestürzt wäre. Max zog seine Hosen hoch und legte Delacroix die speckige Pranke auf die Schulter. So redet ein Mann, der sich für verschimmelte, tote Gegenstände interessiert. Warum sind die deiner Meinung nach so kostbar? Die Musik ist die einzige Kunstgattung, die einen Wert hat. Du verstehst nichts von Geschichte, entgegnete Delacroix verächtlich. So eine Gelegenheit bietet sich einem Sammler nur einmal im Leben, wenn überhaupt. Unter anderem ist eine fünfeinhalbtausend Jahre alte Alabaster-Skulptur darunter, die Mona Lisa der Sumerer. Dafür kannst du uns Amerikanern dankbar sein, knurrte Max und wies auf den Bodyguard, der an der Wand im Schatten stand. Ihr Europäer seid uns ewig zu Dank verpflichtet, auch in diesem Fall. Ohne den Krieg im Irak wären die Skulpturen nie auf den freien Markt gekommen. Wir Amerikaner haben den Räubern freie Hand gegeben, die jetzt die Schätze aus den Museen Bagdads an ehrliche Sammler wie dich verkaufen. Max lachte höhnisch und fuhr fort. So ist das bei allem. Ohne uns wärt ihr nichts. Es klopfte scharf an der Tür. Max' Helfer reagierte mit einer misstrauischen Bewegung. Juliette trat ein, gefolgt von einer Frau, die rot war und außer Atem. Aro hatte sie nie zuvor gesehen. Sie begrüßte Delacroix und reichte ihm einen kleinen silbernen Aluminiumkoffer. Danke, Eva! Delacroix legte den Koffer feierlich neben einem Weinglas auf den Tisch und ließ die Schlösser aufschnappen. In dem Koffer kam ein prall gefüllter Stoffbeutel zum Vorschein, den Delacroix in die Höhe hob. Unser Geschäft ist nun besiegelt, sagte er, öffnete die Schnüre des Beutels und nahm eine Handvoll glitzernder Edelsteine heraus. Für dich das Geld von der Versicherung und die Hälfte der für das Lösegeld gekauften Diamanten. Ich habe doch gesagt, dass wir uns ähnlich sind, brummte Max. Auch du kannst Diamanten nicht widerstehen. Aus den Diamanten mache ich mir nichts, sondern aus dem, was ich dafür bekomme. Ein gemeines Grinsen machte sich auf dem Gesicht von Max breit. Ich verstehe vielleicht nichts von Kunst, aber du hast keine Ahnung, was wirkliche Reichtümer sind. Die sind zu kostbar für dich. Delacroix's Gesicht nahm einen misstrauischen Ausdruck an. Was meinst du damit? Du hast zu viel Vertrauen. Warum sollte man einem Gangster gegenüber ehrlich sein? Während er das sagte, gab Max seinem Bodyguard ein Zeichen. Dieser brachte im Handumdrehen eine leichte Uzi-Maschinenpistole zum Vorschein und gab eine knatternde Salve auf Delacroix ab. Die Kugeln zischten knapp rechts und links an dem Franzosen vorbei. Aro erschrak vor dem Fenster und wäre ein zweites Mal fast in die Tiefe gefallen. Juliet warf sich auf den Boden, während die chinesischen Vase zersplitterte. Max näherte sich dem ebenfalls am Boden liegenden Delacroix. Dein Leben befindet sich jetzt in meiner Gewalt, sagte Max mit einem blödsinnigen Grinsen. Was meinst du? Soll ich dich töten? Delacroix lag regungslos da und schwieg. Du hast eine anständige Einstellung, aber für einen Gangster bist du zu blauäugig, sagte Max weiter und schnappte sich den Beutel mit den Diamanten. Ich habe geglaubt, du kapierst, dass in dieser Branche die Verträge immer neu geschrieben werden, je nachdem, wer die Waffe in der Hand hält. Bob, fessle sie. Max' Helfer nahm ein Bündel Handschellen vom Gürtel unter seiner Jacke und legte sie der Reihe nach Delacroix, Juliette, Helmut und jener Eva, die die Diamanten gebracht hatte, an. Aro stand mit pochendem Herzen vor dem Fenster. Was sollte er tun? Was wäre das Klügste? Warten, bis Max mit den Diamanten verschwunden war? Andererseits würde die neue Situation kaum Delacroix-Haltung ihm gegenüber in eine positive Richtung verändern. Im Gegenteil. Aro fragte sich, wo Emilio steckte. War er schon weg? Im selben Augenblick kam die Antwort. Es fielen Schüsse und die Tür zersplitterte. Max' Bodyguard war mit einem Satz an der Wand. Max schrie grell auf und wollte sich unter den nächsten Tisch zwängen, wobei er eine Blumenvase zu Fall brachte, deren Wasser ihm sogleich in den Nacken lief. Emilio kam herein und feuerte weiter auf Max' Bodyguard und auf das Fenster, vor dem Aro stand. Glas zersplitterte und fiel in Scherben rechts und links von Aro in den Abgrund. Aro merkte plötzlich, dass er wie auf einer Bühne in der Fensteröffnung stand. Die Schüsse hörten auf und vollkommene Stille machte sich im Saal breit. Alle starrten auf den Jungen am Fenster. »Guten Morgen«, sagte Aro und räusperte sich. Er überlegte fieberhaft, was jetzt zu tun war. Er konnte sich in exakt zwei Richtungen bewegen, entweder die Flucht nach hinten antreten, was unmöglich war, oder die Verblüffung ausnutzen und es nach vorne versuchen. Aro sprang durchs Fenster, landete auf einem Sofa und wurde von den straffen Federn im Polster überraschend weit geschleudert bis direkt auf den Tisch. Im Flug versetzte er der Waffe des verdatterten Emilio einen so heftigen Tritt, dass sie zu Boden fiel. Für den Bruchteil einer Sekunde ratterten bei allen Anwesenden die Gehirne, um die sich ständig ändernde Situation zu erfassen. Der Helfer von Max griff sich Emilios Waffe. Im selben Moment schnappte sich Aro den Beutel mit den Diamanten aus Max' Hand, sprang vom Tisch und rannte in den Gang hinaus, wo eine schmale Treppe nach oben führte. Was glotzt du so? brüllte Max seinen Komplizen an und zwängte sich wieder unter dem Tisch hervor. Leg sie alle in Eisen und hilf mir, den Jungen zu schnappen! Max walzte wie ein ausgeflipptes Nilpferd an seinem Helfershelfer vorbei zur Tür. Aro öffnete das Schloss einer schweren Tür und stellte fest, dass er auf die Dachebene geriet. Er spürte einen Stich im Magen, als er sah, wo er gelandet war, auf dem höchsten Punkt des ohnehin schon hoch genug gelegenen Gebäudes. Genauer gesagt war es der zweithöchste Punkt, denn von der Dachebene ragte in der Morgendämmerung noch ein runder Turm zum Himmel auf. Ringsum tat sich die majestätische Alpenlandschaft auf. »Gib den Beutel her!« halte die keuchende Stimme von Max hinter Aro aus dem Treppenhaus. »Wo bleibst du, Bob? Ich brauche die Knarre!« Am liebsten hätte Aro sich auf den Bauch gelegt und die Augen zugemacht, weil ihm schwindelig wurde von der Höhe. Stattdessen rannte er zu der engen Wendeltreppe, die im Turm nach oben führte. Entschlossen stieg er die steile Treppe des fünf Meter hohen Turms hinauf. Der leichte Wind war kühl und erinnerte ihn daran, in welcher Höhe er sich bewegte. »Du kannst da nicht hochgehen!« rief Max von unten in merkwürdig flehendem Ton und hielt sich mit beiden Händen am Geländer fest, wobei er sich langsam auf den Turm zubewegte. »Bleib stehen! Dort oben gibt es keinen Fluchtweg!« Sein Komplize erschien mit der Maschinenpistole in der Hand auf der Dachebene und blickte mindestens ebenso bang in die Tiefe jenseits des Geländers wie sein Boss. »Du hast ausgespielt!« krächzte Max und wischte sich den Schweiß vom runden Gesicht. Aro richtete den Blick auf die Steintreppe, ging Stufe um Stufe nach oben und versuchte, den Abgrund ringsum aus seinen Gedanken zu verbannen. Wegen der Windung der Wendeltreppe verlor er den Blickkontakt zu Max und dessen Komplizen. Während er nach oben stieg, hielt Aro den Beutel mit den Diamanten fest umklammert. Fieberhaft dachte er über die Situation nach. In dem weichen Stoffbeutel raschelten Erbsen große Kostbarkeiten, deren Wert schwer zu schätzen war. Sie wogen überraschend viel. »Geh ihm nach!« sagte Max zu seinem Bodyguard. Aro konnte es hören, obwohl die dünne Luft den Schall wie eine unsichtbare Wolldecke dämpfte. »Das solltet ihr besser nicht versuchen!« rief Aro. »Und warum nicht?« halte die höhnische Stimme von Max in Aro's Ohren wieder. »Gute Frage«, dachte Aro nervös. Er überlegte kurz. »Weil ich die Diamanten in den Abgrund werfe, wenn jemand auch nur einen Schritt in meine Richtung macht.« Er kroch auf allen Vieren auf die oberste Ebene und konnte sich vor lauter Schwindelgefühl nicht einmal umblicken. Die Fläche von zwei Quadratmetern war lediglich von einem fünfzig Zentimeter hohen Mauerrand eingefasst, hinter dem es hunderte von Metern in die Tiefe ging. Aro sah durch einige große Löcher in der Mauer den östlichen Horizont rot schimmern. Auf der anderen Seite waren weitere Löcher. Die Steine, die sich dort gelöst hatten, lagen daneben. Aro blieb auf allen Vieren und hielt den Beutel mit den Diamanten über den Mauerrand. »Habt ihr gehört? Wenn ihr näher kommt oder auf mich schießt, seht ihr eure Diamanten nie wieder.« »Hör auf zu spinnen! Wir wollen dir doch nichts Böses! Ich will nur haben, was mir gehört!« halte Max Stimme von den Wänden der Wendeltreppe wieder. »Bringt mir ein Handy!« »Was?« »Bringt mir ein Telefon her!« »Oder es regnet Diamanten ins Tal!« Aro spürte, wie ihm sein Mutkraft einflößte. Er merkte, dass er am richtigen Schnürchen zog, zum Glück. Denn andere Schnürchen gab es nicht. »Bring ihm das Telefon!« sagte Max zu seinen Komplizen. »Nein!« rief Aro. »Du bringst es mir selbst!« »Du spinnst ja!« »Das Handy her!« »Und zwar ein bisschen plötzlich!« Schließlich sah Aro, wie Max vorsichtig seinen Kopf um die Ecke schob und eine Hand ausstreckte. »Komm weiter hoch!« war vor allem Aro. Inzwischen wagte er es, sich etwas aufzurichten und vorsichtig über den Rand zu spähen. Der gemauerte Teil ging in Naturstein über und schließlich in einen unendlich tiefen, felsigen Abgrund nach unten. Mit unsichtbarer Hand packte ihn der Schwindel und zwang ihn wieder flach auf den Boden. Auf der anderen Seite, etwa fünfzig Meter unterhalb, befand sich ein Hof. Ringsum ragten in der absoluten Stille Berge mit steilen Hängen empor, auf die in der Ferne erkennbaren Schneegipfel fielen die ersten Sonnenstrahlen aus einem Wolkenspalt dicht über dem Horizont. Extrem vorsichtig stieg der ungelenke Max die Treppe hinauf. »Du glaubst doch wohl nicht, dass du Hilfe holen kannst. Was sollen wir mit den Diamanten anfangen, wenn wir hier erwischt werden?« »Wir machen ein Geschäft. Sind Delacroix und seine Leute da unten sicher gefesselt? Ja, die sitzen bis zum Ende der Welt da fest, wenn nötig. »Hör mir genau zu. Ich rufe jetzt meinen Vater an und sage ihm, wo wir sind und wer hinter allem steckt. Dann gebe ich dir die Diamanten. Du hast genug Zeit zu entkommen, bevor die Polizei hier ist. Und weil sie wissen, dass du der Schuldige bist, hast du keinen Grund mehr etwas anzutun. Falls du irgendwann geschnappt wirst, kriegst du sogar eine etwas mildere Strafe, weil du mich am Leben gelassen hast.« »Das wäre das idiotischste Geschäft meines Lebens. Bist du sicher? Du hast genau zwei Möglichkeiten. Mich zu erschießen und ohne die Diamanten abzuhauen oder mich anrufen zu lassen und mit den Diamanten abzuhauen. Du bekommst genug Vorsprung, um der Polizei zu entkommen.« Max überlegte einige Sekunden und starrte dabei auf den Beutel mit den Diamanten. »Dann aber schnell. Wir sind in der Schweiz. In La Renard, in der Nähe von Solar.« Max streckte die Hand mit dem Telefon aus, bis Aro es zu fassen bekam. »Du weißt, was passiert, wenn du nach dem Anruf nicht den Beutel hergibst!« knurrte Max aufgeregt. Aro machte sich nicht die Mühe zu antworten, sondern hielt den Beutel mit den Diamanten über den Rand und tippte mit der freien Hand die Telefonnummer seines Vaters. Im Büro der Flugleitung auf dem Zürcher Flughafen klingelte Timos Privathandy. Er blickte auf das Display und sah, dass der Anruf von einer unbekannten Nummer kam. Für den Bruchteil einer Sekunde überlegte er, ob er sich überhaupt melden soll. Aber natürlich musste er sich melden. »Nortamo?« »Papa, ich bin's!« »Hinter der Erführung steckt Max Launy Junior. Ich bin in der Schweiz. In La Renard, in der Nähe von Solar. In einem alten Kloster, das auf einem Berg steht. Kommt mit dem Hubschrauber her!« Timo war mit einem Satz am Tisch, schrieb die Ortsnamen auf und zeigte den Zettel einem Schweizer Polizisten. »Was ist passiert?« fragte er Aro. »Kannst du reden?« »Jetzt gerade nicht so gut. Ich bin mitten in einem ziemlich wichtigen Diamantengeschäft. Kommt so schnell wie möglich her!« Dann war die Verbindung unterbrochen. Von der Treppe aus streckte Max beide Hände nach Aro aus und sah ihn an, wie ein Bettler. »Tempo!« drängelte er schrill. »Wenn du dein Versprechen brichst, komm näher! Es ist nicht meine Schuld, wenn der Beutel runterfällt!« Max stützte sich an der Wand ab und stieg weiter nach oben. Endlich berührte seine Hand den Beutel. Seine Wurstfinger krallten sich um den Stoff. »Auch das Handy!« Aro gab ihm das Telefon und wartete nervös ab. Mit seinem Schatz stieg Max zur Dachebene hinunter und eilte auf die Tür zu. Aro seufzte innerlich vor Erleichterung auf. »Bring den Jungen zum Schweigen und komm anschließend zum Wagen!« sagte Max zu seinem Komplizen. Aro erstarrte vor Entsetzen. Auf dem Zürcher Flughafen rannte Timo zu dem Polizeihubschrauber, dessen Rotorblätter bereits die Luft peitschten. Aros Anruf hatte ihn unwahrscheinlich erleichtert. Aber er hatte das Gefühl, dass der Junge erst in Sicherheit war, wenn er ihn in den Armen hielt. Was hatte Aro eigentlich mit dem Diamantengeschäft gemeint? Auch vier bewaffnete, mit Overalls bekleidete Beamte einer Sondereinheit der Schweizer Polizei eilten auf den Hubschrauber zu. Timo hoffte aus ganzem Herzen, dass sie nicht eingreifen mussten. Aro stand auf der Spitze des Turms auf und griff nach einem der Steinbrocken, die sich aus der Mauer gelöst hatten. Er kam nicht dazu, weiter nachzudenken, sondern setzte den großen Stein in Bewegung und blickte dabei zur Seite. Unten war der Boden des Abgrunds zu erkennen, hunderte Meter entfernt. Aro wunderte sich selbst, wie schnell die Höhenangst sich in Luft aufgelöst hatte, da ein viel ernsteres Problem aufgetaucht war. Er rollte den Stein noch näher an die Treppe heran und spähte nach unten, wo er bereits vorsichtige Schritte hörte. Max Komplize gefiel es offenbar überhaupt nicht, so weit nach oben steigen zu müssen. Als Aro den Mann an der passenden Stelle glaubte, stieß er mit aller Mühe den Steinbrocken die Wendeltreppe hinunter. Man hörte ein Rumpeln und dann den erschrockenen Ruf des Mannes. Du verdammter Mistkerl! Willst du mich umbringen? Aro mühte sich bereits mit dem nächsten Stein ab. Der war noch schwerer, aber es gelang ihm, den Brocken über den Rand der ersten Treppenstufe zu hieven. Zwei Steine, die für diesen Zweck groß genug waren, warteten noch, bis sie an die Reihe kamen. Aber was dann? Die Schritte auf der Wendeltreppe wurden energischer und dann tauchte der Lauf der Maschinenpistole in Sicht weiter auf. Ohne einen weiteren Moment zu zögern, stieß Aro mit vor Anstrengung zitternden Armen den Stein hinab. Es rumpelte, dann ertönte ein Aufschrei und gleich danach vernahm man einen dumpfen Aufprall. Dann hörte man nichts mehr. Vorsichtig stieg Aro die Stufen hinab und sah nach wenigen Metern den Bodyguard bewusstlos auf der Treppe liegen. Weit unten sprang ein Motor an. Aro schrak auf, lief wieder nach oben und spähte über den Rand. Am Fuß des Felsens, unter dem Turm, war eine ebene Fläche zu erkennen. Dort war Aro in der Nacht mit Delacroix angekommen. Jetzt stand auf dem schmalen Streifen ein zweites Auto neben dem Range Rover. Ein PKW, den Max gerade wendete, um so bald wie möglich den Rückzug anzutreten. In Aro schäumte der Hass auf. Was konnte er tun? Entschlossen griff er nach einem der beiden verbliebenen Steinbrocken und schleppte ihn zu einer Öffnung im gemauerten Rand. Unter Aufbietung all seiner Kräfte stieß er den Brocken hinunter. Er spähte durch die Öffnung und sah den Stein im Fallen kleiner werden. Er schien zuerst auf der Erde zu landen, schlug aber schließlich doch im gewünschten Ziel ein, in der Motorhaube von Max Wagen. Man hörte ein scharfes Krachen und sofort erlosch das Geräusch des Motors. Stille. Die Wagentür ging auf. Sogleich rannte Aro los. Er rannte die Treppe hinunter, vorbei an dem bewusstlosen Bodyguard auf die Dachebene. Bob, wo bist du? Hat der Bengel den Stein auf das Auto gewälzt? brüllte die aufgeregte Stimme von Max aus dem Funkgerät am Gürtel des Bodyguards. Bring den Schlüssel von Delacroix Wagen mit, wenn du kommst. Aro riss auf der Dachebene die Tür auf und lief so schnell er konnte die Treppe hinunter und zur Eingangshalle. In der Halle, deren Wände voller Gemälde hingen, sah er sich um und versteckte sich schließlich in einer Art Kammer, bis er den schnaufenden Max durch die Halle in den Saal stampfen hörte, wo Delacroix und dessen Kumpane mit Handschellen gefesselt waren. Aro kam aus einem Versteck heraus und eilte in entgegengesetzter Richtung durch die Halle zur Treppe, die nach draußen führte. Die Treppe wollte und wollte nicht enden, aber schließlich erreichte er den Hof. Der Steinbrocken, den er vom Turm heruntergeworfen hatte, hatte den BMW-Sportwagen von Max übel zugerichtet. Aber das interessierte Aro jetzt nicht. Er richtete seine Aufmerksamkeit auf den Range Rover von Delacroix. »Bob, wo bist du?« brüllte Max in sein Funkgerät. Er stand in dem Saal, wo ihn Delacroix, Juliette, Emilio, Eva und Helmut Böse anstierten. Bob hatte jedem von ihnen den Mund mit grauem Isolierband verklebt. Max stopfte wutentbrannt das Funkgerät in die Tasche, beugte sich über Delacroix und wühlte wie wild in dessen Taschen. »Den Autoschlüssel!« zischte er außer Atem. Draußen kauerte Aro hinter einem Mannshohen Fenster und spähte zum Range Rover hinüber. Wo blieb Max? Die Erklärung folgte umgehend. Max kam die Treppe herunter und stützte dabei seinen taumelnden Komplizen, der sich allmählich von seiner Begegnung mit dem Steinbrocken zu erholen schien. Die beiden stiegen in den Range Rover von Delacroix und Max ließ den Motor an. Mit einem wütenden Tritt aufs Gaspedal wendete er den Wagen und rammte dabei sein eigenes Auto. Aber dann sah man auch schon die Rücklichter des schweren Geländewagens hinter der ersten Kurve des steil nach unten führenden Zufahrtswegs verschwinden. Aro seufzte vor Erleichterung auf. Die Sonne kam zwischen den Wolken hervor und die schneebedeckten Gipfel der Berge leuchteten im sanften Morgenlicht. Aro wischte sich über die Wange, wo er sich eine Schramme zugezogen hatte. Ihm war kalt, aber je weiter die Sonne aufging, umso wärmer wurde es. Die Wolkendecke wurde immer dünner und schließlich badete die ganze Landschaft in hellem Sonnenschein. Endlich war in der Ferne das typische Geräusch eines Hubschraubers zu hören. Aro stand auf, zog seinen Pulli aus und winkte damit in weitem Bogen. Der Polizeihubschrauber kam so dicht heran, dass der Luftstrom des Rotors Aro die Haare verwuschelte. Es war klar, dass nicht genügend Platz zum Landen war. Die Seitentür des Helikopters ging auf und sein Vater winkte Aro zu. Dann schwebte der Hubschrauber genau über ihm und ein Mann im Overall ließ sich an einem Stahlseil neben dem remponierten Auto von Max hinab. Er legte Aro Gurte um und eine Winde zog die beiden nach oben. Im Schein der Morgensonne entfernte sich der Platz mit dem Abgrund daneben. Aro wurde schwindelig und er hielt es für klüger, die Augen zu schließen. Der Lärm des Hubschraubers hämmerte in seinen Ohren und er hatte keine Kraft mehr, an irgendetwas zu denken. Kräftige Hände packten ihn unter den Achseln und Aro öffnete die Augen. Ein Mann mit Overall und Helm hob ihn in den Helikopter, wo ihn sein Vater in die Arme schloss. Sein Vater umarmte ihn so fest, dass Aro glaubte, ihm würden sämtliche Knochen brechen. Er fühlte sich wohl, so wohl, dass er wie von selbst feuchte Augen bekam. Schönen Gruß aus Kaliningrad, sagte sein Vater dicht an seinem Ohr. Unter den Geretteten gibt es eine Person, die dich sehr bewundert. Aro wurde schlagartig warm ums Herz. Rosita hatte also überlebt. Sie musste ins Krankenhaus, aber sie wird sich erholen, sie lässt dir Grüße ausrichten. Sie hat gehofft, das Amulett würde dir helfen. Zufrieden grinste Aro im Arm seines Vaters. Kann gut sein, dass es mir geholfen hat, sagte er mehr zu sich selbst. Schließlich lockerte der Vater seinen Griff und schaute Aro mit roten Augen an. Und die Entführer? Die sind im Kloster mit Handschellen gefesselt, Aro über den Lärm hinweg. Das Großhirn der ganzen Aktion flieht gerade mit einem Range Rover. Aro kniff die Augen zusammen, weil ihn ein Sonnenstrahl blendete. Könnten wir vielleicht ein Stück den Weg entlang fliegen? Warum? Um Max Launy aufzusammeln. Aros Vater drehte sich um und sagte etwas ins Cockpit. Der Hubschrauber setzte sich in Bewegung. Was meinst du damit? Warte nur ab! Aro schaute nach unten zu dem Weg, der sich den Berg hinabschlängelte. Kurz darauf sahen sie unten einen Geländewagen mit offener Motorhaube mitten auf dem Weg stehen. Ich dachte mir schon, dass so etwas mit einem Auto passiert, dem jemand eine Handvoll Sand in den Tank geschüttet hat, rief Aro grinsend. Das habe ich aus einem von Nikos Filmen und du behauptest immer, die sind bloß schädlich. Er sagte und knuffte ihn in die Seite. Aber ich war nicht sicher, wie schnell das funktioniert. Darum habe ich sicherheitshalber auch noch an einer anderen Stelle ein paar Steinchen deponiert. Aro grub in seiner Tasche, in einem Stoffbeutel, den der dicke Max in seinem Auto liegen ließ, als er die Schlüssel von Delacroix holen ging. Den Beutel hat er auch jetzt bei sich, aber den ursprünglichen Inhalt habe ich mir gesichert. Aro zog eine Handvoll erbsengroße Edelsteine aus der Hosentasche. Sie glitzerten in der Sonne. Sein Vater starrte sie verblüfft an. Glaubst du, die sind abgezählt? fragte Aro und zwinkerte. Ich würde nämlich Rosita gern ein kleines Geschenk machen, weil sie mir ihr Amulett überlassen hat. Könnte doch sein, dass einer der Steine durch ein Loch von der Hosentasche ins Futter rutscht. Das war Operation Ocean Emerald, eine Silberfischproduktion von Hörbuch Hamburg, 2008.